So, Hallöchen ihr, Hallöchen, Rapid Hallöchen, Amy Hallöchen, Nico, ja, hi, na, wie geht's euch? Ich hoffe, ihr seid angenehm durchs Wochenende geglitten, was auch immer. Ja, und hi, es ist Sonntag, das ist total ungewöhnlich, aber naja, wenn man sich etwas verschätzt hat beim Aufbau eines gewissen Klemmbausteinsets, dann muss man halt entsprechend umplanen, ne? Dann geschehen halt so Dinge wie, dass ich Sonntag streame. Ich bin eigentlich eher selber fasziniert davon, dass ich um die Zeit wach bin. So, ich schiebe euch schon mal darüber, weil ich bin einfach nur müde. Ich habe heute Nacht so scheiße geschlafen und es ist, uh, hey. Meine Füße werden abgeschleckt. Ah, schön. Hallöchen, Saussis, hi, hallo, hallo. Das ist viel geschlafen, also von daher, ja, war alles sehr angenehm. Ja, viel schlafen kenne ich. Das, äh, das, das, das kenne ich sehr gut. Sehr, sehr gut. Ne, ich wollte heute Nacht eigentlich pünktlich ins Bett, also pünktlich um zwei oder so. Konnte dann nicht pennen, bin irgendwann nochmal durch die Wohnung gewandert, konnte dann, danach konnte ich pennen. Warum auch immer. Bin auch ewig lang im Bett gewesen, aber, ja, ähm, sagen wir es mal so, ich bin vorhin auf der Couch nochmal eingepennt. Und ich bin tatsächlich ganz froh, dass ich es jetzt hierher geschafft habe, aber es ist, äh, ja, hey. Hör mal auf, mich abzuschlecken. Was ist denn das? Schlafen ist auch wirklich wichtig, der Körper holt sich auch irgendwann das, was er braucht. Ja, das ist, das, das, das stimmt, aber wenn du gefühlt nur schläfst, dann, äh, weiß ich nicht, ob das auch noch so richtig ist. Ähm, also ich sag's mal so, es hat schon den Grund, warum ich hier guck, äh, ne, äh, äh, ja. Sprechen, schwierig. Ähm, warum ich hier Kaffee vor mir habe, ne? Das ist Kaffee, ja. Ja, ähm, ähm, ja, sprechen ist es, äh, ja, kennt man ja, es ist alles, alles nicht so, alles nicht so einfach. Hat man zwar irgendwann mal gelernt, aber, ähm, ich glaube, die wenigsten haben es perfektioniert, ne? Was und wir müffeln? Was? Ich bin frisch geduscht. Also, das ist gerade mal zwei Stunden her. Ich, 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 ich behaupte das Gegenteil. War zu kurz, würdest du nur einen Tag länger gehen, hättest du noch ein, äh, noch an einem Game Jam teilgenommen, aber dann morgen wieder Berufsschule hast, ging diese leider nicht. Hoffentlich hast du beim nächsten, zum nächsten kleiner Berufsschule, dann würdest du dir dafür extra frei nehmen. Ja, siehste, ja, es ist, äh, drei Tage Wochenende wären schon geil. Also, jetzt mal ganz ehrlich, also, ja, hätte ich überhaupt gar nichts dagegen. Vier Tage Woche regelt, oh, ja, 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 das wäre schon, ja, ja, es ist, äh, ich bin großer Fan dieser Idee, sehr großer Fan. Gut, ich habe ja Urlaub, deswegen habe ich jetzt da momentan noch immer noch nicht das große Problem, ne? Ich habe ja noch eine Woche frei, aber so grundlegend, so ein Verhältnis von 3 zu 4 im Gegensatz zu 2 zu 5, ähm, wäre schon nice, ja. Doch, doch. Ihr seid auch erst nach 3 ins Bett und dann habt ihr um Mitternacht aufgehört zu streamen, was? Ihr hättet noch, ihr hättet das Gebiet noch rein theoretisch beenden können, also, ich rechne mal, dass ihr in dem Gebiet jetzt noch 2 Streams seid. Du hättest 3 Tage lang Wochenende, ja, einige Bundesländer hatten ja am Freitag Feiertag, richtig, richtig, stimmt. Da war was, da war was. Gut, ich bin in der luxuriösen, äh, Position, dass unsere Firma ja 2 Standorte hat und unsere Feiertage seit diesem Jahr, äh, übergreifend gelten. Das heißt, sowohl die Bayern, äh, die bayerischen Feiertage hier in Bremen als auch andersrum. Und das ist schon sehr nice, weil dadurch habe ich allein jetzt, ne, mit diesem Wochenende, mit diesem Feiertag einen Tag Urlaub gespart. Ähm. Aber das, das gibt's halt leider auch nicht überall. Ähm. So, ihr habt noch WoW-Indies gemacht und gequestet. Oh, verstehe, verstehe. Ähm. Und auch wenn du wolltest, könntest du morgen nicht freinehmen. Ja, Berufsschule ist schwierig, ne? Berufsschule und Urlaub lässt sich leider nicht, äh, das, 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 das... Berufsschule überschreibt halt einfach alles, ja. Ich, ich kenn das. Ich kenn das. Ähm. Also, doch, durchaus, ja, doch. Durchaus, ja. Das ist richtig. Ähm. Das wär noch, noch besser. Aber ich, ich geh mal davon aus, dass 3 zu 4, ähm, etwas realistischer ist. Irgendwann mal in der Zukunft, ne? Ähm. Das ist eine geile Sache mit den übergreifenden Feiertagen. Oh ja. Oh ja. Weil wir haben hier in Bremen, glaub ich, dadurch 6 Feiertage mehr im Jahr. 5 oder 6 Stück sind's. Ich, ich, ich bin mir jetzt nicht 100% sicher. Also, das ist schon sehr, sehr geil. Wobei ich sagen muss, es war eigentlich auch immer ganz angenehm, wenn, äh, in Bayern Feiertag war und hier muss, hier mussten wir arbeiten. Ähm. Weil, ja, dadurch war's halt immer sehr ruhig. Du musstest quasi den kompletten Tag nicht einmal telefonieren. Du konntest einfach, ne, vor dich hinarbeiten, ohne dass irgendjemand von, von 600, 800 Kilometern Entfernung, keine Ahnung, ähm, dich, dich, äh, irgendwie belagert hat. Das, 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 es war schon angenehm. Aber, frei ist halt doch nochmal eine ganze Ecke besser. Was, ihr macht mich fit für Game Jams? Da mach ich einfach für dich an den Game Jams mit, wofür du keine Zeit hast. Rapid, das kostet. Nur, um das gleich mal zu sagen, ne, ich habe eine Umsatzsteuer-ID, ich kann Rechnungen schreiben, wenn ich denn will. Also, das kostet. Hahahaha. Ihr habt nur Berliner Feiertage, auch wenn ein Konzern in Bayern sitzt. Irgendwas ist halt immer. Ja, ich sag mal so, das ist halt bei weitem nicht selbstverständlich bei uns. Ähm, da wurde, glaube ich, auch sehr, 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 sehr lang, ähm, ich nenne es jetzt mal hier in der oberen Befehlskette, äh, gebohrt, ähm, um das möglich zu machen. Aber, ja, es ist, es ist schon sehr geil. Ne, man, man, man denkt sich so übers Jahr gesehen, ja, mein Gott, so, was sind das, sechs Tage oder so, so what? Aber hey, wenn man es zusammenzählt, ist das eine Woche frei, so gesehen, ne? Und allein die Möglichkeit für Brückentage, dass du dir mal halt vier Tage freinimmst oder so, ist halt enorm. Mega gut. Müsstest du morgen zur Arbeit, wäre es kein Problem, dann hättest du einfach erst später, äh, dann, was? Dann wärst du einfach erst später zur Arbeit gegangen. Ja, 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 mit Gleitzeit geht sowas ja auch, ne? Gleitzeit ist ja, was das angeht, auch echt praktisch. Und hallo, Jena Ayane, hi, hallo, hallo. Lass mich raten, Snowy bringt das Kind ins Bett. Jetzt gerade eben. Das wär jetzt so, so die übliche Zeit dafür. So kurze Woche mit nur vier Tagen, sind auch irgendwie einfach entspannter. Ja, da gibt's ja, also, ne, zitiert mich da bitte nicht. Ähm, das ist jetzt auch nur so, so Headline-Wissen, äh, von, von irgendwas, was mal durch meine Feeds durchgescrollt ist. Es soll ja angeblich Studien geben, die belegen, dass man in vier Tagen Arbeit genauso produktiv ist wie in fünf Tagen. Und das nicht mal mit der gleichen Stundenzahl, sondern sogar mit der reduzierten Stundenzahl. Also 32 statt 40, weil halt oftmals, ne, in den acht Stunden, die man arbeitet an dem Tag, ähm, einfach, äh, irgendwann die, die Kapazität von, von Hirn, von Körper einfach vorbei ist. Ich weiß jetzt nicht, auf welche Berufe sich das genau bezieht. Ähm, ich für meinen Teil merke tatsächlich selbst, dass ich einfach so nach, nach sechs Stunden ungefähr Arbeit unproduktiver werde. Ähm, und von dem her, ja, ne, also, acht Stunden lang nur denken ist halt auch massiv heftig. Äh, das unterschätzt man gerne, aber so nach dem Motto, hey, der sitzt ja den ganzen Tag eh nur vorm Rechner und guckt in die Bildschirme rein. Ja, aber es ist, es ist halt doch meistens mehr als nur das. Ich will nicht ausschließen, dass es solche Jobs gibt, aber, ja. Du hast noch ein paar Minuten, du machst sie gleich wegfertig und dann bringt er sie ins Bett. Das ist doch mal eine tolle Arbeitsteilung. Ich finde das super bei euch. Ähm, deine Gleitzeitarbeitsweise reicht. Ja, das sagt ja meistens, du müsstest es nur mal schaffen, früh genug aufzustehen, um genug vom Tag übrig zu haben. Ja, das ist der Grund, warum ich meinen Wecker so früh stelle, ne. Warum mein Wecker, glaube ich, ich weiß gar nicht, um 20 nach sechs oder so klingelt. Also irgendwann zwischen 10 vor sechs und 20 nach sechs. Ähm, weil, äh, Schlafhasenwecker und so. Ähm, aber ja, es geht mir halt hauptsächlich darum, dass ich möglichst früh in der Arbeit bin. Egal, ob jetzt Homeoffice oder im Büro. Wenn ich ins Büro will, dann bestenfalls wache ich noch früher auf. Äh, 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 nee, worauf wollte ich jetzt hinaus? Ja, genau, dass ich halt möglichst viel am Abend da noch davon habe. Problem ist, ich bräuchte eigentlich mehr Zeit zu schlafen. Aber das hat so die geringste Prio bei mir. Also die wirklich geringste Prio. Aber hey, äh, 32 Stunden auf vier Tage findest du echt angenehm. Hattest früher 28, aber bist dann wieder hoch, weil trotzdem immer Überstunden kamen am kurzen Tag. Ja, das glaube ich, ne. Dann kommt halt, ne, weil alle anderen halt dann den normalen Acht-Stunden-Rhythmus haben. Ähm, du aber eigentlich eine Stunde früher weg bist. Und so wie man es kennt, ist halt so in der letzten Stunde des Arbeitstages irgendwie, ne, kommt, kommt die meiste Kacke irgendwie angeflogen. Hahahaha. Gut, je nach Überstunden-Regelung kann man sich es ja dann auch in Freizeit oder auch, ähm, finanziell vergüten lassen. Wobei finanziell weiß ich nicht, ob sich das wirklich lohnt. Ähm, von dem her wäre das ein toller Überstunden-Garant für mehr Urlaub. Aber ist halt trotzdem Kacke, weil, ne, das ist, du bist halt eigentlich durch für den Tag und dann steht halt noch irgendwas an, ne. Es gibt auch Studien, die sagen, dass ab sechs Stunden Arbeit am Tag die Produktivität massiv sinkt. Ja, kann sein, ja. Also wie gesagt, ich merke es an mir selbst, ne. Nach, nach so sechs Stunden oder so ist mein Kopf einfach irgendwie meistens relativ durch. Relativ durch, ja. Du hörst deinen Wecker nie, obwohl der zwei Stunden durchbimmelt mit, äh, Luftanschlag-Sirenen als Klingelton. Ähm, Rapid? Probier mal einen anderen Klingelton. Probier einen anderen Klingelton, weil, ich sag mal so, Sirenen sind ein relativ sonores Auf und Ab. Ne, das ist sehr, sehr gleichmäßig. Und, äh, ich bin mir nicht sicher, ob das das Wecker wirklich das Beste ist. Dann eher irgendwas Irreguläres. Keine Ahnung, pack dir ein Trapbeat oder so rein. Irgendwas, was keinen wirklichen Rhythmus hat. Und, hey, Snowy, Hallöchen. Du bist jetzt im ersten Lörg, da du wohnen, wenn du anschauen musst, fürs neue Haus. Oha, oha, nice. Nice, dann viel Spaß dabei. Such was Hübsches aus. Du lässt es dir immer als Freizeit geben. Ja, ich auch. Wobei, ich bin ganz ehrlich, ich vermeide über Stunden einfach grundlegend. Und, wenn ich irgendwie sammle, dann, äh, versuche ich das einfach über die Gleitzeit schon wieder, ähm, loszuwerden. Über die, die Woche hinweg oder übers, äh, Quartal oder sowas in der Richtung. Je nachdem. Hm, hm. Irgendwie hatte niemand, äh, darauf Rücksicht genommen, dass du Donnerstag Nachmittag weg bist. Ist dann einfach rätselnd, wenn man Termine für die Zeit reinbekommt, wenn man schon weg sein sollte. Ja, kann ich verstehen, ja. Und dann solche Termine, wo man dabei sein muss. Boah, das geht halt gar nicht. Das geht halt gar nicht. Aber hey, ne, also, wenn es bei dir so funktioniert jetzt. Das ist doch super. Das ist mega. Du hattest eine Zeit lang Speedcore mit 500 plus BPM. Als Klingelton hattest du es auch nicht gefunst. Hm. Rapid. Es, es tut mir leid, ne. Ich bin jetzt wahrscheinlich Überbringer schlechter Nachrichten, aber. Dir ist nicht mehr zu helfen. Du bist verloren. Das war's. Wenn das nicht funktioniert, dann weiß ich auch nicht weiter. Hm. Hm. Nimm die, wo die meisten Kabel reinpassen. Oder unauffällig verlegt werden können. Das ist zwar wahrscheinlich bei Wohnwänden jetzt meistens so, aber. Ne? Also. Kabel, glaube ich, sind, sind das so ziemlich das Wichtigste. Hm. Ahem. Ihr habt die Kleine übrigens sonst abwechselnd ins Bett gebracht. Nur sie zur Zeit so aufgedreht, dass du sie mit dem Schwangerschaftsbauch nicht auf dem Arm halten kannst. Ah, okay. Ja, stimmt. Das hat der Snowy schon mal, glaube ich, irgendwann erzählt. Ja. Das hat er schon mal irgendwann erzählt. Ich erinnere mich so ganz dunkel da dran. Eben AFK, Inni wartet. Ja, ihr, ihr rusht da doch eh durch, ne? Hm. Du arbeitest nur bis mittags und irgendwie guckt immer keiner in deinen Kalender. Ja, das ist, ich bin inzwischen aber auch so, dass ich, wenn Leute Termine mit mir wollen, ne? Ich plane bei mir immer so, sieben bis 15 Uhr ist so meine normale Arbeitszeit, weil ich so gut wie keine Pause mache. Und wenn jemand schon meint, so von wegen, ja, haben wir da noch Zeit, dann, ich sag freiweg, wenn ich um 15 Uhr weg bin, kein Problem. Alles, was danach ist, nur wenn es wirklich sein muss, dann stellt sich halt meistens auch raus, es muss halt nicht wirklich sein. Meistens reicht es am Tag, später, irgendwann vormittags, ne? Oh, da löchern den Tegra. Hi. Hallo, hallo. Schon lange nicht mehr gesehen. Schönes neues Jahr. Deshalb liebst du deine Arbeit. Da kannst du einfach hin, wenn du dich bereit dafür fühlst. Ja, gleichzeitig ist schon angenehm, ja. Das ist schon angenehm. Jetzt mit dem Termin muss man dabei sein, weil man die Fachkompetenz ist, hast du momentan selbst immer da von euren anderen Anwendungen, die Entwickler keine Ahnung von denen haben. Ach so, ja. Ja, ja, gerade wenn man irgendwie so eine Art Coaching-Rolle ist oder so, wird es halt auch schwierig, ja. Wenn sich da Arbeitszeiten unterscheiden. Das ist ein bisschen doof, ja. Das ist richtig. Ich habe deine Arbeitszeiten geklaut, ich fahre diese Arbeitszeiten seit 10 Jahren locker. Jetzt ist die Frage, wer hat da von wem geklaut oder hatten wir beide einfach eine geniale Idee? Du bist der einzige Entwickler mit Planen von den Anwendungen. Ja, das ist halt auch immer schwierig. Ja, das ist irgendwie toll, aber irgendwie auch kacke, weil man wird halt dauernd Dinge gefragt. Ja, 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 ja. Ja, ich, äh, ja. Die Leute kommen ja auch recht oft zu mir, weil ich bin jetzt seit über 15 Jahren in der Firma. Ich kenne halt den Legacy-Code und so, den wir haben. Und, äh, ne, das ist... Ich kenne halt vor allem auch den 20 Jahre alten Legacy-Code und ab und zu taucht der mal wieder irgendwo auf und dann kommen auch Leute zu mir und so. Sag mal, was ist das? Was tut das? Warum ist das so? Warum heißt das so? Weil wir hatten auch eine ganze Weile lang irgendwelche fancy Namen, die sich irgendjemand ausgedacht hat und niemand weiß, warum das Zeug so heißt. Ne? Ach, schön. Du, erst seit zwei, seit die Kleine da ist. Vorher war es von acht bis sechzehn. Acht bis sechzehn ist auch noch angenehm, ja. Das, das ist auch noch ganz gut. Ah, schön. Und jetzt sollst du dem anderen Team noch zusätzlich da am längsten zugehörigen Entwickler im Cluster... Was? Jetzt sollst du dem anderen Team noch zusätzlich da am längsten zugehöriger Entwickler im Cluster... Da fehlt ein Helfen. Ja, ich habe gerade überlegt, was da fehlt. Okay, du sollst dem anderen Team noch zusätzlich helfen. Ja, okay. Okay, ja, verstehe. Ja, 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 ja. Ja, verstehe, verstehe. Ich, 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 war einiges los bei dir. Gesundheit und OPs haben dich etwas beansprucht. Oha, oha. Das, äh, das, 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 das klingt wild. Ich hoffe, es ist, äh, es ist alles gut ausgegangen. Oder geht gut aus. Je nachdem. Aber freut mich auf jeden Fall, dass du wieder da bist. Sehr, sehr schön. So. By the way, falls heute irgendjemand vorhaben sollte, den Raid einzulösen, also das Raid-Ziel, das, äh, das, das wird heute nicht berücksichtigt. Es tut mir leid, aber wir raiden heute definitiv AGDQ. So. Nur, dass das schon mal aus dem Raum ist. Dein Chef doch letztens sein Schwein pfeift, also deine Konsole, äh, dein Konsole-Log an vulgären Ausdrücken, äh, fand wahrscheinlich, wenn Fehler auftreten. Ach, du, ach, du, ich hab mal, ich, ich, äh, nun ja, sagen wir es mal so. Ich mag ja so kleine Easter Eggs, ne? Ähm, und, äh, deswegen hab ich durchaus auch schon mal in der Library eine Methode Cupholder eingebaut, weil ein Kollege hat sich einen Becherhalter gewünscht. Die macht nichts Besonderes, die schickt dich nur auf Google mit der Suche Cupholder, aber, hey. So was in der Richtung. Und, äh, ich sag mal so, dieser Code ist in nahezu jedem unserer Projekte deployed. Hahaha. Das ist schön, das ist sehr schön. Und ich hab auch mal, äh, ein, 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 ein Modul bauen müssen, äh, Frontend-seitig, ähm, ähm, für einen Adventskalender, der so, so, so grob wie so eine Ziegelmauer aufgebaut war. Und weil ich da keinen sonderlichen Bock drauf hatte, auf das Ding, weil ich das einfach dämlich fand, von, von allem, von der Mechanik her, hab ich das halt Prick-Wall genannt. Sprich, Idioten-Wand. Existiert auch heute so noch live. Hat sich bisher niemand beschwert. Hahaha. Ne? Man, man kann sich schon auch durchaus verewigen. Es gibt auch durchaus Code, äh, oder Klassen, die bei uns Benni heißen. Weil, äh, ja, weil alt und so. Hahaha. Und hi, Jokobel, hi. Hallöchen, Hallöchen. Hahaha. Ahem. So. Äh, nebenbei Coding-Challenges fürs Hiring. Reviewen und dein Team-Lied etwas vertreten, wenn der nicht da ist. Ja, 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 ich, ich, ich verstehe, ich verstehe. Du hast mal im Code den Kommentar gelesen, Finger weg oder ich hacke sie, äh, ab und lasse sie dich essen. Hahaha. Das ist, okay, das ist die etwas unfreundlichere Alternative für den Kommentar. Niemand weiß, was die nächsten 20 Zeilen tun, aber sie funktionieren. Hahaha. Sehr schön. Oh mein Gott, es ist, ja. Oh, es ist hervorragend. Hahaha. Ah. Hm. Hm. Dir geht's wieder soweit gut und du hast auch schon die erste Woche Arbeit hinter dir. Tut gut wieder, äh, tut gut von zu Hause rauszukommen. Ja, das glaube ich. Das, das glaube ich, ja. Ja, sehr schön, wenn das dann alles funktioniert hat. Hervorragend. Du implementierst immer in unseren Anwendungen den Status Code 418. Warte mal, 418 war der Teapot, oder? Ähm. Ja, genau, einmal Teapot. Schön, schön. Hahaha. Ich liebe es. Es ist, äh. Hahaha. Es ist so schön. Hahaha. Ihr merkt schon, Entwickler haben Spaß in ihrem Leben. Manchmal. Hahaha. 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 Zum Glück habt ihr Namenskonventionen. Ja, also Namenskonventionen. Ja, wir haben halt sowas wie Namespaces und so. Und prinzipiell wird beschrieben, wie etwas geschrieben wird, aber nicht was geschrieben wird. Hahaha. Hahaha. Es ist, äh. Gerade ganz kurz reingeschaut in HDDQ, da macht tatsächlich jemand den Speedrun zum Storymodus in Splatoon 3. Ja, 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 genau, genau. Ich habe das, äh, die Pre-Show so, so halb verfolgt, während ich den Stream vorbereitet habe. Und die haben eine Fake, ähm, Pen-and-Paper-Kampagne gespielt, wo sie dann quasi sämtliche Runs durchgegangen sind, die die nächsten sieben Tage warten. War, war auch ganz witzig. War auch ganz cool. Schade, dass es nicht mit Publikum ist. Äh, war das nicht letztens wieder mal vor Ort? Ja, ja, tatsächlich ja. Ich bin auch etwas überrascht, warum es online stattfindet. Ähm. Also, ich weiß es nicht, warum, weil ich glaube, SGDQ war, ja, genau, das war vor Publikum. Ich bin aber nicht, ich weiß aber nicht, warum dieses Jahr wieder online, also rein online ist. Keine Ahnung. Der Versuch, Kaffee mit einer Teekanne herzustellen, wurde abgelehnt. Ja. Ah, bester Statuscode im Netz. Definitiv. Hab ich noch mal den RFC-Eintrag zu dem durchgelesen? Nee, nicht direkt. Nicht direkt. Ich, äh, ich, ich, ich mach das relativ selten, dass ich RFCs durchlese, weil die sind halt meistens einfach nur scheiße komplex. Und die Info, die man da rausziehen kann, ist meistens auch schwierig. Ich mach das eigentlich nur, wenn es wirklich, 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 wirklich notwendig ist. Ähm. 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 Gut. Okay. Schön. Was ist denn los, Hund? Bist du auch eine Teeker, ne? Ja. Kaffee in dich füllen würde auch nicht gut gehen, ne? Nee. Ah, schön. Sehr, sehr schön. Gut. Du findest es gut? Ja, ich auch. Ich, ich, ich auch. Es ist, äh, es ist einfach wunderschön, wenn sich Entwickler irgendwo austoben. Und das vor allem dann auch noch Standard wird. Hey. Dio, was ist los? So. Dafür hat es jetzt viel Zeit, in Spiele aus deiner Kindheit zu versinken. Oh, das hatten wir schon als Talk-Thema irgendwann. Das hatten wir schon mal als Talk-Thema. Oh. Das wäre ja ideal gewesen dann. Oder hatten wir das als Talk-Thema? Ich bin gar nicht mehr sicher. Ich meine, ja. Sicher bin ich mir jetzt nicht, wenn ich ehrlich bin. Ja doch, Spiele unserer Kindheit. Oh Gott, das ist, das ist neun Monate her, dass wir das hatten. Ach du Scheiße. Das ist ja ewig her. In fünf Jahren, glaube ich, können wir das noch mehr, äh, noch mal machen. Ähm. Weil dann haben wir eine neue Generation hier im Stream, vermute ich mal, die andere Spiele haben. Dann sind wir weniger in der Retro-Schiene unterwegs. Ja, es ist doch gar nichts los. Willst du was sagen, ja? Jetzt sag was. Ich werde gerade einfach nur mit großen Augen angeschaut. Das war's schon. Na ja. Gut. Oh, und da hat immer dann was zu sagen, wenn's nicht passt, ne? Oh, sehr schön. Sehr schön. Gut. Aber apropos Thema, das wir schon mal hatten, ein Thema, das wir noch nicht hatten, ist, äh, das, was wir heute haben. Logischerweise hatten wir das noch nicht. Ähm. Das passt jetzt gerade so, so, so wunderschön. Ähm. In dem Titel steht's Musik und Instrumente. Das ist das Thema heute. Äh. Grundlegend ist so, 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 so ein bisschen die Frage, was hört ihr für Musik? Also, Genre-mäßig spielt ihr Instrumente? Oder habt ihr gespielt? Oder wollt ihr spielen? Ähm. Und was mich tatsächlich auch interessieren würde, passen die zu der Musik, die ihr hört? Hahaha. Weil ich sag mal, ein Gitarrist, der dann elektronische Musik hört, das ist jetzt nicht so 100% im Einklang, würde ich jetzt mal behaupten. So, 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 ne? Prinzipiell. Ähm. So. Jetzt haben wir natürlich genau gerade die, 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 die Retro-Spiele-Dingens, ne? Oh, schön. Äh. Was? Pokémon Sacred Underworld? Ähm. Warcraft 2, Starcraft und Dungeon Siege gepaart mit viel Anime. Pokémon habe ich auch gespielt, ja. Sacred habe ich auch gespielt. Ich glaube, es war der zweite Teil. Nee, es war der erste Teil. Den zweiten Teil habe ich, glaube ich, nur bis zum Konzert von in Extremo gespielt, weil das wollte ich sehen. Alles andere hat mich nicht mehr interessiert. Und den Rest habe ich noch nie angeschaut. Früher hattest du die ganzen Indiana Jones auf Diskette. Vorhin von dir hast du dir, äh, spielbar für deinen jetzigen PC gemacht und hast deine alten, äh, deine alte Nintendo 64 angeworfen. Nice. Nice. Sehr schön. Sehr schön. Du spielst seit deinem elften Lebensjahr Orgel. Ich muss jetzt mal doof fragen. Blind Guardian? Oh, dann war das Blind Guardian. Nee, in Extremo war ein anderes Spiel. Scheiße. Stimmt. In Extremo hat er einen Auftritt in einem anderen Spiel. Ja, nee, es war Blind Guardian. Stimmt schon. Stimmt schon. Ja, Rapid, du hast recht. Es war, ja. Ja, 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 ja. Genau. Es ist lang her. Ja, es ist sehr lang her. In Extremo war ein Gothic 1. Ja, stimmt. Das habe ich nie gespielt. So. Äh, nee, äh, Rapid, Orgel. Wie kann man sich das eigentlich vorstellen? Also ich, ich... Es ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, ich höre viel Musik mit Orgel. Aber ich finde das Instrument sehr faszinierend. Ähm, aber grundlegend würde es einem helfen, wenn man Klavier spielen kann, eine Orgel zu spielen. Oder ist das einfach komplett anders? Ich kann es mir halt einfach, weiß ich nicht, ne? Weil du hast auch die weißen und schwarzen Tasten vor dir und drückst die. Du hast die, glaube ich, auf mehreren Ebenen und was weiß ich. Das ist halt schon, schon auch, ist ein wildes Instrument. Stellst du die halt mal nicht eben so ins Wohnzimmer, glaube ich. Könnte ein bisschen schwierig werden. Ähm, du bist eine Rocker und Metal Braut und du hast sogar ein Schlagzeug daheim. Du bleibst, du bleibst, äh, blablabla, du bleibst deiner Linie treu. Ja, nice, nice. Spielst du viel Schlagzeug? Bist du in einer Band? Oder spielst du einfach so für dich hin? Das, äh, ne, soll es ja auch geben. Ähm, äh, und hey, Snake, äh, Snake. Snake. Ich wollte gerade Snake und Fighter kombinieren und dann kam Snake raus. Wow, was ist denn heute los? Ich kann nicht sprechen. Äh, 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 äh. Äh, 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 äh. Sehr abstrakt. Wenn du genug Mayonnaise isst, kannst du irgendwann die Bauchtrommel spielen. Aber ansonsten glaube ich jetzt eher weniger. Äh, 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 äh. Äh, 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 deine Musikgeschmäcker haben sich in den vielen Jahren gewandelt. Angefangen hat es mit Limp Bizkit, dann sehr viel OS, Hip-Hop und Rap. Dann wechselt es zu Rock und Metal, 6-Subgenres inklusive. In letzter Zeit sehr viel Lo-Fi, Hip-Hop und Videogame Musik, Liga-Kapelle und Metal-Orchestral, ansonsten auch gerne Synthwave, 70er- und 80er-Musik dazu. Spielst keine Instrumente. Würdest du gerne Instrumente spielen, Joggle? Gibt, gibt's da irgendwas, was dich interessieren würde? Wo du sagen würdest, das wäre eigentlich schon ganz cool. Viel Punk, Metal, Folk, neue deutsche Härte, Rock, äh, aber auch mal Klassik, je nach Laune. Oh, das, das Klassik finde ich interessant. Als Kontrast zu dem Ganzen. Was ja doch eher laut ist. Finde ich cool, finde ich cool. Bei Volksmusik und Schlagerwürste, Agro. Same, same. Es ist, äh, eher. Ich musste früher, oder was heißt ich musste, ich war halt relativ oft dabei, weil ich hatte nicht so wirklich eine Wahl als Kind. ne, auf dem großen Fasching im Ort mit Faschingsumzug und was weiß ich. Meine Oma ist da ja komplett drauf abgegangen. Und ich, ich musste dann halt mit. Musikalisch war das damals schon furchtbar. Also, uh, schwierig, 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 ja. Du hast früher mal vier oder fünf Jahre Klavier gelernt und aktuell hast du regelmäßig Gesangsunterricht. Oh. Stimmt, ja, Gesang kann man ja auch durchaus als Instrument zählen. Also, wenn man mit seiner Stimme richtig umgehen kann. Okay, cool. Kannst du dann noch Klavier spielen? Oder ist das so lange her, dass du sagst, so, wow, es ist so, als hätte ich es nie getan. Ähm. Äh, du hast mit sechs Keyboard gelernt, mit acht hast du Klavier gelernt und Orgel ist, als würdest du beides auf einmal spielen. Bloß, dass deine Füße auch nochmal nebenbei Klavier spielen. Man muss schon den Oktopoten sehr nahe kommen, um es gut zu spielen. Das ist also ein Vollkörperinstrument. Das ist quasi Schlagzeug auf Tasten. Das ist jetzt so die erste Analogie, die mir dazu einfällt. Wenn du Mayo in eine Schüssel gibst und draufpatscht, naja, dann hast du am Ende eine Sauerei. Aber wenn du Glassichtfolie auf die Schüssel machst, dann könnte das den Thron geben. Hahaha. Die Marimba findest du sehr interessant, tatsächlich aus dem Grund, weil es in dem Theme Hateno Village aus Breath of the Wild lieben gelernt hast. Marimba muss ich ganz kurz mal googeln. Ah, ja, okay. Ja, 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 ja. Fancy Xylophon. Könnte man jetzt sagen. Ja, okay. Das Ding war das. Habe ich schon mal gesehen, ja. Wahrscheinlich wollen mich jetzt schon Leute steinigen, dass ich es Fancy Xylophon genannt habe. Ähm, ja, das Xylophon hat, glaube ich, keine Klangrohre unten drunter. Das ist der große Unterschied, aber ja. Und Integra ist in der Band. Corona hat es schwierig gemacht. Ja, das glaube ich. Das glaube ich. Ja, ja, das kann ich mir vorstellen. Ach so, was ist eine Marimba? Moment. Kann ich euch zeigen? Das hier ist eine Marimba. Diese Dinger hier. Im Grunde genommen ein Xylophon mit diesen Klangröhren, würde ich es jetzt mal bezeichnen, da unten drunter. Wenn ich es googeln muss, dann kann ich es eigentlich auch zeigen, ne? So gesehen. Ha, 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 ha. Die klingen, glaube ich, ein bisschen wuchtiger. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Eigentlich ein cooles Ding, ja. Da brauchst du aber auch gut Koordination, dass du das alles schön brav triffst oder so. Du hast letztens einen Typen auf Insta gesehen, der auf dem Mayo-Glas trommelte. Ja, schlussendlich kann halt alles zum Instrument werden, ne? Du konntest auch rein theoretisch dein Haus im Takt eines Hammers auf der Wand abreißen, ne? Und das am Ende Musik nennen. Ha, 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 ha. Ihr habt einem DJ auf der Hochzeit Volksmusik und Schlager verboten zu spielen, auch wenn es sich jemand wünscht. Er war auch völlig irritiert, dass die Tanzfläche leer wurde, wenn er normale Musik gespielt hat. Und bei Rammstein kamen wieder alle zurück. Nice. Sehr cool. Sehr schön. Sehr schön. Wunderbar. Ich soll deinen Blödsinn einfach ignorieren? Ja, warum sollte ich das denn tun? Ich bitte dich. Blödsinn ignorieren ist nicht das, was ich normalerweise tue. Das ist ja... Bis vor zwei Jahren hattet ihr noch ein Klavier. Du willst auch wieder Noten lesen kannst du natürlich. Und einfache Stücke gehen auch schnell. Aber es braucht elend lang wieder zu lernen. Ja, das glaube ich. Es hat für dich so eine angenehme Soundkulisse. Und mit einer Violine klingt das super. Ja, doch. Kann ich mir vorstellen, ja. Du hast vor zig Jahren mal Gitarre gelernt. Hast es aber aufgegeben, da deine Finger einfach zu kurz sind und du einige Griffe nicht richtig hinbekommen hast. Hattest aber auch nie wirklich jemanden, der es dir hätte beibringen können. Oder hast du versucht, es dir selbst beizubringen. Hast du irgendwann die Motivation verloren. Ja, ja, das kenne ich. Das kenne ich. Also, jep, 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 jep. Das ist, äh... Ja. Ich habe seit... Eineinhalb Jahren eine E-Gitarre hier rumhängen. Über Smoke of the Water, äh, Smoke on the Water, bin ich nicht hinausgekommen. Sich das selbst beizubringen, ist nochmal eine ganz andere Liga. Jetzt hatte ich allerdings den Vorteil, dass ich vor 25 Jahren Gitarrenunterricht gehabt hätte. Aber ich weiß halt nichts mehr. Also wirklich gar nichts mehr. Ich gucke mir ein Notenblatt an und ich sehe Punkte und Striche. Ähm. Ne? Sowas in der Richtung. Und dass ich das noch auf Seiten dann überführe, in meiner Hand, das geht halt gar nicht. Ich habe mal überlegt, ob ich mir so eine Rocksmith-Lizenz hole. Ob mir das irgendwie helfen würde. Weil Bock hätte ich schon, aber... Ja. Und wenn ich euch nur damit ärgere. Aber, holy shit, ey. So Instrument lernen wieder von Null auf ist halt echt nicht leicht. Und ich, wenn man es halt selbst versucht. Ja, es ist wirklich eine Motivationssache. Es ist wirklich, wirklich, wirklich eine Motivationssache. Jetzt kommt der Musikgeschmack. Hardrock, Punkrock, Balkanrock. Balkanrock sagt mir nichts. Bluesrock, Power Metal, Heavy Metal, Metalcore, Neometal, Death Metal, Metalcore, Deathcore, Grindcore, Industrial, Darksiders, Hardstyle und das Beste zum Schluss Postrock. Also bis auf das, wo Punk im Namen steckt. Und vermutlich Balkanrock. Sind wir uns da ziemlich ähnlich, Rapid. Bei mir kommen dann allerdings noch so Sachen dazu wie Hardstyle, Synthwave. Alles, was irgendwie episch mit Orchestern ist. Sowas in der Richtung. Und das, was hier heute im Hintergrund läuft, ist eigentlich die Rock-Playlist von Epidemic Sound. Die ist mir im Normalfall viel zu, viel zu, viel zu seicht. Sag ich jetzt mal. Du willst ja nicht mehr quatschen, eine sinnvolle Diskussion unterhalten, stören. Snake, dann beteilige dich doch einfach an der Diskussion. Das geht halt auch, ne? Apropos Rammstein, Till Lindemann wurde vor ein paar Tagen schon 60. Echt? Ist der schon so alt? Ja gut, seit wann kenne ich Rammstein? Seit 88, ne? Äh, 98. So rum. Das ist jetzt auch bald 25 Jahre her, dass ich die Band kenne, ne? Holy shit. Zurzeit versuchst du verschiedene Hollow Knight Soundtracks auf deiner Orgel zu spielen. Oh. Oh, das stelle ich mir aber, das stelle ich mir cool vor. Ich glaube, das kann richtig gut funktionieren, ja. Und hallöchen, böse Alte. Hi, hallo, hallo. Filmmusik und Epic ist auch nice. Ja, ist es. Ist es. Ansonsten höre ich tatsächlich auch relativ häufig, ähm, wenn ich jetzt irgendwie so am Rechner bin und am Zocken bin oder so, auch irgendwie so in Richtung Lo-Fi. Jetzt weniger Lo-Fi Hip-Hop, ähm, sondern eher so Lo-Fi, äh, wie heißt das? Lo-Fi oder so, Haus. Dammit, Haus ist geil. UK Garage ist auch ein geiles Genre. Aber das ist eher so die Elektronik-Richtung. Da fühle ich mich inzwischen auch wieder sehr wohl drin. Sehr, sehr wohl. Du hast als Kind Blockflöte spielen gelernt und später Altflöte. Okay, was ist jetzt Altflöte? Blockflöte hatte ich auch, die habe ich aber nie wirklich gespielt. Das klang nur merkwürdig. Was ist eine Altflöte? Ja, was ist eine Altflöte? Oh, okay, so, 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 so schaut die aus. Interessant. Ne, das ist eine Altflöte. Altflöte? Jetzt bin ich auf Amazon. Das sieht für mich aus wie eine Blockflöte. Ich sehe da gerade keinen wirklichen Unterschied. Wenn ich ehrlich bin. Manchmal hast du ja auch Tage, an denen du gerne Metal-Lofi hörst. Das, glaube ich, ist mir noch nie untergekommen. Stelle ich mir interessant vor. Stelle ich mir cool vor. A Cappella ist auch super. Pentatonix oder Vankanto sind super. Ja, 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 absolut. Oder auch, wenn es um das geht, so Beatboxing oder sowas in der Richtung. Ich finde das total faszinierend, was Menschen da aus ihrer, ich sage mal, aus ihren Hälsen rausholen können. Aus ihren Hälsen und Mund, Mund, Mündern. Der große Bruder von der Blockflöte, nur eine tiefere Tonlage und ein wenig länger. Ah, okay. Ah, verstanden, verstanden. Hallöchen Siebel. Hi, hallo. Auch wenn du nicht mehr so krass vorbei bist, was Metal angeht. Sowas wie das Mainstream-Rockfest vermisst du schon. Dein Art ist Mörder. Im Skater's Palace war schon wild. Und du danach taub. Ja, aber das ist immer so. Nach einem Metal-Konzert musst du taub sein. Und je nach Band gegrillt. Je nach Band auch gegrillt. Also, Rammstein war ich leider noch nie, aber bei N-Extremo in der ersten Reihe stehen ist halt auch. Ja, du wirst halt dann innerhalb von diesen eineinhalb Stunden, die die spielen, oder vielleicht eine Stunde zum Brathähnchen. Oder du fühlst dich danach so. Kann man hier Link schicken? Ja, was willst du denn schicken? Und dein kleiner Bruder spielt Klarinette. Ah, das kenne ich noch. Das kenne ich noch. Und was du machst, wenn die ganzen Bands aufhören, Integra? Ja, es ist... Es gibt ganz viele andere tolle Bands, tatsächlich. Ganz viele andere tolle Bands. Ganz, ganz, ganz... Du hast wirklich unendlich viel Auswahl. Nahezu unendlich. Also, das geht schon. Eine Hörprobe von einer Balkan-Rockband. Ah, ja, ja, nee. Rapid, dann lass das mal. Ich bin da vorsichtig, was Musik angeht. Weil man weiß ja nicht, was dann passiert. Und falls dann irgendwann mal eine Werteverwertungsgesellschaft daherkommt und sagt so, mörp, so, ne, da bin ich sehr, 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 sehr vorsichtig. Du wolltest im Januar-Gravedigger sehen. Niemand will hier mitkommen. Oh, die gibt's doch auch schon seit Mittelalter gefühlt, oder? Holy shit. Du warst früher Anfang 2000er Fan von denen. Und einfach vor Old Times, sag ich nochmal, bevor die alle in Altersschwäche von uns gehen. Ja. Ich soll's nicht abspielen. Ja, gut. Ja, okay. Ja, dann ist in Ordnung. Dann ist in Ordnung. Und Hi, Hexer. Hallöchen. So. Aber böse Alte. Und Säbel, wie schaut's denn bei euch aus? Also, bei Säbel stelle ich schon fest, der geht auch eher so ins Rock. Weiß nicht, ob man Gravedigger schon als Metal sehen will. Genre. Aber habt ihr Instrumente gespielt? Spielt ihr Instrumente? Wollt ihr Instrumente spielen? Spannend, spannend, spannend. Bei Hexer weiß ich, was er für Musik hört. Das ist jetzt... Aber du kannst es trotzdem gerne nochmal sagen. Letztes Jahr warst du Full Force Festival. Du liebst es in Extremo Bullet for My Valentine, weil ich es liebst und so weiter. In erster Reihe einfach mega blaue Flecken und Rippenprellung inklusive. Ja, dann hat es sich gelohnt, ne? Aber so richtig. Ja, mein letztes Festival ist ewig her. Das ist wirklich ewig her. Lass mich mal kurz überlegen. Ne, das letzte... Ne, das habe ich neulich erst erzählt. Mein letztes Konzert war El Veti in Hamburg. Im Dezember 2019. Und davor war es wahrscheinlich die Eisheilige Nacht. Nicht sicher, welches Jahr. Nicht sicher, welches Jahr. Gut, sofern man jetzt das MPS nicht als Festival sehen will. Das geht ja in Richtung Festival. Alles, was mir zu hart ist, ist dein Musikgeschmack. Ja, ja, das ist richtig. Das ist richtig. Jetzt ist mein Musikgeschmack schon bei weitem nicht Mainstream, ne? Aber du toppst das nochmal. MPS ist super. MPS ist mega, ja. Mario und du hört beide ziemlich ähnliche Musik. IBM, Industrial Techno plus Trans, gern Klassiker von frühen 2000ern. Also genau das, was ich damals gehört habe, bevor ich in Richtung Metal abgebogen bin. Metal, aber auch mal was Schlagerpoppiges zum Abfeiern. Und ein 80er. Instrumente, du hast ein Stage-Piano, aber nie Musikunterricht gehabt. Wolltest du es selber lernen? Jetzt verstauben 400 Euro unter der Couch seit fünf Jahren. Ja, das ist das, was wir, ne, was, was vorhin Amy halt auch schon meinte. So, die Motivation, das selbst sich irgendwie beizubringen, ist halt echt, ja, echt schwierig. Echt schwierig. Also, wenn man da nicht irgendwie einen eisernen Willen hat, ist man halt einfach viel zu leicht wieder davon abgelenkt. Und dann ist es halt, ne, weg. Das komplette musikalische Talent hat dein Zwillingsbruder erhalten. Spielte schon das Kind im Kaufhaus Musik an einem Klavier nach. Da konnte er kaum über die Tasten gucken. Finde ich gut. Finde ich gut. Also, du bist, äh, dementsprechend nicht instrumental unterwegs. Könnte man jetzt so sagen, ne. Dein letztes Konzert war Nightwish in Frankfurt. Das war das erste, wo du alleine warst. Die, äh, doch, das ist das erste, wo du alleine warst, waren die, nein, das erste, wo du alleine warst, waren die, nein, das erste, wo du alleine warst, waren die erste 1996 mit 13 Jahren. Haben die dich da schon reingelassen? Mit 13? Ja, doch, doch, das, 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 doch, das könnte gerade so gehen, ja, doch. Mit, mit 13 darf man sowas. Ja, cool. Nightwish wollte ich mal eine ganze Weile lang live sehen, aber hat sich irgendwie nie ergeben. Summary's warst du auch schon, Wacken bekommst du nicht gebacken. Ja, die, 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 die Tickets für Wacken sind halt auch weg. Eine Minute, nachdem sie verfügbar sind, ne. Das ist halt auch so eine Sache. Dein erstes und einziges Festival war Wacken 2018. Hexer, du musst auf mehr Festivals gehen. Du glaubst, dein letztes und das ist Jahre her, war Dragon Force. Der Drummer einfach, okay. Dragon Force stelle ich mir auch cool vor. Live, ja, doch, durchaus. Du hörst gern bunt gemischt, äh, den Klassikern wirst du immer treu bleiben. Äh, Ärzte, Sportfreunde, Stille, Blink-182, Metallica, Tom Allen, äh, The Strangest. Das ist so deine Basis, je nach Stimmung auch gern einfach langsame Melodien in Richtung Glowfire oder einiges, von dem du nun die genaue Bezeichnung nicht weißt. Oder so, EDM, EDM-R? Ist das ein R zu viel, oder ist das eine Richtung, die ich nicht kenne? EDM-R, Mietwagen. EDM-R, nein, E, ja, was jetzt? Was ist EDM-R, EMDR? Umgedreht, ist ein ressourcenorientiertes Kurz-Zer-Therapie-Verfahren. Hä? EMDR? Eye Movement Desensitation and Reprocessing. Was? Vielleicht sollte ich Musik dazuschreiben. Moment. Trägt so eine mentalen Erholung. Ah, okay, sowas in der Richtung. Also quasi ASMR als Musik. Wenn ich es jetzt mal ganz, ganz kurz und sehr lapidar zusammenfassen kann. Okay. Okay. Rock, Hard Rock, Metal, aber auch Filmmusik. Durch Spiele hast du gelernt, dass du einen absurden Hang zu Shanties hast. Same, böse Alte, same. Ich liebe Shanties. Ich wusste das auch nicht. Das bis zu einem gewissen Assassin's Creed Teil. Shanties sind einfach mega. Warum auch immer. Manchmal hörst du ja auch einfach gern mal, was so im Radio läuft. Oh, das kommt für mich gar nicht in Frage, ne? Das kommt für mich gar nicht in Frage. Damals hat sich niemand um Jugendschutz geschert. Ja, das ist so. Das ist so. Theme-Socks von Spielen, Serien, Filmen findest du auch super. Gerne auch diverse Remixes. Ja, 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 same. 2018 auf dem Wacken im Mädstand und im Mittelalterbereich am Arbeiten. Du kamst aus der Schicht und standest instant in dem Feuerschwanz-Mauschpit. Oh, nice. Auch gut. Nightwish Läufe sind großartig, wenn man was mit Symphonic Metal anfangen kann, sind die echt zu empfehlen. Ja, das glaube ich. Das glaube ich sofort. Hey, Samar, nur als Musik. Ja, siehste, ich habe nur einen Satz auf Google gelesen und schon war mir klar, was das ist. Kenne ich dann sogar. Ich wusste nur nicht, dass es unter diesem Kürzel läuft. Deine Lieblingsmusik sind die qualvollen Schreie deiner Opfer. Ja gut, je nachdem, wie gut die harmonieren, können da durchaus auch tolle Melodien entstehen. Also ja, doch, es gibt bestimmt auch ein Musikgenre, das sich so, das darauf basiert. Also gibt es garantiert. Du musst deine Kinder einschläfern. Alles klar, Säbel. Dann bis gleich. Keltische Musik ist auch mega. Prinzipiell bin ich bei allem oder erst mal so mehr oder weniger allem angetan, in dem es Dudelsäcke gibt oder Sackpfeifen. Da gibt es ja tatsächlich einen Unterschied zwischen Sackpfeife und Dudelsack. Ich weiß nicht, wo der ist, aber es gibt einen Unterschied. Und bezeichnest du einen Sackpfeifenspieler als Dudelsackspieler, ist der pisst. Ähm, aber ja. Ähm, also da, da bin ich tatsächlich auch sehr, sehr großer Fan davon. Du bist mal im Halblurk. Du musst leider deiner Rimworld-Sucht weiter nachgehen, auf die dich jemand Bestimmtes wiedergebracht hat. Ich wasche meine Hände in Unschuld. Ich wasche meine Hände in Unschuld. Ich habe dich nicht dazu animiert. Ähm, du hast nur zugeguckt und dann warst du inspiriert. Ähm, Sea Shanty ist auch super. Ja, 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 ja. Warum auch immer. Ich dachte eigentlich immer, ich mag, also so Shantys oder so sind nix für mich, aber offensichtlich, ja, doch, schon. Kalimba oder dem Banjo? Banjo ist auch wild, ja. Ja, es gibt halt auch echt so Instrumente, wenn die irgendwo drin sind, ist man dem Ganzen erstmal, ne, wohler gestimmt. Und, das stimmt wohl, Kehlkopfgesang ist auch super, ja. Ja, ja, ja. Und sauschwer. Ähm, also dieses, dieses zweistimmige Singen ist ja, ist ja völlig wild, aber sehr, sehr cool. Hashtag Benni ist schuld. Ich wasche meine Hände weiter in Unschuld. Das Erinnern an das Spiel hat völlig gereicht, ja. Aber es ist, ne. Was Neko sagt. Ja, ja. Streamer ist immer schuld, ne. Das, das muss einfach so. Ist auch so eine universelle Wahrheit. Ich verstehe schon. Du hörst gerne beim Saufen Irish Punk. Ja, alles, was Punk im Namen hat, ist nicht meins. So, so gar nicht. Warum auch immer. Das ist schon, ja. Also, mein, mein Musikgeschmack bleibt tatsächlich auch beim Saufen bestehen. Ich werde dann eher noch ein bisschen engstirniger, was das angeht. Kurioserweise hörst du ab und zu auch ganz gern mal Eminem. Bei mir ist es Fort Miner von Mike Shinoda, dem Rapper von Linkin Park, also dem sein Solo-Projekt. Obwohl, da sind so viele Gastmusiker dabei, dass ich daran zweifle, dass es ein Solo-Projekt ist. Aber Fort Miner höre ich, die haben nur ein Album. Aber das ist einfach grundlegend gut. Obwohl es eigentlich gar nicht meine Musikrichtung ist. Und du magst die unterschiedlichsten Genre bei Musik, solange es gut klingt und im Ohr bleibt. Du magst nur keinen Schlager oder Volksmusik. Ja, das haben wir heute schon öfter gehört. Das haben wir heute tatsächlich schon öfter gehört. Den einzigen Schlager, den ich höre, ist der, der Schlager verarscht. Und das ist von Electric Callboy und das ist noch gar nicht so alt. Ich habe vergessen, wie der Titel heißt, aber das ist der einzige Schlager, den ich höre. Das auch nur, weil der eine Minute lang ist und danach geht es so richtig ab. Was hat meine Chatbox deine Nachricht gefressen? Welche? Wenn du definierst, welche? Eigentlich nein. Das sollte nicht. Alternative Rock ist auch nice. Das lässt kein Schlager, das kannst du beim Saufen alles ab. Ja, ja. Dann war es der Twitch Chat. Ja, offensichtlich, ja. Okay. Ja, wenn das die Nachricht ist, dann habe ich die noch nirgendwo gesehen, ja. Die habe ich noch nirgendwo. Nope. Die ist neu. Ja, keine Ahnung. Wieder irgendwas schief gegangen. Und sich bist du derzeit im Defco unterwegs, aber deine Favorites, Lorna Shore, brechen den Defco-Bereich derzeit auf, da die sehr viele Symphonic-Enflüsse haben. Und sich kommt derzeit auch wieder viel Hardstyle mit dazu und alles, was einen schnellen Beat und harte Drops hat. Vor allem die Drops, ne? Also jetzt mal ganz, sind wir mal ganz ehrlich, so ein richtig geiler Drop in einem Song ist einfach der Hammer, ja. Und du warst mal von der Schule aus, ein paar Tage in der Musikschule und du hast Gitarre getestet. Bist aber vermutlich dann nicht dabei geblieben, wenn ich das jetzt da so aus, so zwischen den Zeilen lese. Nope. Ja, okay. Es ist aber auch schwierig, ne? Es ist einfach schwierig, an irgendwie sowas dran zu bleiben, ne? Gerade wenn man es irgendwie für sich allein machen würde oder so, ja. Wenn man in einer Band ist, ist das, glaube ich, nochmal eine ganz andere Motivation oder wenn man es mit anderen macht. Aber das ist das gleiche Thema bei Sport. Wir gehen schon gerne alleine joggen. Es ist, glaube ich, schon immer sehr, sehr ähnlich. Melodic Death Metal, ja. Melo Death ist nach New Metal meine Einstiegsdroge in den Metal gewesen. Und immer noch. Irgendwann wurde es aber dann sehr, sehr, sehr progressive. Also meine, meine, ich hasse es eigentlich, das zu sagen, Lieblingsband und so. Okay, sagen wir es mal so, die Band, die ich immer noch am meisten favorisiere, ist Scar Symmetry und die sind, glaube ich, seit zwölf Jahren dabei, den zweiten Teil ihrer Albumtrilogie zu bauen. Ich rechne nicht mehr damit, aber ich habe ein Google Alert da drauflaufen, dass, sobald da News kommen, dass ich das mitbekomme. Aber holy shit, das ist immer noch so ziemlich das Geilste. Und Hallöchen, Eol. Hallo, hallo. Und Anni geht gerne alleine joggen. In Berlin. Anni, du brauchst dringend Freunde. Das ist Berlin. Das ist... Hallo? Schwierig. Sehr schwierig. Du hast Freunde, du brauchst Freunde, die mit dir joggen gehen. So ein Beat Drop ist auch nur eine andere Art von einem Breakdown. Ja, 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 ja. Absolut. Ja, stimmt schon. Power Metal ist auch definitiv nicht so ganz meins. Es gibt Ausnahmen, aber die sind gar nicht mal so zahlreich. Breaking Down von I Prevail hörst du seit Tagen fast in Dauerschleife. Ich mache das auch ab und zu mal, dass ich dann irgendwie so einen Song habe, den ich wirklich tagelang gefühlt nur höre, ohne irgendwie was anderes dabei. Das Problem ist nur, dann habe ich den Song so dermaßen tot gehört für mich, dass ich ihn danach quasi nie wieder hören will. Das ist echt, das ist ein Problem, wenn du den Song so magst, dass du ihn danach nie wieder hören willst. Du willst alleine Sport machen und ihr habt einen Park in der Nähe, der okay ist? Okay. Du magst zusammen Sport nicht so sehr. Aber gegenseitig motivieren und anpowern und keine Ahnung, ich mache keinen Sport. Ich werfe nur mit Begriffen um mich, um zu reden. Running Wild ist auch mega nice. Bist du nur leider zu alt, um die live zu sehen. Zu alt, um die live zu sehen. Uh, okay. Interessant, interessant. Sabaton, Hammerfall, ja, die habe ich auch viel gehört. Dann kam Asking Alexandria und Parkway Drive. Ja, bei mir war es, äh, ich habe vergessen, wie die Bands heißen. Relativ kleine Metalcore-Bands, aber ja, ich bin auch dann irgendwann in den Metalcore abgerutscht und da hängen geblieben. Und es ist leider immer noch geil. Nicht so wie Melodev, der war damals vor 20 Jahren oder so gut. Ne, mit, mit, mit in Flames und, äh, was gab es denn noch alles? Sonic Syndicate, glaube ich. Ähm, und, 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 Soilwork. Aber die, 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 die sind ja alle nicht mehr das, was sie mal waren. Finde ich merkwürdig, ne? So, und Hallöchen Sky. Hallo, hallo. Dankeschön für den Raid. Einen wunderschönen guten Abend. Wie geht's euch? Was habt ihr getan? Ich vermute mal, böse, alte Burzelt gerade irgendwas. Das heißt, ich gebe euch jetzt mal ganz schnell und klammheimlich einen Shoutout, um zu gucken, was ihr getan habt. So. Oh, Dungeons & Dragons, deine, deine, ah, was war das? Solo-Kampagne, ne? Oder, ne, nicht, nicht, nicht direkt Solo-Kampagne, aber... Du hattest doch mal was erzählt. Ja, cool. Wie war's? Wie war's? Arrg! Nein! Oh, shit, böse, halt, es tut mir leid. Es tut mir leid. Gibt's hier auch Begriffe, die du kennst? Eol, erzähl doch mal von deinem Musikgeschmack und ob du Instrumente spielst. Neben Klemmbausteinen aneinander schlagen. Danke für die Erinnerung an Scarce Symmetry, die hast du ganz vergessen. Ich warte halt seit Jahren auf dieses zweite Album, weil das erste Album dieser Trilogie ist für mich das beste Album, das jemals existiert hat und existieren wird. Aber offensichtlich ist da nix momentan. Sehr, 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 sehr schade. In Flames hat er etwas Neues rausgebracht, im alten Style. Da muss ich vielleicht mal reinhören. Aber die haben sich irgendwie in eine Richtung entwickelt, die mir nicht mehr gefallen hat. Gar nicht mehr. Aber hey, Rise of the North Star ist auch geil. Das sagt mir was. Das sagt mir was. Du als einziger Spieler. Ja, okay. War ein bisschen close gegen die Orks, Halb-Orks, komische Rankenviecher und kleine Baumpüppchen. Aber du hast es überlebt. Ey, das ist das Wichtigste. Das ist definitiv das Wichtigste. Aber Sky und auch gerne Zuschauerschaft von Sky, die gerade hier rübergeworfen wurde. Wie schaut es denn bei euch aus? Musikgeschmacktechnisch? Instrumentetechnisch? Was hört ihr? Was spielt ihr? Was wollt ihr spielen? Möglicherweise. Vor 20 Jahren konntest du ein wenig Keyboard spielen und dein Geschmack. Am liebsten klassische Sinfonien. Dazu J-Pop und natürlich 70er, 80er, 90er Musik. Oh ja, okay. Ich habe J-Pop vergessen. Den mag ich tatsächlich auch. Und J-Rock. Weil der so unkonventionell ist für uns. Für unsere westlichen Ohren. Man muss sich ein bisschen darauf einlassen. Aber dann wird das geil. Das ist eine wichtige Frage. Wie bekommt man das Ziel neben sein Infoding unterm Stream? Man kann irgendwo Ziele einstellen. Ich glaube, das ging im Dashboard. Ich bin aber nicht sicher, wo im Dashboard. Doch, Ziele verwalten. Genau, da kann man das einstellen. Ich bin aber nicht sicher. Ich glaube, das ist noch ein Experiment. Das ist noch nicht bei allen, die ein Ziel eingestellt haben, dass das da erscheint. Aber prinzipiell im Dashboard, bei diesen Quick Actions, bei den schnellen Aktionen, müsste ein so ein Button mit einem Herzchen sein. Und das sind die Ziele. Da kannst du die einstellen. Kannst du auch ein Sub-Goal und so einstellen. So. Du hast fast alles außer Schlager, aber spielen kannst du nichts. Schon wieder Schlager. Niemand mag Schlager. Ich finde das gut. Du kannst nur diese Browserquelle erstellen. Ja, das ist aber genau die Stelle. Da stellst du das Ziel ein, ob du die Browserquelle dann nutzt oder nicht. Das ist ja was, 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 ne, ist ja optional. Die musst du nicht einbinden. Aber das sollte eigentlich die Einstellung sein. Also zumindest kenne ich keine andere. Babymetal ist auch nice. Habe ich schon lange nicht mehr gehört. Schon sehr lange nicht mehr. Müsste ich nochmal reinhören. Aber ja, als die aufgekommen sind vor ein paar Jahren. Ey, mega gut. Mega gut. J-Pop kam durch so viele Anime. Ja, bei mir auch. Genau das. Genau das. Ab und zu gibt es halt doch einfach so ein Intro, das dann hängen bleibt. Oder auch möglicherweise ein Outro. Und dann, ja. Ist da, ja. Kommen da Dinge. Du hast mir aber das neue Zeug von Inflames geschickt. Alles klar. Das werde ich mir nachher mal anhören. Damit ich da mal auf einem neuen Stand bin und vielleicht nicht mehr über Inflames herziehen kann. Oder herziehen sollte. Viel Metal, ein bisschen Deutschrap. So Alligator. Ja, okay. Okay. Deutschrap ist aber, also jetzt mal Alligator ausgenommen. Der ist ja noch, sag ich mal, handzahm. Aber so dieses ganze Deutschrap-Gedöns ist ja irgendwann auch in eine Richtung abgedreht, die irgendwie, weiß ich nicht. What? Ne, das ist ja schon auch, hä? Also, so dieses komische Gangster-Rap-Gedöns oder was weiß ich. Das ist ja ganz furchtbar. Also ganz schlimm. Also so richtig. Ein paar gute Schlager gibt's. I don't judge. Ich guck nur komisch. Du hast das Ding nicht unter dem Stream vielleicht, Peter? Ja, das meinte ich mit Experiment. Ich glaube, das haben noch nicht alle. Das ist noch nicht komplett ausgerollt. Und wie, wie, Snowy? Du musst doch mit dem Game Master quatschen. Bis gleich. Alles klar. Alles klar. Den deutschen Gangster-Rap magst du gar nicht. Dann lieber fettes Brot. Afro, 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 das sagt mir nicht. Fanta 4. Ja, 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 genau. Das geht noch, ne? Das geht noch. Rauchen, Dusche, Bett. Es ist 19.19 Uhr. Was? Heino hat mal ein Album, ja, Rock- und Metal-Songs gecovert. I know. I know. Ich hab das gehört. Und es ist jetzt nicht unter meinen Favoriten, aber das ist das Einzige, was man von Heino hören kann. Also, da waren schon ein paar interessante Sachen dabei. Sehr, sehr wild, aber witzig. Deine erste Maxi-CD war Rammstein mit Sonne. Das war damals schon ein Zeichen. Meine erste Maxi-CD war Aqua. My, oh, my. Yep. Genau, ich hab kurz überlegt, ob es Barbie Girl war. Nein, es war My, oh, my. Es war der zweite Song von denen. Mein erstes Album war, äh, Europop von Eifel 65. Also, ja. Das, das, das war das, als ich CD-Spieler bekommen hatte. Lieber Bett, rauchen, duschen. Reihenfolge, weiß ich nicht, ob die nicht, nee, weiß ich nicht. Gut, könnte man aber auch tun, ja. Theoretisch. Du musst um vier Uhr raus, sonst kommst du nicht pünktlich. Ja, okay. Ja, ja, ja. Das stimmt, du hast ja Berufsschule, ne? Ach. Zum Kotzen. Mochte ich früher auch nicht. Aqua, Aqua ist immer noch, nein, es ist einfach nicht mehr gut, aber. Damals war das halt so. Dr. Jones war auch nett von denen, ja, 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 alles, ne, so die, die kompletten 90er waren halt komplett wild. Ich sag nur, K2 mit der Berg ruft. Dieses Lied ist bis heute in meinem Gedächtnis verblieben und zwar dermaßen fest, dass es da nie wieder rausgeht. So, die erste CD, die du dir geschenkt bekommen hast, war von den Schlümpfen. Danke, liebe Eltern, das war kein schönes Erlebnis. Von den Schlümpfen hatte ich Kassetten. Das war noch, bevor ich auf CDs umgestiegen bin. Da hatte ich noch diverse Kassetten davon. Was, und du lachst immer noch darüber, dass ich Lorna Shaw nicht so abfeiere, aber wie du den Song in a return to nothingness nutzt, feierst. Nee, Lorna Shaw ist nicht so ganz meins. Das liegt nicht an der Musik, das liegt an der Stimme. Also, wenn ich keine Stimme mehr kenne, weil das einfach auch geschlachtete Tiere sein könnten, dann, da ist meine Grenze. Da ist tatsächlich einfach meine Grenze. Aber, ja. Aqua, was ist da los? Ich habe früher Trance gehört und so einen Scheiß. Ich habe tatsächlich auch noch so eine Trance-Compilation hier in meinem CD-Regal rumstehen, die ich mir damals gekauft habe. Und lauter so gedönst. Und dann kam irgendwann 98 Rammstein mit Du riechst du gut im Fernsehen. Und das war dann mein erster Kontakt mit dem Metal. Und von da aus ging es dann später mit Limp Bizkit und Linkin Park weiter. Aber man könnte sagen, Rammstein ist schuld daran, dass ich in die Metal-Schiene abgerutscht bin. Irgendwann. Vor langer, 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 langer Zeit. Und Hallöchen Adel. Hi. Hallo, hallo. Erzähl uns doch mal von Deinem Musikgeschmack und ob Du ein Instrument spielst oder spielen willst. Musik bei Dir eigentlich alles außer Hip-Hop-Schlager und von Kindern gesungene Lieder. Du würdest gerne Gitarren spielen, kannst dich aber nicht aufwarfen. Ja, kenn ich. Das Wichtigste zur Musik auf eurer Hochzeit hat er ja nicht verschwiegen. Eure Torte kam zum Doctor Who Theme und das Buffet wurde mit dem Zelda Ocarina of Time Drohnenöffnungslied eröffnet. Ihr seid einfach die totalen Nerds, oder? Ich lieb's. Es ist super. Sehr schön. Früher hattest du immer Bravo-Hits und sowas. Nee, die hatte ich nie. Die hatte ich tatsächlich nie. Ich war schon sehr, sehr früh. Ich hab genau eine einzige Compilation in meiner ganzen CD-Sammlung. Und, äh, ja. Ich war schon immer auf Alben aus. Schon immer. Nichtsdestotrotz hatte ich natürlich die Bravo-Hits in irgendeiner Art und Weise immer wieder mal gehört. Ähm, aber das war dann eher, ne, sag mal so wie's ist, Raubkopien. Weil damals hatten die Dinger ja keinen Kopierschutz. Die hast du reingepackt und zack, bumm, fertig. War gar kein Thema. Dadurch hatte ich die dann digital, aber das war's auch schon. Ich hatte auch sehr, sehr lange Zeit einen iPod mit 120 Gigabyte, äh, Kapazität. Ne? Den iPod Classic. Oder waren das 60 Gigabyte? Ich bin nicht mehr sicher. 60 oder 120? Und dann kam halt doch irgendwann mal ein Smartphone und dann, äh, sowas wie Spotify und so. Und seitdem ist der tot. Aber mein iPod hat mich sehr, sehr lange begleitet. Sehr, sehr lange. Deine erste Platte war das weiße Album der Beatles. Das kenn ich nicht, ne? Das, das war vor meiner Zeit. Die erste CD von Neko war von Uncle Cracker. Der sagt mir, oder, der, nee, sagt mir auch gar nichts, ne? Überhaupt nichts. Zum Thema Shanties hast du bis heute das eine Lied von Black and White in den Ohren. Wir können nicht segeln, wir brauchen mehr Holz. Das kenn ich nicht, weil ich hab Black and White damals nie gespielt, ne? Das ist, ja, ich, ich kenne das Spiel, aber ich hab's nie selbst gespielt. Aber, ja, das ist, äh, gerade so die alten Spiele hatten schon so ein paar, so ein paar Voice-Lines oder so drin, die man sich auch einfach merken kann. Wisst ihr noch, wie stolz man war, wenn man den ersten Discman in den Händen gehalten hat? Und wenn der dann auch noch Shock-Protection hatte für 20 Sekunden oder so, konntest du sogar Rad fahren damit. Über Steine. Und es ist nicht sofort stehen geblieben, das Ding. Mega. Mega. Ja, Hexer. Ja, das ist meine Grenze. Du hast mal Schlagzeug gespielt. Bist du arbeiten gegangen bist, dann leider keine Zeit mehr dafür. Ja, Schlagzeug ist, glaube ich, auch in Mietwohnungen oder so in den Mietwohnungen wahrscheinlich relativ schwierig. An alles andere kann man ja relativ leicht einen Kopfhörer anstecken. Aber ein Schlagzeug? Ich sag mal, selbst wenn du diese Dinger mit dem Plastik, also die relativ leisen Dinge hast, je nach Wohnung ist das trotzdem zu hören. Einfach eine Hochzeit-Torte stand was in der Sprache der Timelords aus Dr. Who und obendrauf das Brautpaar rannte in eine TARDIS. Sehr cool. Sehr cool. Black and White nie gespielt zu haben ist ein großer Fehler. Ja, ich weiß, ich weiß. Also zumindest glaube ich, dass ich es nie gespielt habe. Zumindest nicht ganz. Ich weiß schon durchaus, dass ich mal irgendwann so eine Kuh gewatscht habe, weil sie irgendwo hingekackt hat oder so. An sowas kann ich mich erinnern, aber ich kann mich nicht daran erinnern, das jemals beendet zu haben. Shock Protection und dann beim Joggen war super in der Theorie. Ja, das Dumme ist nämlich, wenn die Shock Protection ausgelöst hat und dann diese 20 Sekunden, die gespeichert waren, vorbei waren und man nicht in der Zeit quasi absolut ruhig stand, dann hat sich diese Shock Protection ja nicht mehr aufgeladen, weil wie auch, weil der Laser und die CD sind ja gesprungen in dem Moment. Ja, dann standest du wieder ohne Musik da. Toll. Und WB, Amy, dir wollte mal jemand deinen MP3-Player abziehen, während du deinen Discman in der Hand hattest. Warum hattest du beides dabei? Das finde ich gerade spannender als das, dass dir das eine geklaut werden wollte. Äh, sollte. Wie genügsam wir doch früher waren. Genügsam würde ich jetzt so nicht unbedingt unterschreiben, ne? Ich hatte den iPod Classic ja nur deswegen, damit ich meine komplette Musiksammlung mitnehmen konnte. 25.000 Titel. Damals. Also, als genügsam würde ich das jetzt nicht unbedingt bezeichnen. Aber vielleicht bin das auch nur ich. Foto von Torte ist im Discord. Schaue ich mir nachher an. Ich bin sehr gespannt. Sehr, sehr, sehr gespannt. Musik hörst du eigentlich alles, alles was Metal ist, Drum'n'Bass, Dark Techno, Dark Techno, okay. Lo-Fi Dunheim. Ist das eine Band oder ist das ein Genre? Eine Band, wie es ausschaut. Viel Hip-Hop, Rap gehört, Eminem und Co. Ja, Eminem hören, glaube ich, doch einige, ne? Du bist wieder da, duschen dauert noch. Wurde die Dusche vor der Nase weggeklaut? Wow. Also, du hattest keinen dabei. Der konnte nur nicht begreifen, dass du noch einen Discman hattest. Oh, okay. Verstehe, verstehe. Du hörst keinen Schlager oder Volksmusik. Alles, wo Leute gute Laune bekommen und saufen. Also, ich sag's mal so. Der richtige Metal bringt mir auch gute Laune. Zum Saufen bringt mich sowieso quasi nix, aber... Ich weiß nicht. Egal welche Musik. Es gibt, glaube ich, nur zwei Lieder, die mich wirklich runterziehen. Und das auch nur, weil ich da den Fehler gemacht habe, mir die Texte anzuschauen und mich die einfach so berühren dann an der Stelle. Es gibt Songs, da habe ich das Musikvideo gesehen und den Text dazu verstanden. Und ich saß wirklich sturzbäche heulend vor meinem Fernseher. Ja, Musik kann auch tatsächlich so eine Wirkung haben. Aber ansonsten bin ich eigentlich immer schon, wenn ich das Richtige höre, habe ich da schon gute Laune. Das Einzige, was ich merke, je schneller der Metal ist, während ich Auto fahre, desto schneller fahre ich Auto. Und das Ganze steigt dann noch proportional mit der Lautstärke im Auto. So ab 150 BPM oder so wird's dann etwas kritisch. Weil dann reicht irgendwann der Tacho nicht mehr. Mit Malle Musik und Après-Ski kann man dich auch jagen. Ja, das verstehe ich. Das verstehe ich total. Das ist auf Schlager- und Volksmusik bezogen. Ja, ja, aber... Alles, wo Leute gute Laune bekommen und saufen, kann man durchaus auf jedes andere Genre beziehen. Ja, das meine ich damit. Bevor ich es vergesse. Snowy! Dankeschön für sechs Monate mit Prime. Dankeschön. Danke, danke, danke. Und willkommen zurück. Quasi. Obwohl du warst nie wirklich weg. Aber nice. Sehr nice. Damit hast du jetzt das gelbe Abzeichen mit der 6 drin. Cool. Sehr cool. Ähm, so, wo war ich jetzt? Enomini. Du hast dir mal die Tage die Songtexte von denen durchgelesen und du wunderst dich, dass du nicht in die rechte Szene abgerutscht bist. Ja, Enomini ist schon ein bisschen grenzwertig, ja. Das ist, äh, ja. Schon irgendwo. Hier oder La Luna kannst du nicht mehr hören, seit ihr das in Spanisch übersetzt habt. Oh Gott, war das nicht von... Nee. Ja, aber das... Oh Gott, ja, da klingelt was. Ich habe jetzt nicht die Melodie im Kopf, aber ja, das kommt mir sehr bekannt vor. Speed-Metal-Verbot. Du, doch, es gibt auch andere Genres, die so viel BPM erreichen. Was auch sehr, sehr wild ist, ist Marf-Metal. Also, Mathe-Metal. Das ist einfach völlig Banane, wenn du denen beim Spielen zuschaust, weil was die da abziehen mit ihren Saiten auf den Gitarren, ist einfach völlig, völlig außerirdisch. Wenn Noten auf mathematischen Berechnungen basieren, statt auf Klängen, dann kommen echt, echt komisch, also echt coole, aber auch sehr merkwürdige Sachen bei rum. So. Was viel Eisweicher und Böse Onkels gehört? Ja, das habe ich früher auch. Ja, das habe ich früher tatsächlich auch. Irgendwann war es dann damit vorbei. Definitiv. Wie sagte Darkwing Duck schon? Ich bin der Kaugummi, der in deiner Schuhsohle klebt. Hat er das? Ja? Echt? Ich kenne nur noch 2-1-Risiko. Oh, Darkwing Duck ist so gut, ne? Und Safri, du. Ja, okay, ja, das war cool, ja. Das war sehr cool. Wobei die hatten, ich habe da mal irgendwann, ist jetzt auch ein paar Jahre her, aber noch nicht so lang, wie Safri-Duo quasi her ist, mal in ein Album von denen reingehört und dann halt auch festgestellt, dass die irgendwie halt auch, ähm, da klingt halt alles gleich in meinen Augen oder in meinen Ohren besser gesagt. Aber, das ist, das, an sich war das cool, ja. An sich war das sehr cool. Du hast die komplette Serie, Eol. Nice. Darkwing Duck ist halt überragend, ja. Was ist das denn? Von Eisbrecher hat so viele Anime-Songs, der in der Kindheit gesungen, unter anderem den Poker-Rap. Echt? Oh, okay. Interessant. Warum hat Safri-Duo eigentlich aufgehört? Keine Ahnung. Sowas ist also, pfff... Ja. War das nicht auch so, so, so in Richtung One-Hit-Wonder, ne? Oder haben sich die länger gehalten? Bin ich jetzt gar nicht sicher. Ihr habt mal wieder eine Folge Darkwing Duck geguckt. Heute ist es echt anstrengend. Echt? Okay. Dann merken, niemals Darkwing Duck gucken und lieber die rosa-rote, ähm, Vergangenheitsbrille aufbehalten. Eieieiei. War etwas eintönig. Ja, es war halt einfach das eine Feature von denen, ne? Hm. Was? Es gibt YouTube-Videos, wo die den Poker-Rapper auf der Bühne performten. Vor allem fehlt in der deutschen Version ein Pokémon. Ich bin nicht, ich bin nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, es ist Lapras. Ich glaube, Lapras wurde vergessen. In der deutschen Version. Das ist halt total toll. Oder wurde doppelt genannt. Ich bin nicht mehr hundertprozentig sicher, aber es gibt in der deutschen Version des Poker-Rap einen Fehler. Es gibt einen richtig, richtig, richtig doofen Fehler, der eigentlich so nicht passieren darf. Hallöchen, Andi. Hi. Hallo, hallo. Pix veröffentlichte seine Haustracks unter dem Pseudonym Housemaster Kinky J. Wow. Was für ein Pseudonym, hey. Er singt außerdem viele Intros von Anime-Serien, wie zum Beispiel Pokémon Digimon oder Dragon Ball Z. Sein erfolgreichster Song ist das zweite Pokémon-Intro-Welt, das sich in Deutschland, Österreich und der Schweiz mehrere Wochen in den Charts halten konnte. Okay. Okay. Gut. Sehr interessant, ja. Man lernt einfach nie aus, ne? Man lernt einfach echt nie aus. Sehr, sehr cool. Andi. Du hast den Fehler gemacht und in den Chat geschrieben. Deswegen wirst du jetzt gefragt. Musikgeschmack? Und spielst du Instrumente? Jetzt, äh, jetzt, 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 ne? Mir fällt nichts ein nach dem Jetzt, aber bilde dir deinen Satz. Ich frage alle, die hier reinkommen. Und bisher haben, glaube ich, alle geantwortet. Was sehr cool ist. Ich habe heute gelernt, unser Chat ist sehr Metal-lastig. So gut wie niemand mag Schlager. Alle sind davon schockiert, dass ich Aqua gehört habe. Oh, schön. Und so fandest du es immer noch sehr abgedreht aus der Furst, dass die Band von Ted aus Scrubs tatsächlich existiert. Das habe ich auch schon mal irgendwo gelesen. Und ja, da war ich auch so ein bisschen so mindblown, ne? Wo ich mir auch so dachte so, what the hell? Aber okay. Ja, warum auch nicht? Warum auch nicht? Was ist denn Beyblade V-Force? What the fuck? Ach, du Schande. Du fandest die Band witzig? Die aus Scrubs? Ja, ja, die sind witzig, ja. Das ist richtig. Die Beyblade Original-Serie? Okay. Ich dachte, die hieß einfach nur Beyblade. Okay. In der Grundschule hast du mal Blockflöte gespielt, zur Freude deiner Eltern. Und Triangel. Sonst eigentlich nichts. Oh, Triangel ist auch schön. Also, wenn das so in der Richtung Triangelspielen ist, dann habe ich auch Triangel gespielt. Neben Klavier, Schlagzeug und Gitarre. Aber, ja, es hängt halt nichts. Es blieb halt wirklich nichts hängen. Gar nichts. Leider eigentlich. Aber, hey. Was willst du machen? Lapras gab es in der deutschen Version. Dann gab es das, glaube ich, doppelt. Irgendeinen Fehler gibt es in der deutschen Version des Poker Rap. Ich weiß nur nicht mehr, welcher das war. Ich vergesse das immer. Entweder sie haben was vergessen oder sie haben irgendwas doppelt genannt. Also, ich müsste es jetzt selbst recherchieren, ne? Der Typ prägte einfach deine Kindheit. Mir ist damals nicht mal aufgefallen, dass da die gleiche Stimme singt. Arschgeige kannst du wohl auch, konntest du wohl auch spielen. Zumindest hat das mal jemand so dir gesagt. Uh, nice. Arschgeige. Schön. Sehr schön. Was isst du jetzt? Pommes. Pommes. Pommes sind immer gut. Als Alternative zu Pommes gehen auch Fischstäbchen. Und wenn die auch nicht vorhanden sind, dann Pizza. Also, ja. Du verabschließest dich noch für heute. Filmabend wartet. Mal gucken, was ihr schaut. So viel zur Auswahl. Ich überlege gerade, habe ich in letzter Zeit einen Film gesehen, den ich empfehlen kann? Ja. Netflix. Das mit Daniel Craig. Knives Out. Also Knives Out sowieso, der erste Teil. Aber auch die Fortsetzung davon war ziemlich wild. Bin ich mir jetzt nicht mehr sicher, wie die heißt. Glass Onion? Oder, ja doch, Glass Onion, glaube ich, heißt die. A Knives Out Story. Kann ich wirklich empfehlen. Sind beides keine schlechten Filme. Aber auf jeden Fall, viel Spaß dabei. Viel Spaß dabei. So, Musikgeschmack. Bunt gemischt. Hörst gern Game Soundtracks. Linken Park. Cell Dweller. Cell Dweller ist insane. Mega gut. Pendulum. Ewig nicht gehört. Manchmal auch Metallica. Auch ewig nicht gehört. Rammstein. Ewig nicht gehört. Geht auch in ganz andere Richtungen. Lorena McKennett zum Beispiel. Das habe ich noch nie gehört. Wer ist das? Geboren in Morden. Hm. Hm. Okay. Na gut, ist jetzt ein bisschen schwierig. Ich kann das gar nicht reinhören. Weil DMCA und sowas. Hä, 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 hä. Hä, 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 hä. So. Hm. Pommes mit Steak, Kräuterbutter und dazu etwas Rotkraut. Pommes gehen auch ohne Steak. Definitiv. Äh, äh, Alex Wieleski, der andere Sänger von Eisbrecher und später von Megaherz, war auch, äh, an den Anime-Intros und Soundtracks verteidigt gewesen. Die haben sich wohl gesucht und gefunden. Megaherz habe ich relativ viel, Mann, äh, relativ viel gehört. Weil das halt auch in, äh, ne, neue deutsche Härte ging und, ähm, ich da sowieso drauf abfahre oder abgefahren bin. Also doch, durchaus, aber, ja. Hm, hm. Inia sagt mir was? Ja, ja, das sagt mir was. Ja, 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 okay, ja, dann, dann kann ich mir was vorstellen. Ja, 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 passt. Hm, hm. Steak geht ohne Pommes, aber Pommes nicht ohne Steak. Oh doch. Oh doch. Doch, doch. Richtig gute Pommes ersetzen alles. Auch Steak. Hm, 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 hm. Also, ne, da, da bin ich, äh, ja. Hm, hm, hm. Aber es müssen gute Pommes sein. Hm, hm. Hm, gut, das müssen es sowieso, aber. Naja. Äh, du hast noch ein Voice-Call-Date für Splatoon. Dann, äh, ja, Joggle. Viel Spaß dabei. Bis, äh, bis, bis, bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Hm. Durch das lecker Burger. Wow. Spannend Neko jetzt extra so ein bisschen auf die Folter, ne? Hm, 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 hm. Sehr schön. Ähm, ja. Leute, habt ihr, habt ihr noch was, was ihr gerade dringend loswerden wollt zum Thema? Weil ansonsten würde ich jetzt so langsam mal in die kurze Pause verschwinden und danach, äh, können wir dann mit Restless Soul anfangen. Ich habe übrigens noch mal nachgeguckt. Ja, ich habe das Spiel inzwischen gekauft. Also nicht erst heute. Ich habe es tatsächlich schon etwas länger gekauft. Und, äh, ich habe es auch installiert. Also, wir, wir können, wir können loslegen. Ich hatte vor, ich war mir vorher nicht sicher. Bei euch gab es Cordon Bleu und Pommes. Und es geht los. Und es geht los. Eine Person fragt nach Essen und schon ist es vorbei. Sehr schön. Hallöchen Gustav. Hi. Hallo, hallo. Aus der Kinopause schaust du gerade einen Film mit Überlänge, dass es da eine Pause gibt? Habe ich auch schon länger nicht mehr erlebt, Filme mit Pause. Puttenwurst mit Reis und Kräuterbutter und danach Schokoeis. Das Schokoeis verstehe ich. Burger King Pommes oder McDonald's Pommes? Definitiv Burger King. Aber die Curly Fries von McDonald's. Also, je nachdem. Je nachdem. So. Du legst Socken, irgendwas musst du nebenbei tun. Okay. Ist halt so langweilig hier. Verstanden. Wow. Wow. Du willst endlich duschen. Ich könnte jetzt nachschauen, wann du geschrieben hast. Aber das ist ja dann schon... In der heutigen Zeit ist das wirklich lang geduscht. Mann, 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 Mann. Vielleicht gibt es irgendwie immer Pause. Du guckst gerade den neuen Avatar. Okay, ja. Es gab nur einen Film, wo ich mir eine Pause gewünscht hätte. Und das war 2012. Als ich den im Kino gesehen habe. Ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Ich glaube, das war in Mainz. Und ich wusste abends nicht, was ich tun soll. Ich war da auf einer Konferenz. Und dann hatte ich abends halt nichts zu tun nach der Anreise. Und dann bin ich da ins Kino gegangen. Und dann musste ich so dringend aufs Klo irgendwann, dass ich mehr oder weniger beim Höhepunkt des Films raus musste. Toll. Das war... Ja. Seitdem... Kaufe ich nicht mehr so viel Cola. Und ich mag tatsächlich auch, wenn Filme eine gewisse Länge haben, wenn die mit Pause angeboten werden. Ich bin da inzwischen auch so. Also, ja. Freust du dir... Was, du freust dich auf mein zweites Indie-Dev-Interview? Ja, ich auch. Ich auch. Ich auch. Für alle, die den Timer noch nicht gesehen haben. Oder auf Twitter. Oder im Discord. Am 20. Januar. In zwölf Tagen. Ab 18 Uhr. Zweites Indie-Dev-Interview mit Matteo Kovic. Ich hoffe, ich spreche diesen Namen richtig aus. Dem Entwickler von Markis Adventure. Das wird cool. Das wird sehr, sehr cool. Hoffe ich. Denke ich. Gehe ich einfach mal davon aus. Du hast uns und den Chat, damit du beim Sockenlegen nicht durchdrehst. Ah. Ja, okay. Ja, doch. Das kann ich verstehen. Das kann ich durchaus verstehen. Socken zusammenpacken sind halt auch... Oder ist halt auch eine scheiß Arbeit. Das muss leider schon wieder los. Ich wünsche allen einen schönen Abend. Gustav, viel Spaß noch beim Film. Komm raus und erzähl uns davon. Also nicht spoilern oder so, sondern Fazit-technisch. Aber viel Spaß dabei, ne? Wir werden halt... Ja, es ist so. Deswegen geht man auch vorher. Ich war vorher. Nur wenn du eineinhalb Liter Cola in zu kurzer Zeit trinkst, dann ist es egal, ob du vorher warst. Irgendwann musst du. Und laufen lassen ist nicht, weil auch wenn es dunkel ist, man riecht es. Und man sieht es danach, weil es trocknet nicht in dem Kino. Was ist, wenn alle Socken schwarz sind, aber unterschiedlich schwarz? Ich habe das Problem mit dunkelblau und schwarz. Aber ich sortiere meine Socken auch schon bevor ich sie auf den Wäscheständer hängen. Die werden dann schön brav im Pärchen oben zusammengeklippt und dann da drüber gehängt. Und dann muss ich die am Ende nur noch von der Wäscheklammer befreien. Einmal kurz zusammenfalten und fertig. Per Unterwäsche mache ich mir inzwischen schon gar nicht mehr die Arbeit, dass ich die noch zusammenfalte. Die wird einfach runtergesammelt vom Wäscheständer und dann ins Regal befördert. Fertig. Aber ja, Socken zusammensuchen ist halt schlimm. Wäscheklammer? Noch so einer? Wie noch so einer? Ich muss ja meine Socken irgendwie zusammenhalten. Und wenn du die nicht einzeln einfach nur da drüber legst, über diese Seile oder was auch immer das dann sind, dann hast du mehr Platz für mehr Socken. Sprich, du kannst in einer Wäsche viel, viel mehr Socken mitwaschen oder andere Sachen. Ich spare nur Platz. Einfach drüber hängen, da spart man zwei Sekunden pro Socke. Das würde ich so nicht unterschreiben. Das würde ich so nicht unterschreiben. Du sparst es am Ende nicht. Beim Drüberwerfen, ja. Beim danach Zusammensortieren kann es wieder ein bisschen schwieriger werden. Und ihr macht das mittlerweile auch. Es ist tatsächlich ganz praktisch, ja. Es ist wirklich ganz, ganz gut, wenn man die vorher schon sortiert. Dann hat man nachher halt einfach weniger Stress. Also viel weniger Stress, weil... Dann kannst du ja auch im Dunkeln deine Wäsche abhängen. Also jetzt im relativ Dunkeln. Du musst nicht irgendwie die Tageslichtlampe anwerfen, damit du siehst, äh, ist die Socke jetzt dunkelblau oder ist die schwarz? Und, äh, ja. Dann geht das viel, viel schneller. Ich wäre ja großer Fan eines Trockners, aber aufgrund eines relativ kleinen Bades und keines Platzes für einen Trockner habe ich halt keinen Trockner. Hm, naja. Du hast zum Glück nur dieselben schwarzen Socken zigmal. Das ist noch dazu ein Trick, den ich inzwischen auch mache, ja. Kauf einfach alles so oft, dass du wahrscheinlich nichts sortieren musst. Wow, das Lied tut ein bisschen in den Ohren weh. Geh mal weg. So. Man hat sie eh schon in der Hand. Oh ja, oh ja. Hör auf, über Trockner zu reden. Ja, okay. Halli, hallöchen Lillif, hi. Ja gut, ähm, hervorragend. So, während ihr noch über Essen und Pommes und, äh, und, 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 und Socken diskutiert und Wäsche klammern, ähm, würde ich jetzt ein kurzes Päuschen machen. Und, äh, genau. Wir sehen uns danach, hoffentlich direkt wieder zu Restless Soul. Und so mein erstes Spiel mit dem Monatsthema Monochrom. Ich weiß nur, dass wir in den kleinen Geist spielen. Deswegen auch heute passend dieses T-Shirt. Ich hoffe, dass unser Daumen dann hier nach oben zeigt, ähm, statt nach unten bei dem Spiel. Aber, gucken wir mal, was das ist. Ich glaube, es ist ein bisschen zynisch, das Spiel. Es ist ein bisschen sarkastisch, ähm, wenn ich das richtig gesehen habe. Gucken wir mal. Runde Tetris? Ach so. Ja, Spiel Tetris. Ihr habt, äh, vorgestern jetzt nicht unbedingt die beste Leistung gebracht. Also, ihr könnt es schon noch mal probieren, ne? Und Eol ist weg. Alles klar. Eol, dann viel Spaß beim Crunchyroll gucken wahrscheinlich. Oder? Crunchy? Neue Saison von Crunchy. Crunchy. Ich kenne nur Crunchyroll. Egal, was du guckst. Viel Spaß dabei. Wir sehen uns. Und ansonsten, ähm, bis denn. Und ja, ich weiß, dass der Bullet Hell drin vorkommt. I know. Aber es ist schwarz-weiß, das Spiel. Und es ist niedlich. Und ich hab da Bock drauf. So, jetzt Pause. Bis gleich. Dieser Knopf. Tschüss. Musik. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 ich habe 1920 bei ich habe 1080p bei 48 Frames oder bei 120 Frames, dann nehme ich 120 keine Ahnung, ob das funktioniert okay, cool gut, so Spiel schadet auf jeden Fall und Hallöchen Stella, hallo frisch aus dem Tabletop Simulator das war so ein Sammelspiel mit ganz ganz vielen Brettspielgedingsen wo man unter anderem glaube ich auch Mensch ärgere dich nicht und was weiß ich so spielen kann wenn ich das gerade richtig in Erinnerung habe jetzt wird es halt wirklich wirklich schwierig für euch, weil da oben ist halt mit Delay wirklich ja ja schade schade, aber nice sehr geil, zwei Punkte das habt ihr richtig richtig gut gemacht sehr sehr cool habt ihr toll hinbekommen also ich bin stolz auf euch der Highscore liegt bei 3 und ja sehr sehr geil so und jetzt muss ich irgendwie gucken, dass ich wieder warte mal, ich pausiere schon mal diese Musik ich mach mal die Musik hier an hi es ist sehr weiß es tut mir sehr leid es ist wirklich sehr weiß genau das spielst du mit spielst du mit Freunden du spielst da mit Freunden in Dungeon Crawler nice 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 sehr cool ah deine Augen ja meine auch aber ich konnte mich zumindest schon etwas akklimatisieren daran ähm oder etwas daran gewöhnen ich will euch alle blenden ich kann nichts dafür das Spiel ist so also zumindest im Titelscreen ich könnte es ist es könnte sein dass der Rest ähm möglicherweise etwas dunkler ist es gibt auch nicht äh es gibt jetzt auch keine äh invertieren ähm Option 48 Hertz finde ich halt wirklich schräg dann bleib mal bei 120 Vs und kriegelt eh runter also von dem her puh du schaust mal kurz ob die Dusche frei ist ja inzwischen sollte sie ne also hoffe ich jetzt mal für dich gut so ich weiß nicht was das hier für eine Lautstärke ist Lautstärke der oh warte mal wenn wir kurz auf Englisch schalten äh wo ist denn Englisch da vielleicht steht es dann Voices es gibt Stimmen in diesem Spiel das äh finde ich gerade sehr spannend dann schalten wir die als Lautes äh machen wir es so ja hervorragend gut ah ein Benni Reflexball äh was reflexhaft Pokéball werfen ja seit Arceus macht man das ne dass man einfach oh da läuft irgendwas es ist so es ist so hi Daniel Hallöchen du brauchst eine Beschallung während du deine Maschinenberichte für die Arbeit zu Ende schreibst das das kann ich hoffentlich bieten ja ähm ja ja auf jeden Fall äh ne erstes Spiel Monatsthema monochrom und ich würde mal sagen monochromer als das geht's nicht das ist viel weiß mit etwas schwarz und äh wir gucken mal was uns erwartet ich weiß es nämlich selber nicht ich hab nur so ganz kurz gelesen dass wir offensichtlich ein Geist sind ähm der so im im Afterlife äh seine Zeit nicht verbringen will und eigentlich wieder zurück will und ich ich glaube wir sind halt etwas sarkastisch etwas äh ähm sowas in der Richtung und es ist ich weiß dass es irgendwo einen Hund gibt den wir streicheln können und das das war eigentlich das Hauptargument ähm ne ich bin ganz ehrlich wir können ein Doggo streicheln also hallo ha Zuschauer ist frei alles klar bis denn oder vielleicht bis später ja dann vielleicht bis später ansonsten bis äh bis Donnerstag wahrscheinlich so ich klicke jetzt mal auf starten wer spielt denn da Chad so Chad spielt das seid ihr ihr spielt bestätige deinen Namen Chad ja warte ich will auch einen Namen erzähle zu spät du hast Chad wellen lassen tut mir leid das Spiel hat schon begonnen ok es gibt einen Ort an den Seelen nach dem Tod gehen sie alle kommen mit ungelösten Problemen ungelösten Angelegenheiten oder Bedauern über ihr Leben und deshalb versuchen sie alle zurück zu gehen irgendwann hören sie jedoch auf es zu versuchen oder jemand bringt sie dazu aufzuhören ich glaube das sind wir sind sie fertig mit dem reden ja du kannst dich jetzt bewegen benutze die linke Stick gut zum laufen ok cool dieser Weg wird nirgendwo hin aber warum ok wir können uns auf jeden Fall schon mal bewegen das ist ein bisschen trippy wenn ich das so mache na wer fällt gerade von der Couch oder vom Tisch oder vom Stuhl weil er hypnotisiert ist Afterlife die war aus Cyberpunk die war sehr bunt stimmt aber in Cyberpunk war prinzipiell alles bunt muss man jetzt auch das zu sagen Grim Reaper alles klar nächste achso ne warte hallo wer ist ein guter Junge seht ihr ich sag doch wir können wir können deinen Hund streicheln ich dachte du wärst ein sprechender Hund das das ok das bin ich wuff ist mein Name das ist wuff 10 von 10 Hund wurde gestreichelt ja ne du überlegst ob du kotzen musst ja ich hoffe nicht können wir dich nochmal streicheln in diesem Spiel gibt es mehr zu tun als mich zu streicheln weißt du ich weiß und es ist mir egal oh Doku streichelt so mal gucken ob wir hier am 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 Grim Reaper vorbeikommen ohne das nein Mitarbeiter des Jahrtausends und des nächsten wahrscheinlich auch ok was ist das hier nachleben ein Ort für den man sterben muss klingt ok ok Portrait von Dr. Krull oder Krull ich nenne ihn mal Krull 64 Pixel mal 64 Pixel Pixel auf Leinwand gibt es eigentlich Pixel Art Galerien also wo man tatsächlich ausgedruckte Pixel Art irgendwie in Galerien ausstellt gesehen hätte ich sowas noch nie ne warte mal was war das hier links oben war gerade ein Symbol ich glaube das war das Speichern Symbol so willkommen im Jenseits ja du bist tot keine große Sache hier wird deine Seele friedlich ruhen solange du dich von Ärger fernhältst ich muss zurück ins Leben was musst du ich sagte ich muss zurück ins Leben oh entschuldige ich hab dich nicht gehört es ist zu laut hier drin ja woher kommt diese Musik du willst schon wieder zurück ins Leben aber du bist doch gerade erst angekommen ja ich weiß es tut mir leid ich bin sicher dass du einen sehr guten Grund hast das kann ich sogar überprüfen schauen wir uns deine Akte an ach nein was ist das das ergibt doch keinen Sinn du hältst das Buch verkehrt herum oh du hast recht gut okay mal sehen nun jetzt verstehe ich warum sie zurück gehen wollen entschuldige mich bitte einen Moment ist das jetzt gut für uns oder ist das jetzt schlecht für uns er flüstert da hinten warum flüstert er ich wette wir können lauschen für mich sollte man den tierstreichel simulator entwickeln geht das nicht in planet zu so wir können bestimmt lauschen ja ich kann die Leute reden hören es gibt einige offene fragen in der aufzeichnung es könnte ein problem sein was wenn diese seele von dem portal hört dr krull wird das nicht gefallen genau ihr wisst was getan werden muss ganz ruhig wir kümmern uns darum na gut wünsch mir glück warte oh wo warte zuerst musst du lernen wie man kämpft warum gehen sie davon aus dass ich nicht weiß wie man kämpft oh tut mir leid weißt du wie man kämpft nein einfach drei punkte natürlich ich werde es dir beibringen folge mir okay wir können offensichtlich kämpfen kann ich eigentlich in diesem buch lesen wow dieses buch enthält mein ganzes leben jetzt muss ich mich nicht mehr darum kümmern meine autobiografie zu schreiben ok wir sehen aber nicht was da drin steht gut willkommen zum tutorial ich werde dich anleiten zuerst lernst du wie man schnell weg flitzt pass auf ich hab keinen bleistift drück dash oder lt taste um kugeln auszuweichen äh was ist ein lt das ist der untere können wir es mit gefälschten kugeln versuchen nein ok ok ja gut das ist jetzt noch nicht so schwer alles klar ok fashion ist einfach juju wie geht's hier ich hoffe alles wird soweit es sieht so aus als würdest du die kunst des flitzens beherrschen ich hab gerade alle knöpfe gedrückt folge mir in den nächsten raum ich bringe dir bei wie man schießt schießen ich bin pazifist du würdest es tun um inneren frieden zu finden ok dann bring es mir bei ich würde es also tun um inneren frieden zu finden ok du kannst in alle richtungen schießen zielen und schießen mit dem rechten stick versuche nun diese feinde zu besiegen können können wir es mit falschen feinden versuchen nein achso ok oh mein gott es ist twin stick ach du scheiße sorry das problem ist nicht dass es dingens ist das ist bullet hell ist das problem ist dass es twin stick ist ok ich merke schon das war jetzt natürlich sehr einfach das wird aber noch spannend weil das sind zwei genres die ich nicht besonders gut kann aber egal so ich habe dir alles beigebracht was ich beeindruckt sein tut mir leid ich bin beeindruckt du solltest gehen ok errungenschaft freigeschaltet professor wuff warum habe ich ein problem mit twin stick weil ich dafür zu doof bin es war das fit morgen wieder arbeiten und da hast du gar keine lust drauf urlaub war viel zu kurz oh ja das kenne ich ich habe noch eine woche urlaub aber ja ist definitiv zu kurz weil urlaub ist immer zu kurz ist das eine katze katzen gesehen eins von tausend eins von tausend das ist viel ich werde diese errungenschaft nie freischalten katzen gesehen eins von zehn eins von zehn das ist zu einfach schön errungenschaft zerstört bist du jetzt zufrieden es ist also gleichzeitig gesperrt und freigeschaltet spiel einfach okay errungenschaft freigeschaltet errungenschaft zerstört cool so was haben wir denn hier vertraue niemandem aber vertraue mir auch wenn ich ein zufälliger zettel bin geschrieben von jemandem den du nicht kennst okay du hast einen zaubertrank gefunden wir haben jetzt links unten ein bisschen UI dazu bekommen aber warte mal wir sind wieder ganz am anfang okay wir sind wieder ganz am anfang du magst den humor ja ich glaube auch dass das Spiel so das Spiel weiß dass es ein Spiel ist und das sorgt immer für sehr 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 interessante Sachen okay wie passt eigentlich von der Lautstärke her ich habe das Gefühl das kann auch ein bisschen lauter so ein kleines bisschen die Seele ist hier tut etwas weglaufen ich dachte eher an einen Kampf stimmt wer würde schon weglaufen ich würde es tun Moment du wirst Golds Plänen nicht im Weg stehen auch wenn ich nicht weiß was er vor hat seht ihr wo ich hin ziele ich bin einfach zu doof für Twin Stick die Schlacht ist vorbei du hast gewonnen übrigens ich bin der erzähler freut mich dich kennenzulernen ich habe mich schon gefragt woher diese stimme kommt okay der erzähler hat sich auch endlich offiziell vorgestellt bevor du gehst ich bin sicher dass du eine menge fragen hast die du stellen willst ja wie lautet das wifi passwort das ist eine wichtige frage bezogen auf das portal das dir erlaubt zurück ins leben zu gehen oh richtig was weißt du darüber die legende besagt dass das portal mit acht schlüsseln verschlossen ist acht schlüssel könnten sie nicht nur einen guten schlüssel verwenden nein sonst wäre das spiel zu kurz na gut du solltest sie suchen gehen ich glaube du kannst es ich fühle es in mir wie diese vibrierende energie ich glaube es ist dein telefon das vibriert oh so ist es du hast auch ein telefon du solltest es ausprobieren drücke menü um auf dein nach handy zuzugreifen ok da gibt es eine menge cooler funktionen und nützliche informationen ok ich muss da rangehen bis später äh menü ist das menü das ist menü oh ok ja das ist das afterphone das ist einfach das afterphone ok was haben wir denn hier wir haben eine kamera warum haben wir wie nein wir haben einen selfie modus bitte ok das 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 ist ok gut gegenstände sie haben keine gegenstände juhu minimalismus ok optionen kennen wir was haben wir denn hier gott modus player stärke vibration ok es gibt also sowas wie eingebaute cheats das ist schön und es gibt eine map die sieht ein bisschen aus wie pokémon wenn ich ehrlich bin ruinen gloomy forest waterfall town buchstaben buchstaben was für buchstaben das erinnert mich ein bisschen an hangman gerade skull cave silver pond dark town pyramid town ice cave ice town krull plaza oder krull plaza wahrscheinlich stone town neotown western town beach town sehr einfallsreiche namen das finde ich gut und steuerung ist jetzt offensichtlich oh warte mal das ist neu halte lb um zu heilen ok wir haben also doch tatsächlich noch eine sache mehr als wir hier kennen und beenden ein zaubertrank ein buchstabe du hast den buchstaben a gefunden ich muss das prüfen arschloch passt genau rein aber ich glaube nicht dass das das wort ist das wir suchen alpha town wird aber nee das ist eins zu wenig doch das würde auch passen doch das würde auch passen ja doch doch wahrscheinlich ist es alpha town was wir am ende da reinschreiben müssen das könnte sein so wartet mal da da jetzt hier so ein raum war können wir hier noch mal kurz zurück gehen da bist du aha seh dir ich wusste es ach so ach so oh shit das ist das ist der zettel den wir schon kennen gut da bin ich jetzt irgendwie drauf reingefallen aber das bodenmuster war da anders das könnte ein indiz sein dafür dass es hier irgendwie noch einen abzweig oder so gibt das könnte man nochmal überprüfen da glaube ich da kommen wir nicht mehr rein alles klar hier ist jetzt gehe ich mal davon aus auch nicht mehr wirklich irgendwas war hier auch irgendwas am boden anders ja guck mal da waren da sind die fliesen ein bisschen anders da ist das Muster unterbrochen und ich sehe den Typen hier und ich baller da mal drauf ich baller da nicht drauf ich rede einfach ich sehe doch dass du dich hinter der pflanze versteckst ich weiß nicht wovon du sprichst ich bin nur eine normale pflanze normale pflanzen können nicht wer ist dieser bandit wo kommt der jetzt her normale pflanzen können nicht reden ich stimme mit der pflanze überein warte was oh der bandit ist die okay so moment ich hab's gerade am fuß gejuckt ähm ich hoffe niemand warnt dr kohl von mir ich werde dr kohl alles über dich erzählen äh okay was bist du seele ein checken 24 stunden geöffnet außer montag dienstag mittwoch donnerstag freitag und samstag der sonntag muss noch bestätigt werden ey das sind ja öffnungszeiten wie bei der post das ist ja das ist ja insane okay wir sind jetzt offensichtlich in irgendeiner art overworld ein sehr 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 simples kleines dorf alphatown eine neue morgendämmerung ein neuer tag ein neues leben in dieser alten stadt okay kann ich da rein jawoll cool oh das ist doch eine chef mit seh oder koch tuco das erinnert mich gerade viel zu sehr an breaking bad da gab es auch nen to gut der war zwar nicht koch aber ja gut mein haus ist leer weil man sich mit materiellen dingen kein glück kaufen kann war nur ein scherz ich bin arm da ist ein kürbis da ist ein tisch toll ein schwebender tisch nicht so cool wenn man versucht zu essen vor allem suppe wahrscheinlich ich bin nicht müde andererseits bin ich hungrig tut mir leid ich hab nichts zu essen wir müssen ihn so nennen dr krulls armee hat im norden der stadt einen turm gebaut was denkst du was sie dort verstecken vielleicht das portal um zurück ins leben zu gelangen das glaube ich nicht niemand weiß wo das portal ist und wenn du es suchst wird dr krull bemerken welchen Rat kannst mir also geben gewöhnlich daran tot zu sein denke ich okay aber ich will nicht tot sein das ist halt doof ich denke es ist ein bisschen früh für halloween dekoration wen nennst du hier dekoration das ist jack der kürbis es tut mir leid das wusste ich nicht ist es ist denn zu früh ich hab schon dekoriert was jack junior mir ja ich auch what okay ich kann jetzt aber nichts damit anfangen okay ich kann jetzt nichts mehr nein das sind einfach matroschka kürbisse okay wir haben den buchstaben t gefunden okay es ist nicht alphatown was da raus kommt na schade das wäre auch zu einfach gewesen dieser weiß schwarz wechsel ist echt fies ich finde es geht aber ich sitze auch in einer hellen Umgebung deswegen ist es bei mir nicht so schlimm wahrscheinlich wie wenn es gerade dunkel ist so ein Tisch ohne Stühle wer muss sitzen wenn man schweben kann das ist eine sehr berechtigte Frage das sieht nicht sehr bequem aus selbst für eine 2D Figur der Kühlfrank ist mit einem Schloss verschlossen Lebensmittel müssen hier sehr teuer sein okay ja gut ist wahrscheinlich ein bisschen schwierig hier irgendwas anzubauen obwohl draußen stehen Kürbisse Dr. Krall ist wirklich unheimlich bist du ihm jemals begegnet nicht wirklich aber ich habe einige der Legenden gehört was zum Beispiel er hat mal eine ganze Stadt niedergebrannt nur weil ihm kalt war ok ja kann man machen warum ich zurück ins Leben will weil ich etwas im Ofen vergessen habe das ist definitiv ein sehr valider Grund ich finde den den Grund absolut richtig absolut absolut gut dmg3 oh ok hallo grauer zauberer willkommen im mysteriösen gebäude nummer 3 die legende besagt dass etwas magisches passiert wenn man alle mysteriösen gebäude in der richtigen reihenfolge besucht ich schätze man muss sie suchen ok ich habe diese legende erfunden aber ich glaube wirklich dass sie wahr ist warum sollten sie sonst nummeriert sein hm das heißt es gibt noch mindestens zwei weitere gebäude davor das ist jetzt natürlich für uns gerade in diesem moment noch nicht so wirklich hilfreich zumal wir uns dann auch noch merken müssen dass das existiert das ist das eigentliche problem warte mal kann ich jetzt hier das ist nämlich das fotosymbol das hier gerade war ich kann jetzt hier also ich kann Fotos machen ich weiß noch nicht ob das wirklich was bringt ich weiß auch nicht warum wir uns so doof anstellen oh falscher bürgermeister tom stimmt für mich hallo ich bin der bürgermeister von alphatown warte mal war da stand doch gerade falscher bürgermeister tom oder naja nicht wirklich ich tue nur gerne so als wäre ich es wenn er weg ist oh okay ist jemandem aufgefallen dass du nicht der echte bürgermeister bist nicht wirklich wir sind beide großartige heuchler ich gebe vor er zu sein und er gibt vor sich um die stadt zu kümmern nun wer sowas als bürgermeister hat ne schwierig 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 oh ein Huhn spricht noch nicht mit mir ich lerne noch meinen text verzeihung ok gut auch in ordnung ich wollte schon immer mal die hauptperson sein nun dafür ist es vielleicht ein bisschen spät nein es ist jetzt mein spiel warte du hast kein geld kein inventar und machst 0% fortschritt ja ich hab gerade erst angefangen du kannst es zurück haben ach nur ein scherz ich nehme es zurück was ok er wollte das spiel für uns spielen oder übernehmen wie auch immer ach das ist dieser warte mal das ist dieser mysteriöse turm oder von dem schon gesprochen wurde ja sieht so aus darf ich den turm betreten keiner darf rein darf ich rein na klar du hast ihn reingelassen ja er gehört zu unserer armee kann ich zu eurer armee gehören niemand kann in unsere armee eintreten kann kann zu eurer armee gehören na klar oh komm schon ich verarsch dich nur ich arbeite nicht mal hier du scheinst gut zu sein willst du wirklich für uns arbeiten ja gern ich danke euch jetzt darfst du wirklich nicht mehr reinkommen was ok ok gut alpha turm kein zutritt unbewugte werden beschimpft und das tut weh tut das so ist das so komm schon ich muss unbedingt in diesen turm warum ich erwarte jemanden drin umgekehrte psycho obacht umgekehrte psychologie anwenden weißt du was ich denke du solltest mich nicht einlassen versuchst du mich mit umgekehrter psychologie zu beeinflussen das ist eine tolle idee mach weiter ich brauche deine zustimmung nicht jetzt werde ich sie nicht mehr benutzen warte was ist gerade passiert ok ich möchte ich möchte dr crull ausspionieren probieren was damit er ist nicht hier drin woher wollen sie das wissen ich habe einen sechsten sinn er hat mir auch eine sms geschickt um mir zu sagen dass er auf dem weg hierher ist ah das ist glaube ich eine hilfreiche info ich erwarte jemanden drin wen erwartest du denn darin zu finden mich selbst das ist tiefsinnig aber trotzdem nein ok ich erkläre es mit einem lied nein bitte nicht singen ich hasse musicals stopp nun ok wir sollten uns angewöhnen zu singen hi wer bist du nate ich habe angst die treppe hoch zu gehen da gibt es bestimmt viele feinde das ist sicher oh nein ich will nicht gehen aber ich muss gehen ich verstehe schon manchmal muss man sich beweisen nein ich muss auf die toilette gehen und die ist oben ich bin sicher dass draußen eine ist großartig ich meinte ein Feind nicht ein Bart er wird es herausfinden ok ah warum haben eigentlich die könig minions auch schon kronen auf das 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 irritiert mich ein bisschen wenn ich ehrlich bin also es sieht zumindest so aus als hätten sie kronen auf nun hallo wir versuchen den besten weg zu finden um sie zu bekämpfen was habt ihr bis jetzt herausgefunden nichts wir kennen sie nicht sehr gut wenn ihr fünf Stunden Zeit habt erzähle ich euch die Geschichte meines Lebens nein bitte nicht es hat alles vor langer Zeit begonnen das hören wir uns ok das läuft bisher besser als ich dachte die schlacht ist vorbei du hast null xp xp spielen in diesem spiel keine rolle ok wenn du dich dann besser fühlst sagen wir du hast 100 xp nice ich mag xp jeder mag xp oder ich meine erfahrung ist immer gut wir sind bedingte pazifisten wir greifen euch nicht an es sei denn ihr greift uns an und dann müssen wir euch genau dort aufhalten kann ihr mich nicht dieses eine mal vorbeilassen lass uns darüber nachdenken gut so nachdem wir gekämpft haben wie war das ihr greift mich nicht an solange ich euch nicht angreife ups ok seid seid ihr jetzt wirklich lieb ok ich darf euch nicht mal berühren alles klar kann ich jetzt hier durch gehen hallo 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 ja ich muss sie erledigen wie es ausschaut ok ich muss da vorbei au fucking hell au ok euch auch ja wow ich hätte nie gedacht nein wow ich hätte nie gedacht dass du so weit kommst nichts für ungut der erzähler ist ein bisschen arschig ne glaube ich da bist du ja ich habe vergessen dich etwas zu fragen willst du mich fragen ob du dich meiner gruppe anschließen und diese feinde bekämpfen darfst was welche feinde oh mir ist gerade eingefallen dass ich einen termin habe ich schicke dich in das nachherige leben es gibt eine after after life gibt es das überhaupt lasst du hast den dreh raus nur noch 297 kämpfe war nur ein scherz ich habe sie nicht gezählt könnten mehr sein okay nur ein mü der zähler ist toll der könig oder der könig nummer fünf möglicherweise ich bin nicht sicher ob das als zahl oder als buchstabe zählt hier ich habe gehört dass sich einige leute beim kämpfen abwechseln sie was wer kämpft so soll ich einfach dastehen während sie mich schlagen ich weiß das macht keinen sinn okay wir haben nur noch einen lebenspunkt das ist nicht gut aber warte mal ich kann mich heilen gut gemacht vorsicht die kämpfe könnten schwieriger werden oder auch nicht kommt auf das spieldesign an wie auch immer mach weiter ja ich kann mich tatsächlich heilen ich habe vergessen dass ich das kann so was ist das hier eine Entscheidung auf dem Tisch liegt ein Zettel drücke Knopf A um den Boss Kampf zu starten drücke Button B für eine Überraschung alles ist besser als ein Endgegner Kampf Leute der Charakter heißt Chad also seid ihr gefragt A oder B A oder B C C gibt's nicht B B B B nochmal B einmal A einmal C B überwiegt alles klar dann Überraschung du hast Button B gedrückt Boss Surprise Motherfucker wenn du den Schlüssel willst musst du mich besiegen und wenn ich den Schlüssel nicht will du hättest keine Knöpfe drücken dürfen okay da ist er hin Aua okay das war die erste Bossleiste die wir gesehen haben nice das wird bei B doch ein schwerer Bosskampf man weiß es nicht die Schlacht ist vorbei du hast gewonnen jetzt hol dir den Schlüssel ich meine wenn du willst okay angeblich Schlüssel holen wir haben noch irgendwo auch einen anderen Weg irgendwo in diesem Turm der Tod ist nicht das Ende des Lebens außerdem warum hinterlasse ich Notizen an den Wänden vielleicht sollte ich einen Block starten du hast den ersten Schlüssel gefunden das ist großartig das würde ich sagen wenn Dr. Krall und seine Armee nicht nach ihm suchen würden ja gut ne okay Errungenschaft freigeschaltet Alpha Turm der schon wieder Alpha Turm jetzt muss ich es jetzt muss ich es wirklich Dr. Krall okay also der Tod in diesem Spiel hat offensichtlich einen leichten Übersetzungsfehler das ist aber in Ordnung warum lese ich Krall eigentlich Englisch weil es irgendwo Krall Town gibt wenn mich jetzt nicht alles täuscht was habe ich denn gemacht du wolltest es Dr. Krall richtig danke ich bin etwas irritiert ob der nicht ganz vollständigen Sätze hoffe ich so verfolgen ich verfolge dich nicht ich gehe aber auch in Richtung Ausgang richtig dann gehe nicht so schnell weißt du ich habe hier eh noch was zu tun mein lieber guck mal da ist nämlich ich habe ein Buch entdeckt wie man jede Schlacht gewinnt ist der Titel aber du hast deine Lesebrille nicht dabei vielleicht kann ein Gegner es dir vorlesen viel Glück dabei dachte ich mir doch dass die Wand verdächtig ausschaut was ist das ist das ein Hut Lesen Geist die Tore des Portals öffnen sich nur für den jenigen der im Besitz der 8 Schlüssel ist ich hatte sie einmal alle aber ich habe sie verloren im Nachhinein betrachtet hätte ich einen Schlüsselanhänger kaufen sollen das wäre wahrscheinlich sinnvoll so gesehen okay du hast den Buchstaben F gefunden ich weiß immer noch nicht was da raus kommen soll vier von neun Buchstaben jawohl ein Zaubertrank also eine Heilung und wer oder was bist du wir befreien dich einfach mal das ist sehr gut danke dass ihr mich gerettet habt meine Brüder und ich haben uns geweigert der Armee von Dr. Crows Armee beizutreten und so wurden wir eingesperrt und getrennt kannst du uns helfen wir sollen uns am Silberteich treffen Silberteich okay wir merken uns mal Silberteich wir merken uns das einfach mal und dann gucken wir mal so ist jetzt unser lieber Grim Reaper hier weg oder steht hier hier immer noch rum hi wer bist du warum bist du da du kommst zu spät zum Kampf ich weiß ich hab mein Wecker heute morgen nicht gehört meinst du wir können es verschieben das glaube ich nicht ich hab sie alle schon besiegt oh ich verstehe dann kämpfe ich eben alleine gegen dich gut wie wärs gleich morgen früh morgen früh nee ich zieh es vor zu schlafen irgendwie kann ich ihn verstehen also jetzt mal ganz ehrlich am frühen morgen schlafen ist halt definitiv besser als aufstehen und sich dann auch noch kloppen wer bist du denn jetzt Newman ich bin den ganzen Weg von Beachtown gereist um dir diesen Brief zu überbringen sind es gute oder schlechte Nachrichten schlechte Nachrichten dann will ich sie nicht oh du glaubst wenn du ihn ignorierst verschwindet er einfach so ja ja gut Newman ist dann damit weg ich würde gerne in diese Löcher gucken ich bin ganz ehrlich ich würde da sehr sehr gerne reinschauen weil die schauen sehr sehr verlockend aus ich kann aber nichts machen damit ich komme da nicht irgendwie rein ich kann ja achso ich kann ja ich habe hier den Dash ne schon wieder komplett vergessen dass ich einen Dash habe also ich kann die nicht ich kann nicht mit denen interagieren nicht mal ansatzweise naja gut gut jetzt muss ich mich nur noch aus Dr. Crows Sichtfeld heraushalten ja ob wir das schaffen oh uh oh was die Musik hat aufgehört das kann nicht gut sein oh er ist direkt neben mir nicht wahr ich will nicht hinsehen ist das Dr. Crows puh das war knapp ja das ist er eigentlich bin ich ja hier drüben du willst wirklich das Portal finden was das werde ich dir nicht erlauben du hast den ersten Schlüssel verloren oh man den habe ich gerade erst bekommen warten ich bin nicht tot ich meine ich bin tot aber ich wurde nur niedergeschlagen ich glaube ich kann weitermachen Ende von Kapitel 1 statt okay das ist schon besser schön ja sehr gut wir können offensichtlich nicht sterben wir beenden durch durch Tode Kapitel das 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 also Tode das finde ich in Ordnung wo bin ich hier oh okay Moment mal ich kann durch diese Gitterstäppe gehen Freiheit sag es nur bitte nicht den anderen Insassen nicht jeder hat gemerkt dass er das kann die Vorteile einer 2D Figur ne so by the way falls euch das Spiel bisher zusagt das gibt es da und im Chat stehen die stehen die ganzen tollen Dings oh es ist schön es ist sehr schön bin gleich wieder da es sei denn du findest mich nicht mhm okay ich will da nicht wieder rein obwohl es immer schön ist ein Dach über dem Kopf zu haben mhm hi wer bist du allein für die Dialoge unterstützt du die und kaufst das Spiel später ja nice sehr cool Hilfe ich sollte nicht hier sein das sagen sie alle nein hör zu ich bin eine Wache ich arbeite hier das ist genau das was sie alle sagen ja das wusste ich nicht das hat mir der Gefangene gesagt der mich hier reingebracht hat wenigstens ist es nicht in Einzelhaft passiert ich bin erst heute nach 10 Jahren rausgekommen ich würde mal sagen doof gelaufen König Minion Gefangener Nummer 333 sie haben 20 Jahre verbüßt sie sind frei und können gehen haben sie etwas zu sagen ja habe ich ich rede nicht mit dir ja ja endlich mach's gut Häftling 333 ich werde dich nicht vermissen das ist sicher was wolltest du sagen ich bin Gefangener Nummer 333 ja gut ja blöd hey sind sie immer noch hinter jedem Herr der versucht ins Leben zurückzukehren ja so bin ich auch hier gelandet das gleiche ist mir passiert du musst mir helfen ich helfe dir zu fliehen damit du mir damit du mir helfen kannst wenn ich es mir recht überlege es ist hier ruhig und still komm lieber wieder nachdem du alle besiegt hast ok cool cool was haben wir hier noch ich werde ein Tagebuch beginnen um zu versuchen meinen Verstand zu bewahren Tag 1 heute bin ich sieht aus als wäre die Tinte in meinen Füller ausgegangen huch ups Tinte leer schön so und äh Dankeschön für fürs Follow Dankeschön so es macht halt auch voll was aus dass ich das Spiel spiele das feierst du sehr macht das so viel aus ich weiß es noch nicht ich finde es aber schön dass wir Gefangene des Monats sind einfach mal so wir sind gerade mal hier drin gelandet und sind schon der Top Gefangene offensichtlich Häftling des Monats wow mein Vater wäre stolz bin ich aber nicht ja gut ja wir standen uns nicht so nah kommt einfach kommt einfach um die Ecke gedüst und so sorry Kind aber das geht gar nicht schön was willst du Gefangene Nummer 0912 18 0 508 15 11 12 18 0 9 292 1 10 192 250 392 6 6 6 der letzte Part ist wichtig gibt es wirklich diese vielen Gefangenen ja jeder der Dr. Krulls Regeln nicht befolgt wird hier eingesperrt obwohl es so aussieht als ob der Wärter der dich registriert hat an der Tastatur eingeschlafen ist ok hey du wo gehst du hin kommst du zurück nö ich sollte dich aufhalten aber ich komme nicht raus dieser Teil wurde gebaut damit ich hier stehe damit ich nicht wegkomme ok noch so noch so einer oh man dein Geist ist das schwerste Gefängnis dem man entkommen kann wow das ist tiefsinnig nein das ist der Name unseres Gefängnisses ihr Gedankengefängnis ach so ja ok was gut schön ähm kann ich ne wir kommen da offensichtlich ach so ich kann wieder rein ja gut also solange wir freiwillig rein und immer wieder raus können ist alles fein ähm wir kommen aber nicht hinter das Gefängnis so wo wo sind wir eigentlich wo sind wir eigentlich erstmal gucken was steht hier düsterer Wald zum Gedenken an all die vergeblich gefällten Bäume ich glaube dieses Schild ist aus Holz nun hm sieht aus als hätte jemand seine Sachen hier vergessen ist das eine Art Test wir sind direkt neben einem Gefängnis ich hätte das gerne äh ich ne hm was warum ist da eine Zelle mit ungefilterter Luft was wo wie was 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 und gefiltert ach so da das ist eine gute Frage da kommen wir aber nicht ran also zumindest sehe ich keinen Weg warte mal nope wir können hier nicht interagieren und von innen glaube ich kommen wir auch nicht obwohl ich bin nie diese Wand hier entlang gelaufen ob hier ein versteckter Weg ist ne sieht nicht so aus als wäre da was schade 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 so dann haben wir da noch Straße nach Alphatown ja okay wir gehen nochmal nach Alphatown zurück glaube ich ist das wie diese Pokémon Dinger hier früher früher damals zwischen den Ruten warst du nicht im Gefängnis hast du deine Strafe schon abgesessen ich wurde wegen guter Führung vorzeitig entlassen wäre das entschieden ich aber bevor ich ausgebrochen bin habe ich mich gut genommen okay gut ja hier waren wir schon okay hier waren wir schon hier kenne ich mich aus sehr schön du übernimmst mal den Botjob wer der Streamer bitte nutzen sie ihren Freund Günni aber der ist doch da um euch daran zu erinnern nicht mich daran zu erinnern okay ich habe doch erst in der Pause was getrunken ist noch gar nicht so lang her so kostenlose Wi-Fi Zone oh sehr gut also VPN ich hoffe wir haben irgendwie ein Geister VPN oder so dabei Ende der kostenlosen Wi-Fi Zone was ist das Richtstrahlen Wi-Fi oder wat okay ich rede viel ja ja es ist das das ist absolut richtig ja das ist absolut richtig wenn ich hier stehe steigen die Umsätze wie verrückt warum du sagst nicht warum ne nee Kartenshop ich glaube das soll heißen nicht sehr nützliche diese Karten sind wirklich teuer willst du eine oder nicht gut gib mir eine du hast deine Karte gekauft warte mal es ist nur ein Stück Papier auf dem steht sie sind im Jenseits keine Rückerstattung okay warte mal ist der Typ abgehauen kann ich den zufälligerweise ist der jetzt irgendwo hier können wir den zur zur Rede stellen war das vielleicht er hier nee das das hatten wir schon das hatten wir schon genau das ist das ist der falsche Bürgermeister achso oh werden die Bürgermeister gewählt neuer Dialog Entschuldigung in gewisser Weise ja von anderen Seelen von Dr. Kroll okay ja gut von wem auch sonst ne so ist der ist unser Freund hier gerade ich muss hier scheinbar viel lesen also muss ich auch meine Kehle häufig anfeuchten besonders wegen verschiedener Stimmen ja wobei das nur so halb semi gerade funktioniert mit den Stimmen das liegt aber auch mehr daran dass ich mir nicht merken kann wen ich wie warum und weshalb vertone aber ja ja es ist es stimmt schon ich muss definitiv mehr trinken oh oh nein ich werde ganz emotional wenn ich an den Horizont denke hier stehe ich ganz allein versuche den Weg zurück ins Leben zu finden warum kann ich nicht alles hinter mir lassen spielt das wirklich noch eine Rolle gut das reicht jetzt okay ich habe nichts getippt warte mal kurz warum verfolgt mich die Kamera bin ich etwas besonderes ich bin so viel Aufmerksamkeit nicht gewohnt wenigstens gibt es ein paar Stellen wo man mich nicht sehen kann wirklich jetzt achso naja okay ich habe es verstanden wir stecken da zusammen drin die Kamera ist ein Arsch anders gesagt oh warte mal da ist jemand bitte sag niemanden wo ich bin ich will die Versteckmeisterschaft gewinnen ich bin schon seit sechs Jahren hier dieser Wettbewerb wurde vor fünf Jahren abgesagt oh warum hat mir das niemand gesagt sie konnten dich nicht finden nun oh warte mal da ist noch jemand da ist noch jemand was ich bin der Entwickler des Spiels ich vergewissere mich nur dass alles einwandfrei funktioniert geh spielen tatsächlich ist das so der Entwickler heißt fast irgendwas ähm schön oh schön kannst du deinen Text inzwischen ne du kannst deinen Text noch nicht gut wir waren also im Turm wir haben eine nutzlose Karte bekommen ähm ich will nochmal ganz kurz in den Turm gucken weil es mich jetzt gerade interessiert ob die möglicherweise einfach den Schlüssel nochmal zurückgepackt haben und ob die Gegner respawnen sind Gegner sind offensichtlich weg das ist sehr schön die bleiben dann hoffentlich auch weg versteht ihr wenn man hoffentlich und offensichtlich miteinander verbindet wird daraus hoffensichtlich ich hab den Buchstaben E gefunden das ist gut oh das heißt Afterlife okay schade dass ich nicht einfach wie damals beim Glücksrad jetzt lösen kann ich kaufe noch ein F oh Gott das Glücksrad ne so hoffensichtlich genau hoffensichtlich da ist der Ausgang aber dann hat sich das auf jeden Fall gelohnt dass wir hier nochmal reingegangen sind das war sehr schön das war jetzt einfach nur purer Zufall dass ich da gegen die Wand gelaufen bin aber dann können wir jetzt mal hier in Richtung Süden gucken da ging es ja auch noch irgendwo hin hier oh oh hi ich bin auch dabei mich einzuleben ich bin erst heute angekommen ich hoffe hier gibt es bessere Ampeln hohoho okay wir wissen genau warum du hier bist oh damn it Dr. Gryll hat gesagt dass wir die Ruinen nicht besuchen sollen jetzt wo ich das gesagt habe willst du unbedingt hin nicht wahr ja irgendwie schon und du sollst mir nicht alle deine Tränke geben jetzt willst du sie mir unbedingt geben oder eigentlich nicht es war ein Versuch wert ey aber schlauer also schlauer Versuch ne schlauer Versuch der Typ der das nicht verdeckt hat ist wieder da stimmt den haben wir eigentlich ja mit dem wollte ich eigentlich nochmal sprechen aber ich habe realisiert dass er wieder da ist ich habe es nur nicht realisiert okay wenn ich hier stehe steigen die Umsätze wie verrückt weil er das oh jetzt kapiere ich es weil er das nicht verdeckt steht da sehr nützlich okay man das hat bis eben gedauert mit wow manchmal manchmal zweifle ich in meiner eigenen Hirnleistung ne ich möchte lösen Erzähler du musst erst alle Vokale kaufen ja wobei wir haben ja schon welche das war der Toilettenfuzzi echt war das der oh ja kann sein kann sein so was haben wir denn hier mit dieser Statue lebt die Erinnerung an unseren ersten Bewohner für immer weiter sie sieht so lebendig aus ich bin keine Statue der Bildhauer bat mich hier zu stehen aber er kam nie zurück ich fange an zu glauben dass er nicht der Bildhauer war warum kommst du nicht einfach runter ich habe Angst vor dem Wasser wenn man so drüber nachdenkt ja im im Jenseits wenn man in Geistform ist kann man halt auch einfach eine lebende Statue dahin stellen man braucht keinen Bildhauer mehr ja ihr zweifelt auch in meiner Hirnleistung hervorragend dann sind wir schon mehr sehr gut hatte ich das nicht vorher noch gesagt ich glaube das heißt nicht ja aber ich habe halt einfach nur gelesen dass da nichts sehr nützliches steht ich habe nicht ich habe das nicht die Hirnleistung hat nicht gereicht das nicht einmal wegzunehmen und zu lesen was da sichtbar war der Doktor ist im Urlaub bitte bleiben sie gesund aber aber das ist ein Kampfspiel es hat einen Mülleimer hier ist nur Müll drin ich weiß nicht was ich wirklich erwartet habe die Tür ist verschlossen okay haben wir hinter dem aha hallo wir haben einen Buchstaben du hast den Buchstaben E gefunden nice wir haben zwei Es so wir brauchen nur noch drei Buchstaben das sollten wir doch hinkriegen Transferleistung ist gleich null ja ist halt wirklich so damit das habe ich nicht drauf alpha ruin nichts interessantes wirklich gehen sie nicht hinein mhm das wäre immer so eine negative Einstellung was ich nee überhaupt nein bleibt positiv ich sage mal negativ bleibt positiv er sagt immer das gleiche oder nicht wirklich bleibt positiv ja nein er sagt immer das gleiche hatten wir noch eine Option nicht unbedingt okay er sagt immer das gleiche gut haben wir hinter den Ruinen noch irgendwas ja da ist ein Buchstabe hallo das ist das R wunderbar sehr schön und dann jetzt hier rein das da über mir sieht aus wie ein Hund mit einem Hut sind sie ein Archäologe ja bin ich Indie wissen sie etwas über ein Portal leise du bringst uns noch in Schwierigkeiten komm daher ich weiß nur dass das Portal sobald es benutzt wird für eine sehr lange Zeit geschlossen ist du solltest dich also beeilen danke fürs Teilen also haben sie in letzter Zeit etwas interessantes gefunden nun da war dieses wirklich cool aussehende Artefakt oh kann ich sehen du bist aufgetreten ver-verzeihung ja das macht halt Sinn wenn das Loch da oh Gott Indie oh mein Gott wirklich kann ich da äh du hast es kaputt gemacht ja es tut mir leid ich kann warte mal warte wa-wa-wa- können wir ein Selfie machen können wir es so wieder gut machen guck mal hier Selfie das ist so ein richtig schönes kleines Selfie können wir über die Kamera da rein über die ne über die Selfie Cam da reingucken ins Loch theoretisch wir müssten nur hier hingehen so lass mal schauen da ist ja nicht mal was drin also zumindest nicht so nicht so dass man es irgendwie sehen würde dass wir es sehen würden aber hey es wir haben zumindest ein Selfie mit Indie hey das hat auch nicht jeder ne so kurz mal hier so ein bisschen an den Wänden entlang rutschen das da sieht aha ich frage mich wie viele geheime Bereiche ich verpasst habe du hast ja keine Ahnung ich kann keine weiteren Tränke mitnehmen ich habe nicht unbegrenzte Taschen weißt du hm das ist schade aber da ist ein Buchstabe ein echt schwerer schwebender Geist ja das richtig absolut so Ata live es fehlt nicht mehr viel wir brauchen nur noch ein F so wer bist du alter Geist es ist gefährlich allein zu gehen also kommst du mit mir nein es ist auch gefährlich wenn wir zusammen gehen also gibst du mir eine Waffe ein Schwert vielleicht nein es ist gefährlich auch wenn du bewaffnet bist gibt es eine Möglichkeit es weniger gefährlich zu machen ja bleib zu Hause ja okay die Tür ist verschlossen es steht etwas darauf geschrieben ersten Schlüssel einfügen Dr. Kroll hat mich geschickt um zu sehen ob jemand versucht hat diese Tür zu öffnen versuchst du diese Tür zu öffnen nein mach ich nicht gut versucht jemand anderes sie zu öffnen nein gut weil ich mit dieser Brille nicht sehen kann aber ich sehe cool aus okay wo kriegen wir jetzt den ersten Schlüssel her wir hatten ihn ja eigentlich schon dann wurde er uns genommen wo ist der letzte Buchstabe das ist auch noch eine sehr sehr wichtige Frage wie ich finde wir kommen da aber jetzt halt wirklich nicht rein ja so können wir mit dir allein sprechen nein ja ist immer der gleiche Dialog wo wäre der letzte buchstabe oder wo würde ich mich verstecken wenn ich der letzte buchstabe hier wäre also hinter häusern und so ist ja eigentlich sehr beliebt aber ich glaube nicht dass wir den jetzt hier noch hinter dem haus finden weil wir waren hinter allen häusern warte mal kann ich hier rein warte mal hier hat gerade irgendwas vibriert irgendwas hat da gerade vibriert als ich hier über diese stelle gelaufen bin okay ich kann dahinter gehen hat sich gerade so eingefügt bis werde ich jetzt noch etwas essen ja dann guten hunger guten hunger ich glaube dass das vibrieren ist wenn es wenn es speichert ich glaube das war jetzt gerade auch wenn es alles gespeichert hat warte mal hier waren wir noch nicht okay doch du hast den buchstaben f gefunden errungenschaft freigeschaltet alphabet versteht ihr after life nice glückwunsch du hast alle buchstaben gesammelt das müssen wir feiern zeit mit dem feiern aufzuhören du hast ein stück zusätzliche gesundheit erhalten okay das ist super gut okay wir müssen buchstaben finden wir müssen definitiv buchstaben finden auch wenn wir danach nur sehr sehr kurz feiern dürfen das ist mehr so ein so ein sieges ja hey fertig das war's aber cool nice nice wupp wupp ja wupp wupp ist ja das war ein kamera symbol kann diskette oder so ja das habe ich inzwischen auch gesehen dass das da oben kamera symbol ist zum speichern also das ist ich also ich gehe zumindest davon aus dass das die speicherfunktion ist ich hätte jetzt noch nicht gesehen dass es hier obwohl wir haben vorhin den falschen bürgermeister die fotografiert da war auch irgendwas ich glaube ich achte mal drauf wenn das fotosymbol erscheint weil ich habe das als speichersymbol identifiziert weil das einfach in der ecke auch irgendwo sinn machen würde so autosave und sowas in der richtung ich behalte das mal im blick vielleicht kann ich dann da fotos machen beim kürbis war was warte wir sind ja gleich wieder da ja die sache ist jetzt ist es halt nicht mehr dane also ich kann mal also wir können ja mal gucken ja spreche ich halt mit ihm ne es ist noch jalloween du weißt was das bedeutet ja es bedeutet dass wir warten müssen nein es bedeutet dass die fotos mit mir nicht umsonst sind das sind einfach zusätzliche interaktionsmöglichkeiten wie der geist extra sein handy hin und her switchen lässt dass das bin ich ich kann das steuern ich kann die kamera perspektive frei wählen also was heißt frei halt unter vorgegebenen dingen aber es ist ja es ist es ist witzig das ist schon witzig okay aber das war ein extra dialog warte mal wenn wir jetzt mit 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 dem hündchen dings machen so da ich wäre gerne mal ganz drauf und nicht nur so bis bis oberkante kind quasi da passiert jetzt nichts das lernt immer noch seinen text gut aber dann glaube ich sind wir hier jetzt erstmal durch und das bedeutet alpha town ist erstmal für uns erledigt in den ruinen waren wir auch dann gehen wir jetzt in den gloomy forest und gucken mal was uns da erwartet das map design erinnert mich gerade schon ein kleines bisschen an pokémon ne erst ein kleines dorf dann ein wald und es ist schon 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 ja haben wir mit dir schon gesprochen um den nächsten top zu finden musst du nach links dann nach rechts danach links und dann wieder nach rechts soll ich das wiederholen dann fang das spiel von vorne an denn ich werde es nicht wiederholen wir machen das mal das ist eine gute idee das ist die nutzlose karte ja okay wir haben halt dann drei balken oben ne jetzt haben wir vollen empfang das aber bringt uns das irgendwas ich weiß es nicht ich habe sogar ein wifi symbol oben ja normalerweise ist es dann hier so hey chargo bei chargo habe ich dich vorhin überlesen ich hoffe nicht aber schlaf gut danke fürs fürs dasein ich hoffe ich habe dich vorher nicht irgendwo überlesen oh mein gott du bist fertig mit duschen nice fertig mit socken legen wie viele socken hast du zusammengelegt das müssen ja hunderte sein holy du bist schon sehr lange im lurk alles gut okay okay ja nice danke für den lurk auf jeden fall was haben wir denn hier nun das ist peinlich aber ich kann nicht schwimmen dort ich habe es gesagt wenn ich eine schwimmweste hätte können wir eine schwimmweste hoch und das könnte das rand sein hier pokémon route 3 musik einfügen ja ein bisschen schon ne das ist ein tippfehler was machen sie denn was machen sie denn da drüben ich habe einen dokumentarfilm über minimalismus gesehen jetzt habe ich beschlossen hier ein neues leben zu beginnen haben sie sich das fest vorgenommen nun ich habe ich von all meinen besitztümern getrennt die sachen die ich vorhin gesehen habe gehören also ihnen du meinst es ist noch da oh gott sei dank ja ich glaube er war nicht sehr überzeugt nicht so wirklich warte 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 bist du jetzt ja das ist die kiste hier weg der typ aber auch auch schade 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 okay und die kiste hier kommen wir leider nicht ran keine ahnung was da drin ist ob da was drin ist oh hallo wuf wir müssen dann eh irgendwie noch mal gucken ob wir vielleicht eine schwimmweste bekommen dann konnten wir nämlich auch von alphatown vielleicht ins meer paddeln und sowas in der richtung so also warum willst du überhaupt zurück ins leben gehen das kann ich dir nicht sagen und warum nicht das wäre ein spoiler ach komm schon keiner hört zu ich höre sicher nicht so äh ich meine Grasgeräusche hu 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 h Hat er. Ich kann ihn nicht noch mal rauslocken. Schade. Ich kann ihn nicht noch mal rauslocken. Ich kann jetzt nicht hergehen und da irgendwas drücken. 41 Paare von Ayane und 32 Paare von dir. Und es sind noch einzeln über. Ich habe vielleicht 10 Paar. Vielleicht 15. Uff. Fang dir ein Lapras. Das ist besser als eine Schwimmweste. Ja, das stimmt. Aber ich bin nicht sicher, ob es hier ein Lapras gibt. Ich habe das Gefühl, dass mir jedes Mal, wenn ich etwas sage, jemand zu widersprechen scheint. Das ist nicht wahr. Wenn ich versuche, ernsthaft zu reden, macht jemand einen Witz. Das wird nicht wieder vollkommen. In diesem Gespräch. Wenn ich eine private Unterhaltung führen will, hört immer jemand zu. Ja, mach weiter. Und wenn ich um Rat fragen will, dann habe ich das Gefühl, dass mir niemand zuhört. Betroffenes Schweigen. Oh, Entschuldigung. Hast du mit mir gesprochen? Ich habe meine neuen unsichtbaren Kopfhörer getestet. Oh, Mann. Irgendwas piept hier im Hintergrund. Er kann mich nicht hören. Er testet seine neuen unsichtbaren Kopfhörer. Oder vielleicht wollte er nicht mit mir reden. Ich teste wirklich meine Kopfhörer. Ich teste wirklich meine Kopfhörer. Warte, wie konntest du mich hören? Das habe ich nicht. Ich habe nur den Text auf dem Bildschirm gelesen. Oh, hast du. Okay. Gut. Dann Straße nach Waterfalltown. Ich fühle mich hier schon ein bisschen belauscht, ne? Also so grundlegend. Und verarscht. Und überhaupt. Und... Oh, schön. Das sind Single-Socken. Ja, Single-Socken sind das Schlimmste. Endlich wieder Socken. Ich wollte wissen, wie viele und sie liegen noch neben dir. Nachdem sie am anderen Ende des Hauses ihre Rimworld-Sucht freund. Du würdest dennoch nicht zählen. Ne, ich würde meine Socken auch nicht zählen. Aber ich habe vielleicht so 10 bis 15 Paar. Und davon haben mindestens die Hälfte Löcher. Dieser Weg führt nach Waterfalltown. Heißt sie so, weil es dort einen großen Wasserfall gibt? Ja, Städtenamen sind normalerweise ziemlich genau. Gut, dass es keine Dr. Kral-Stadt gibt. Nein, aber wir sind in der Dr. Kral-Region. Nun, gut. Ein Schild. Waterfalltown. Heimat eines der beiden Wunder des Nachlebens. Okay. Es gibt hier Wunder. Und öffentliche Bibliotheken. Mhm, mhm, mhm. Also haben 10 bis 15 Sockenlöcher. Ja. Locker. Aber ich trage den normalerweise nur daheim. Und jetzt ist es, ich sage mal so. In den Schuhen stört es mich nicht, weil... Ist halt so. Warte mal, da war was. Ich liebe den Geruch von gepixelten Wasser am Morgen. Oh. Oh. Lochsocken ziehen sofort in die Tonne und ihr Partner in die Sockenkiste, damit sie vielleicht einen neuen Partner bekommt. Ne, ich bin da nicht so. Sollen sie Löcher haben. Das wird erst dann schlimm, wenn irgendjemand anders diese Socken mal sehen sollte. Und das tut im Normalfall niemand. Also deswegen habe ich da jetzt nicht das große Problem damit. So, wir haben eine öffentliche Bibliothek. Wir haben da hinten eine Privatbibliothek, an die wir nicht rankommen. Wir haben ein Schild. Der Arzt ist krankgeschrieben und nicht in der Praxis. Bitte bleiben Sie gesund. Ich hoffe, es geht Ihnen bald besser. Danke. Danke. Wer hat das gesagt? Hier ist nur Müll drin. Ich weiß nicht, was ich wirklich erwartet habe. Ich auch nicht. Die Tür ist verschlossen. Okay. Gut. Wir gucken erst mal kurz weiter. Was haben wir denn hier noch alles? Oh. Ich kann nicht hinter dieses Haus hier gehen. Wuff. Hi. Der Weihnachtsmann. Santa? Was machst du denn hier? Nun, es hat sich herausgestellt, dass Schlittenfahren schwieriger ist, als es aussieht. Wow. Uh. Spätbar. Frag nach unserem speziellen grauen Wein. Er ist wie Rotwein. Aber Rot passt nicht in die Farbpalette des Spiels. Grauer Wein. Oh, wow. Oh, schön. Deswegen kriegst du gar nicht Geschenke mehr. Ja, da weiß ich. Also, Daniel, bei dir würde ich vielleicht auch noch andere Sachen vermuten. Vielleicht warst du nicht artig. So, warte mal. Das ist nicht Wuff. Entwicklerhaus. Bitte unterbrechen Sie mich nicht. Lass uns mit ihm reden. Bist du Wuff? Du holst den Ball? Dann hol ihn. Ed. Hast du meine Hand gesehen? Ich könnte schwören, dass ich sie genau hier gelassen habe. Ähm. Macht nix. Ich geh einfach nach Hause und ändere meinen Sprite. Wie schön. Ich liebe es. Warum hast du nichts gesagt? Wuff ist ein Arsch. Dafür haben wir den Buchstaben. Das ist gut. Ich habe den Buchstaben F gefunden. Einer von wieder neun. Sehr schön. Ich habe diese Buchstaben dort hingelegt, damit du dich unterhalten kannst. Danke. Es klappt. Ah, das ist wieder Entwickler-Chan. Diese Pflanze sieht irgendwie tot aus. Nun ja, wir befinden uns im Nachleben. Hm. Macht Sinn. Au. Ma. Uh. Ergibt Sinn. Ich übersetze. Ich kann jetzt nicht reden. Ich mache ein Videospiel. Cool. Du solltest ein paar lustige Stellen aufnehmen. Und sie auf Social Media teilen. Das ist die dümmste Idee, die ich je gehört habe. Weiß nicht. Angeblich funktioniert das. Wenn ich so drüber nachdenke. Lustige Sachen funktionieren hervorragend. Meistens. Fragen Sie mich nach Restless Soul. Haben Sie einen Fehler gefunden? Erzählen Sie mir morgen davon. Hm. Das finde ich gut. Das machst du auch nicht. Was? Das machst du auch nicht? Du magst die Entwicklerin? Ich bin mir nicht sicher, ob es eine Entwicklerin oder ein Entwickler war. Das weiß ich tatsächlich nicht. Ich weiß nur, dass der... Name passt. In Dr. Kral vertrauen wir... Tun wir das? Haben wir wirklich eine Wahl? Ja. Okay. Moment. Bevor wir... Bevor ich da runter gucke, schauen wir uns erstmal noch hier weiter um. Eins nach dem anderen. Es ist zu dunkel hier drin. Ich weiß. Ich konnte meine Stromrechnung nicht bezahlen. Und warum nicht? Ich kann sie im Dunkeln nicht finden. Ah. Deshalb. Moment. Wer hat das gesagt? Ich dachte, ich wäre allein. Äh. Ich bin nur die Stimme deines Gewissens. Ich bin auch hier. Ich bin gekommen, um mir einen Dienst abzuschalten. Und jetzt kann ich die Tür nicht mehr finden. Ich bin nur die Stimme deines Gewissens. 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 Licht. Oh mein Gott. Wie viele Leute sind da? Okay. Ich lasse sie besser geschlossen. Ja gut. Einer konnte die Stromrechnung nicht zahlen. Und wie viele waren das jetzt? Acht Leute da drin? Wow. Da hinten war ein Buchstabe. Das habe ich gesehen. Das habe ich gesehen. Aber ich will erst mal so. Ich will von oben nach unten durcharbeiten. Hier sind wir gekommen. Wir haben ja auch noch die Bibliothek und so offen. Aber die mache ich dann danach. Erst mal so ein bisschen die Overworld quasi. Und dann gucken. Du hast deinen Zaubertrank gefunden. Aber du kannst. Oh mein Gott. Du hast deinen Trank gefunden? Er gestohlen. Ich wusste nicht, dass er dir gehört. Du bist uneingeladen in mein Haus gekommen und hast meinen Trank genommen. Du hast recht. Also ist das dein Fernseher? Raus hier! Sollen wir den Trank zurückgeben? Ja. Das ist okay. Du kannst ihn haben. Ich schätze du brauchst es mehr als ich. Okay. Fernseher. Und nun die Lokal-Nachrichten. Für sie zusammengestellt von Dr. Cry. Danke. Wenn du versuchst ins Leben zurückzukehren, habe ich Neuigkeiten für dich. Ich werde dich holen. Und jetzt das Wetter. Schalten Sie es aus. Offensichtlich. Offensichtlich. Ganz schlechter öffentlicher Rundfunk hier. Spiel das beweist, dass es nicht die Grafik ist, die ein Spieler super macht. Ja, absolut. Absolut. Wobei ich die sehr charmant finde. Also. Ne. Die ist jetzt nicht high-end, aber ich finde sie sehr charmant. Viel Glück auf deinem Weg. Okay. Ey. Er ist wenigstens freundlich, nachdem ich ihn bestehlen wollte. Wir sind genau wie das Wasser in diesem Fluss. Ja, wir schaffen einen neuen Weg, wenn wir auf ein Hindernis treffen. Ich wollte gerade sagen, dass wir pixelige Sprites mit niedriger Auflösung sind. Wie das Wasser. Aber was du gesagt hast, klingt cooler. Es war tief. Jetzt gibst du dir aber Mühe. Es ist halt kein High-End-Ray-Tracing nötig. Ich weiß nicht, was du hast. Guck mal hier die Fenster an. Das ist eindeutig Ray-Tracing. Eindeutig. Ich meine, gucke dir diese wunderschönen Spiegelungen in diesen Fenstern an. Hallo? Oder hier, das Wasser. Wie sollst du denn bitte schön so Wellen in Wasser darstellen? Ohne Ray-Tracing. Hallo? Also. RTX on. Definitiv. Oh. Damage 8. Oder DMG 8. Was auch immer. Ich sollte mir aufschreiben, wo die Dinger sind. Weil sonst, das weiß ich ja nie wieder. Willkommen im mysteriösen Gebäude Nummer 8. Vergiss nicht, alle mysteriösen Gebäude in der richtigen Reihenfolge zu besuchen. Ja, gut. Devil May Cry. Ja, aber das schreibt man nicht mit G. Devil May Cry. Devil May Cry. Dann mal Grau 8. Auch schön. Wenn das kein Ray-Tracing braucht, dann brauchst du auch keins. Aber das ist doch... Schaut euch mal diese geilen Lichteffekte hier bei der Late Bar an. Also, wenn das nicht Ray-Tracing ist... Hallo? Wenn ich mein Handy da davor halte, dann spiegelt das perfekt. So funktioniert doch Ray-Tracing, oder? So flüssig wie Neo-Tokyo. Ja, so ein bisschen. Ja, dann Betty. Nein, ist es nicht. Was? Blödsinn. Glückliche Stunde. Null bis ein Uhr. Oh, die Übersetzung ist schön. Glückliche Stunde statt Happy Hour. Traurige Stunden. Den Rest des Tages. Oh. Oh. Ich hab mein ganzes Geld in dieser Bar verloren. Haben Sie ein Alkoholproblem? Nein. Ich hab nur meine Brieftasche verloren. Oh. Aber was wollten Sie überhaupt hier? Okay, du hast mich erwischt. Gut. Oh, der hat einen Monokel. Oh, du hast... Wow, du hast auf einem 16... Wow, du hast auf einem 16 Pixel Sprite einen Monokel. Das ist geil. Ich habe mein ganzes Geld in dieser Bar verdient. Sind Sie der Besitzer? Nein. Ich habe nur eine Brieftasche gefunden. Schön. Ich sollte nie im Verkauf arbeiten. Das Unternehmen würde zugrunde gehen. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Habe ich eine Ahnung, was Raytracing ist von meinem Hypetrain aus? Welcher Hypetrain? Ich sehe keinen Hypetrain. Du hebst mal den Teppich an. Der Flachwitz kommt durch. Kann ich bitte etwas zu trinken haben? Ich rieche Wein. Früchte. Schokolade. Oder einen Hauch von Bier. Wow. Du bist ein Experte. Danke. Das ist ein verrücktes Getränk. Es waren nur Wasser, aber wir waschen unsere Gläser nie ab. Boah. Ja. Weil ich so gehypt bin auf Raytracing. Also. Ich habe eine RTX-Karte. Natürlich bin ich gehypt auf Raytracing. Diese Kochtechnik ist wirklich interessant. Eigentlich ist es das Badezimmer. Oh, Gross ist nicht übersetzt. Widerlich. Es riecht köstlich. Was kochen Sie? Gar nichts. Das ist mein neues Parfüm. Es schmeckt aber nicht so gut, wie es riecht. Ew. Okay. Achso. Happy Hour hatten wir schon. Du hast die GT 610. Noch nicht mal ein X. Das wird. Irgendwann wächst vielleicht ein X dazu. Das könnte funktionieren. So. Jetzt gucken wir mal, ob wir hier, da. Hinter den Häusern Buchstaben finden. Hier hinten. Aha. Aha. Es ist die Verzweiflung, dass sie nicht benutzt wird. Ja, ein bisschen. Eigentlich ist es eher die Verzweiflung, dass es eine RTX der ersten Generation ist. Und nun ja. Oh, warte mal. Hier hinten. Ah. Ich habe einen Personal Trainer eingestellt, weil ich immer eine Ausrede finde, nicht ins Fitnessstudio zu gehen. Das ist eine gute Idee. Ja. Sag ihm doch nicht, dass ich mich hier verstecke. Okay? Okay. Leute, merkt euch mal, wenn wir irgendwo einen Personal Trainer finden sollten, dass wir ihm sagen, dass sich da jemand versteckt. Ah, Miss Benni. Okay. So, gehen wir mal in die Bibliothek. Das. Oh, Buchstabe. Ein L. Ein wunderbares L. Da kommt schon wieder Afterlife raus. Das ist doch nochmal Afterlife, was da rauskommt, oder? Es würde mich wundern, wenn das jetzt was anderes ist. Es würde mich sehr wundern. Kannst du mir helfen, den Abschnitt, Selbsthilfe zu finden? Nein, das musst du selbst machen. Aber es gibt sowas wie Hilfe zur Selbsthilfe. Der junge Mann und das Meer. Das könnte interessant sein. Vielleicht in ein paar Jahren. Also. Was haben wir hier? Übernimm immer die Verantwortung für deine Worte. Anonym. Ah! Ja, nee, ist klar. Unsichtbarer Mann. Das habe ich nicht kommen sehen. Fahrenheit 450. Der fehlende Funke. Was? Tausend Jahre Einsamkeit. Wie man Freunde verliert und niemanden beeinflusst. Was sind das für Bücher? Sei still. Ich meine, sei bitte still. Das ganze Wissen direkt in der Hand. Ich kann es nicht erreichen. Ach so, weil es da oben ist. Scheiße. Seine eigene Geschichte schreiben. Hey, du. Dieses Buch ist leer. Oh. Ich verstehe. Ich muss meine eigene Geschichte schreiben. Eigentlich hat jemand alle Seiten gestohlen. 1983. Warten Sie es ab. Was war 19... Was? Den verstehe ich nicht. Haben Sie irgendwelche Bücher über die Flucht aus dem Nachleben? Wir haben dieses hier. Es heißt, Flucht aus dem Nachleben. Für Dummies. Ich bin kein Dummkopf. Nun. Ich schätze, dann kannst du dieses Buch nicht haben. Ja. 1984. Hm. Okay. Wie man in deiner Bibliothek nervt. 101. Äh, nee. 101 Tipps. Psst. Alter, sei still. Das ist eine Bibliothek. Tut mir leid, aber woher soll Chad wissen, was ich mir ansehe? Sage sie ihn draußen. Chad? Ne? Bibliothek. George Orwell. 1984. Der Name sagt mir was. Ich hab's nie gelesen. Nein. Ich hab's nie gelesen. Nope. Jetzt... Der Name. Den hab ich zumindest schon mal gehört. Das ist zumindest etwas. Wie man einen Spottdrossel wiederbelebt. Aha. Ach du meine Güte. Ein Leitfaden, um das Leben nach dem Tod zu genießen. Okay. Big Brother is watching you und so. Ah, okay. Ja, 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 ja. Verstehe. Verstehe. Ah, ja, daher kenn ich den Namen. Dann kenn ich, glaub ich, ein paar Geschichten, die dadurch inspiriert wurden. Okay. Gibt's auch was, Film, welcher für eine Buchverfilmung verdammt gut gemacht wurde. Ja, jetzt weiß ich aber wieder, wo ich den Namen herkenn. Äh, oder... Auch Dings, weil es gibt ja auch einige Spiele oder sonst was, die auch durchaus so auf diesem Gedankenkonstrukt dann basieren. Ja, 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 passt. Okay. Wie man im Roggen wandelt, ohne erwischt zu werden. Das könnte man auch auf Maiswälder beziehen. Stolz, voreingenommen zu sein. Wie man die vierte Wand in Videospielen durchbricht. Ernsthaft? Ja. Dafür ist es zu spät, glaub ich. Okay. So, wir haben hier noch ein paar Leute. Mit dir kann ich auch sprechen. Es war vermutlich eine Referenzauffänge im Roggen. Ja, wahrscheinlich kann sein. Stolz im Vorurteil. Von Shane Austin. Okay, da seid ihr gebildeter als ich. Deutlich gebildeter. Kultur! Ist mir egal. Wer braucht schon Kultur? Ich betreibe Videospielkultur. Das reicht mir. Lesen macht mich schläfrig. Vielleicht schläfst du ja wirklich und das ist nur ein Traum. Das glaube ich nicht. Ich träume immer vom Fallen. Oh. Wie man beim Lesen wach bleibt. Moment. Sollte das nicht ein Hörbuch sein? Ah. Ich bayerischer Kulturbanause. Ja, das, das, ja. Wer reitet so spät durch Nacht und Wind? Ja, das ist der Erlkönig. Den kenne ich. Den konnte ich mal irgendwann auswendig. Man könnte fast meinen, du kommst aus dem bayerischen Bergdorf. Stoey, du bist da was ganz Großem auf der Spur. Es ist der Benni auf einem Rind. Ja. So, so in der Richtung, ja. Kann ich mit dir nicht sprechen? Doch, von vorn. Okay. Ich kann keine Bücher über Dr. Kral. Wir können nicht wirklich über ihn reden, oder? Oder schreiben. Das, das ist Censur. Ich weiß und ich habe es satt. Wir, wir sollten... Ja, toll. Was sollen wir tun? Was? Ähm. Und was denkst du über Dr. Kral? Ich liebe ihn. Klar, gar keine Frage. Haben die einfach den Typen jetzt ausgetauscht? Das ist ja... Also, wow. Das ist halt wirklich Zensur, aber so Vollgas. Das ist ja... Ne, hui. Dieses Rezept macht keinen Sinn. Donuts. Zwei. Gemischtes Gemüse. Fünf. Karottenchips. Acht. Knoblauchsuppe. Zehn. Ich glaube, du schaust dir das Inhaltsverzeichnis an. Oh, ich verstehe. Kein Wunder, dass es furchtbar geschmeckt hat. Die sind hier alle nicht so helle, ne? Also, mir fehlt ja einfach nur Wissen. Aber die sind hier alle nicht so schlau. Ui, 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 ui. Okay, und er hier ist Dual-Wielding-The-Books. Kann ich? Ja. Es ist schwer, das zu tun, was in diesem Buch steht. Es ist nie zu spät. Wie heißt es? Einhundert Dinge, die man tun sollte, bevor man stirbt. Vielleicht solltest du ein anderes Buch lesen. Also ist dieser Tuko auch kein Koch? Naja, also wenn er so kocht, also wenn er nach Inhaltsverzeichnis kocht, würde ich mir jetzt mal Gedanken machen. Warte mal, kommen wir von hier aus in die Privatbibliothek? Ich war hier noch nicht an allen Wänden, glaube ich. So, finden wir irgendwo ein Muster, das abweicht. Von dem Ganzen hier. Ich glaube nicht so wirklich. Nö, sieht nicht so aus. Das sieht alles sehr, 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 sehr geradlinig aus. Okay, wir kommen noch nicht, oder wir kommen zumindest jetzt nicht in die Privatbibliothek. Der Arzt ist auch nicht da. Hm. Gut. Aber wir hatten den Buchstaben da drin, ne? Das ist doch schon mal etwas. So, dann gehen wir jetzt mal hier runter, wo wir kurz beobachtet wurden oder beobachtet werden. Hier. In Dr. Kral vertrauen wir. Und so weiter und so fort. Hier kann ich mich hinsetzen. Oh, ist das der Turm? Warte mal. Warum schaue ich da im Real Life drum rum? Ist der Arzt beim Stromausfall? Nee, ich glaube, der war krank. Ich glaube, der war einfach krank. So, was ist denn da drin? Da dreht sich was. Okay. Schauen wir uns auch gleich an. Ah, verstehe. Hier geht es dann einfach wieder hoch. Ja, ja, ja. Verstanden. Verstanden, verstanden. So, ich stelle mich jetzt aber mal ganz kurz hier hin. Ich mache nochmal ein kurzes Päuschen, ne? Und dann sehen wir uns gleich nochmal. Und ich hoffe, ihr... Nein? Doch? Ich mache jetzt ein kurzes Päuschen und dann, äh, genau. Ihr könnt euch in der Zwischenzeit von den Flachwitzen erholen, ne? Bis gleich. Ich habe den falschen Pausenscreen gewählt. Es tut mir leid. Entschuldigung. Bis gleich. Amen. 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 So, da bin ich wieder. Ähm, ich soll euch einen lieben Gruß von Sammy ausrichten Die habe ich mal eben noch kurz gestreichelt Auf dem Weg So, jetzt gucken wir mal, wir werden hier Von einer Kamera verfolgt Die nichts dagegen hat Dass wir die Buchstaben einsammeln, das ist ja schon mal etwas Ich habe die Buchstaben E gefunden Ja, das ist tatsächlich nochmal Afterlife Ich hätte halt Wirklich gedacht, dass da verschiedene Wörter Dann rauskommen Aber okay, so, in Dr. Krull Vertrauen wir Sprech für dich selbst Man hat immer eine Wahl Findest du nicht auch? Ja, schon Ja, doch Ich habe dich wählen lassen Wow Unser Charakter freut sich, dass er uns wählen lassen Hat in Dr... Alter So Ich bin hierher gekommen, um einen klaren Kopf zu bekommen Um den Kopf freizubekommen, weißt du? Hast du es geschafft? Zu gut Jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich wohne Wow Nun Ähm Schwierig Waterfall Tower Zu ihrer Sicherheit werden sie aufgezeichnet Eigentlich ist es zu unserer eigenen Sicherheit Aber wir wollten nett erscheinen Ist das nicht immer so? Jetzt mal so, ne? Prinzipiell Kameras dienen doch immer eigentlich mehr der eigenen Sicherheit Äh, also der Der des Kameraaufstellers Als Denen, die dadurch gefilmt werden Behaupte ich jetzt einfach mal so Eine Weile sitzen bleiben? Ja Können wir mal machen In diesen ruhigen Momenten für sich selbst Kommen unsere tiefsten Gedanken Und Selbstentdeckungen zum Vorschein Ich bin hungrig Du sprichst mir aus der Seele Oh ja Du sprichst mir eher aus dem Magen Aber hey Hast du genug davon, ruhig und entspannt zu sein? Ja, definitiv Ja, nach einer Weile wird es langweilig Gut Oh, die Bank füllt aber Leben auf Wie es ausschaut Das, äh, das Das ist natürlich praktisch So, der Turm Da müssen wir rein Das machen wir Nachher Sobald wir uns hier noch ein bisschen weiter umgeschaut haben Schau dir diese Aussicht an Ich wünschte, ich hätte mein Telefon Um ein Foto zu machen Oh, warte Hier ist es Ich wünschte, ich hätte mein Telefon Warte mal Können wir Möglicherweise Da Es bringt leider nichts Da drin ist irgendwas Aber wir kommen da nicht rein Oh, warte mal Oh mein Du hast den Buchstaben R gefunden Fünf von neun Sieh immer hinter dem Wasserfall nach Immer, ja Ah ja Wir können da einfach drüber marschieren, ne Aber auch nur über den ganz bestimmten Weg Oh mein Gott Achso, ja Guck mal Da sind Sträucher Und da ist eine Lücke in den Sträuchern Schweben Ja, aber Also Anderes Wasser kommen wir ja nicht Also Weiß ich nicht Irgendwie laufen wir ja doch Offensichtlich Weil übers Meer konnten wir ja nicht schweben Obwohl andererseits Ich weiß nicht, ob Ne, da war glaube ich Nichts in der Richtung wie hier So mit Büschlein und so Warte mal Kann ich hier drüber? Da kann ich auch nicht drüber Wir können nicht überall übers Wasser schweben Laufen Uns übers Wasser bewegen So Hi, wer bist du? Kann ich dir ein kleines Geheimnis verraten? Klar Du kannst mir vertrauen Okay, hör zu Hey Chat Versuch zuzuhören Jetzt nicht zuhören Hau ab Ich erzähl dir später alles darüber Das hab ich gehört Nun wirst du es nie erfahren Na toll Ich bin sicher, es war nichts Ich kenne sogar eine Abkürzung zum Portal Die dich zurück Ins Leben bringt Oh 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 Eine Abkürzung zum Portal Interessant Das ist sehr interessant Das wäre schon spannend Ich kann übers Wasser laufen Ich bin der Messias Naja, die langen Haare habe ich schon, ne? Straße zur Schädelhöhle Es ist wahrscheinlich nicht offensichtlich Aber es hat die Form eines Totenkopfes Sieht der Typ da aus wie eine Straße? Ja Das dachte ich mir auch schon Ich war nicht sicher, ob er von dem Auto überfahren ist Oder ob er eine Straße darstellt Rhodey Es ist gefährlich, nach Darktown zu gehen Doch der Krall und seine böse Armee sind dort Und verursachen Chaos und Zerstörung Ich meine es Sie haben ein nettes Gespräch mit den Dorfbewohnern Das ist schon besser Oh Rhodey Oh Das passiert jetzt wahrscheinlich nochmal, ne? Ja 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 Rhodey Oh schön Schön, schön, schön Okay Aber da kommen wir eh noch nicht weiter Weil davor müssen wir jetzt definitiv in den zweiten Turm So, jetzt lasst uns mal kurz gucken Finden wir noch Buchstaben Haben wir da noch irgendwo irgendwas? Kommen wir möglicherweise Oh, warte Okay, nee Das hat sich gerade so angefühlt Als würden wir da rechts rauskommen Ähm Buchstaben wäre noch ganz nett Du legst dich hin Viel Spaß, wolltest du noch? Du glaubst bei dem Spiel ergibt Was ergibt sich das? Ja, ich glaube auch, ja Daniel schlaf gut Warte mal Oh, warte Oh 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 Ist dir überall, wo du mich treffst Ein Foto mit mir machen? Ja Du bist meine Lieblingsfigur Oh Es ist so verlegen Oh Ist ja niedlich Vermutlich im Turm war das letzte Mal auch so Ja, ja Ich glaube halt auch, ja Im Turm wird sich definitiv noch was finden lassen Also es sind halt noch drei Buchstaben, die fehlen Deswegen will ich hier nochmal kurz gucken Ob wir hier Möglicherweise hier doch noch irgendwo irgendwas übersehen haben Aber ich glaube es jetzt auch nicht so direkt Ich bin eigentlich guter Dinge, dass wir da jetzt erstmal alles haben Was jetzt hier so an der Oberfläche zu finden ist Da hinten waren wir auch schon Das war der Typ mit Dingens Mit Mit seinem Personal Trainer Dem wir nicht verraten sollen, dass er da ist Genau Hier sind wir jetzt Ne, da haben wir keine Chance runter zu kommen Ne, da kommen wir nicht hinters Haus Oh, doch Okay, wir kommen hinters Haus Da ist aber offensichtlich nichts Sonst hätten wir es mitgenommen Was wohl ein Centers-Paket ist Ich hatte das wohl überlegt, aber ich bin davon ausgegangen, dass Nichts, wir können nicht mit dem Paket einzeln reden Okay Aber Snowy schlaft gut, ne? Schlaft gut und bis vermutlich Donnerstag Was heißt vermutlich? Ich bin Donnerstag, doch So lautet der Plan Die Prophezeiung So Hier ist jetzt auch nichts, wo wir irgendwie noch dahinter könnten Ne, keine Lücken oder so Durch die wir schlüpfen können Okay, also ab in den Turm Chad A, B oder C Stella, so funktioniert das nicht Wir haben kein D Muss ich jetzt wirklich einen Buffer-Overflow hier einführen Der dann wieder auf A springt D wie ein 3 Wir haben aber keine 3 Wir haben nur ein C Ihr seid doch doof Wow Ja gut, aber dann nehme ich das, was am nächsten dran ist Das heißt, wir nehmen C Ich bin nicht in der Lage, dieses Sicherheitstor zu öffnen Sie werden mich nicht aufhalten können Was? Achso Okay, wir gehen halt da durch Schöner Tag, um ein 2D-Sprite zu sein Und die wie Doa Oh Finde ich auch Warum ist der Typ hier? Komm schon Wir schaffen das Wir haben keine Zeit, Angst zu haben Jemand wartet auf mich Ähm Oh Hallo Jetzt ist anders Warum wollten wir eigentlich Warum Wir hätten auch Wir wären auch hier durchgekommen Da so zwischen Wand und Dingens So Es sind drei Türen Und C ist der dritte Buchstabe Ja, aber Ja, aber Doch nicht D Wie D Wie Door Das sind aber drei Türen Welche Mann Habt ihr nie dieses komische Ding gespielt? Oder Habt ihr nie diese Show gesehen? Mit den Kindern, die vor den Türen rumhüpfen Und ob du wirklich richtig stehst Siehst du, wenn das Licht angeht? Ach man, jo Ayane, schlaf gut Viel Spaß bei Rimworld Wenn du dann irgendwann wieder wach bist und so Du bist alt? Sehr gut Also das war jetzt darauf bezogen, dass du die Show kennst So Okay, ich kann mit dir sprechen Was ist dein Problem? Wie komme ich durch dieses Sicherheitstor? Benutze deine Zugangskarte Hast du keine Zugang Was? Nur diejenigen, die eine Zugangskarte haben Können die Aufzüge benutzen Oder wenn sie bereits im Gebäude waren Bevor dieses Tor installiert wurde Okay, wir müssen also eigentlich Okay Wissen sie, wer ich bin? Ja, ich weiß, wer du bist Oh Wo ist ihre Zugangskarte? Hier ist sie Du gewinnst diese Runde Wo kann ich eine bekommen? Ich weiß es nicht Ich habe dieses Spiel nicht gemacht Wer dann? Der Entwickler Natürlich Er wohnt in dieser Stadt Vielleicht kann er dir helfen Oh, das ist praktisch Ich komme wieder Nein, bitte nicht Okay So Der Entwickler kann uns helfen Der wohnt hier oben Da wo Woof auch steht Jetzt schauen wir doch mal Ob er uns eine Karte gibt Kann ich mir einfach mit dem Rechner spielen? Ja Ich arbeite an den Updates Updates 3% abgeschlossen Bitte schalten Sie den Computer nicht aus Das wird lange dauern Bitte tun Sie in der Zwischenzeit nichts anderes Schauen Sie einfach auf den Bildschirm Mit der Installation fortfahren? Ja Ich vergewissere mich nur Das ganze Ding programmiert Kennen Sie die Gewinnzahlen der Lotterie? Nein Den Teil hat ein Freelancer gemacht Vielleicht hätte ich nach dem Code fragen sollen Wie auch immer Nimm diese Access Card Sie haben die Access Card erhalten Herzlichen Dank Wie kann ich Ihnen das jemals vergelten? Vielleicht mit Geld? Du bist witzig Ich hab nicht gescherzt An der Stelle Muss ich den Knopf drücken Ah Da Gut Kauf das Spiel Unterstützt den Entwickler So Gut Sehr schön Dann haben wir jetzt eine wunderbare Access Card Können wir uns die eigentlich In unserem Inventar anschauen? Wie ein VIP Pass Ohne ein VIP zu sein Okay Immerhin Ah Jetzt sind die Dinge einfach weg Seht her Ich habe eine Zugangskarte Nun Wo ist das Sicherheitstor? Wir haben es verkauft Es war zu teuer im Unterhalt Was mache ich jetzt mit dieser Zugangskarte? Du kannst sie mir geben Ich sammle sie Ich sammle sie Okay Nimm sie Danke Ich werde sie in meine Sammlung aufnehmen Wie viele Karten haben sie jetzt? Zwei Natürlich hat er jetzt zwei Hey du Auf der Karte die sie mir gegeben haben Steht Verfallsdatum 21.92 Glaube ich Ich weiß nicht Ist das gut? Ist das schlecht? Wir wissen nicht in welchem Jahr dieses Spiel spielt Aufzug A führt zu einer Etage voller Feinde Aufzug B führt zu einer Etage voller Tödlicher Fallen Aufzug C führt zu einer Etage voller Feinde und Tödlicher Fallen Wer würde Fahrstuhl C nehmen? Die Fahrstühle A und B sind außer Betrieb Leute wir haben eh keine Wahl Wir müssen C nehmen Oh nein Hi Lift Boy Bitte fahr uns mal zu Fallen und Feinden Auto Welches Stockwerk? Die letzte Etage bitte Warte mal Das ist mein erster Tag Das ist schon okay Viele Stunden später Was? Diese Fahrt dauert ewig Das muss ein sehr hoher Tower sein Ich hab den Knopf nicht wirklich gedrückt Da haben wir es Zweiter Stock Es ist erst die zweite Etage Schönen Tag noch Amateur Hat er vergessen den Scheißknopf zu drücken Ja super Oh was ein Held Achso jetzt sind wir wieder im Fahrstuhl Kann ich eigentlich Welche Etage möchten sie besuchen? Oh Pass mal auf Erste Etage ist hier aber vermutlich Ja das Erdgeschoss Okay Gut Dann wieder hoch zur 2 Und da Wandzettel Im Falle eines Brandes Nicht den Aufzug benutzen Benutzen sie die Treppe Stairspack DLC Separate erhältlich Glaubt mir da ist kein DLC Für dieses Spiel vorhanden Da ist keins Ich wollte nicht Dr. Krulls Armee beitreten Aber was kann deine arme Seele sonst tun? Entweder du trittst deiner Armee bei Oder du landest im Gefängnis Es muss doch eine andere Möglichkeit geben Die gibt es Du findest alle Schlüssel Und vernichtest Dr. Krull und seine Armee Hm Was waren nochmal die ersten Beiden Möglichkeiten? Da ist noch kein DLC vorhanden Ja Das stimmt Ich hab gar nicht geguckt Ob da was ist Ich wollte eigentlich nur Hinter ihm vorbeigehen Aber ja Der Boden ist hier anders Da Wow Ich hab da gar nicht Jetzt drauf geschaut Überhaupt nicht Ich wollte einfach nur Diesen hier machen Und dann war da plötzlich diese Oh Was hast du da eigentlich? Was ist das? Achso Das ist so eine So eine komische Kopfbedeckung Wie sonst immer auf Ja okay Ja ja Verstanden Verstanden Hi Du wirst dir wünschen Du wärst noch gestorben Äh nein Du wärst nicht gestorben Das wünsche ich mir schon Oh Okay Ich schätze Dieser Kampf wird dann wohl Nichts mehr ändern Ah Wo ziel ich denn schon wieder hin? Okay Gut Schön Sie haben bekommen Was sie verdient haben Ich kann es nicht mit Sicherheit sagen Vielleicht waren sie ein netter Kerle Ja vielleicht So ganz ausgeschlossen ist das nicht Dass die eigentlich ganz nett waren Oh toll Bei diesen Spielen muss es immer einen dunklen Bereich geben Habe ich recht? Deine Augen sind geschlossen Oh Entschuldigung Mein Fehler Okay Aber Ian ist wenigstens ehrlich Was das angeht Oh hier Hallo Sehr schön Das ist eigentlich Das ist eigentlich wirklich schick Dass dann hier einfach am Boden Irgendwie eine Textur ein bisschen anders ist Dass man sieht Dass da so ein Geheimbereich ist Weil sonst sucht man sich ja wirklich dumm und dämlich Was hat das mit diesen Türmen auf sich? Gibt es hier irgendeinen Schatz? Das bin ich John Treasure Hallo Ich bin John Treasure Ich hatte auf einen anderen Schatz gehofft Oh Du meinst meinen Bruder Nein das ist nicht Hi Ich bin Ray Treasure Ich glaube das ist ein Missverständnis Weiß einer von euch wo ich einen alten Schatz finden kann? Ja Ich spreche nicht von deinem Großvater Oh Dann nein Keine Ahnung Oh man Schön Die Tür ist verschlossen Natürlich Du hattest nur auf einen Jim Treasure getippt Ich hatte tatsächlich darauf getippt Dass noch ein Opa auftaucht Aber das wurde ja Abgewehrt Ich mag Schalter Hi Wer bist du? Wir hatten Augenkontakt Du weißt was das bedeutet Was war das? Immer der zweite oder dritte Trainer oder so Im Vertania Forest In Pokémon War das das? Ne das Nein 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 Das war Oh das war glaube ich so ein kleiner So ein kleiner So ein kleiner Typ nach Misty Wenn man in Richtung Nach rechts halt abgehauen ist Ich glaube da war der Typ Der das gesagt hat Ja wir müssen kämpfen Oh Ich wollte sagen Wir sollten uns küssen Guck mal wir sind Blasch Das war ein Scherz Ich weiß Was ist er denn? Love Story im Tower Wäre auch ein hervorragender Buchtitel glaube ich Okay Wir legen mal den Schalter um Soll ich diesen Hebel ziehen? Wahrscheinlich öffnet er eine Tür Oder etwas ähnliches Ja John Treasure Was hast du getan? Noin Scherz Du hast die Tür aufgeschlossen Du sagst es doch Er liebt uns Ja aber es ist trotzdem Der Satz aus Pokémon 1 zu 1 Das ist ein wunderschönes Kleines Easter Egg Es ist toll Es ist einfach toll So das da kann man eh nicht mitnehmen oder? Ja genau So Keine unbegrenzten Taschen Leider 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 Aber hier ist eine wunderbare Tür Okay Könnt ihr später wieder kommen? Wir sind in der Mittagspause Eigentlich nicht Ich bin in Eile Okay Aber wenn wir dich besiegen Lässt du uns zum Nachtisch ein Gut gemacht Geht dir nur Ich habe Hunger Ich suche nach Resten Der Erzähler geht einfach mittendrin was essen Okay Das klingt jetzt eher nach Streamer Als nach Erzähler Wenn ich ehrlich bin Aber gut Also Ja Wenn er meint Ja Kann ich hier wieder übers Wasser laufen? Nein Schade Oh warte mal Da ist Wuf Da ist Wuf Hi Hallo Glaubst du ich werde jemals den Weg zurück ins Leben finden? Ich werde sehr offen zu dir sein Nun Okay Also Wuf ist toll zum Streicheln Aber offensichtlich nicht gut darin zu helfen Wir sind hier ziemlich weit oben Warum schaust du mich so komisch an? Willst du dass ich springe? Nein Warum sollte ich wollen das? Was? Andererseits Moment Ich hätte Ja auswählen sollen Scheiße Ich hätte Das wäre ein ganz klares Ja gewesen So ein Moment Lass mal gucken Ob sich das nochmal triggern lässt Ich sehe zumindest nichts im Wasser Was in irgendeiner Art und Weise Da jetzt irgendwie rausguckt Besonders So Ich drücke ganz wild A Ne Scheiße Es wird nicht nochmal nachgefragt Es ist Nope Schade Okay Dann müssen wir Hier reingehen Passt auf Du kannst Dash in diesem Raum nicht benutzen Und warum nicht? Der Boden ist mit Anti-Dash-Partikeln bedeckt Hast du dir das gerade ausgedacht? Nein Vielleicht Oh mein Gott Ah Das habe ich verdient Das war gerade geraten Ob ich da durchpasse Gut gemacht Du sahst aus wie ein Frosch Der die Straße überquert Ich fasse das als Kompliment auf War es auch Okay Der Erzähler-Chan ist toll Erzähler-Chan ist richtig toll Okay Gucken wir mal ganz kurz Geheime Wege Geheime Wege Keine geheimen Wege Nur ganz öffentliche Raids Von einem Dover Hallo Einen wunderschönen guten Tag Hallöchen 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 China Und Hi Habe ich gerade schon gesagt Mehrfach Wie geht es euch? Was habt ihr getan? Was 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 gab es bei euch? Was gab es bei euch? Frohes Neues übrigens Falls wir uns noch nicht gesehen haben sollten Ich suche mal ganz kurz mein Chatfenster Oh ne muss ich gar nicht Hat sich schon erledigt Böse Alter hat den Den perfekten Shoutout schon rausgehauen Sehr nice Ich bin tot Ähm Ja das ist eine Sache die ich in diesem Spiel nicht verneinen kann Aber wir arbeiten dran wieder zu leben Also Ja das Das ist Das ist das was wir in diesem Spiel versuchen Wir sollen also Ja wir sind definitiv tot Ähm Was Relativ offensichtlich ist Aber wie gesagt Wir arbeiten daran wieder zu leben Dafür brauchen wir acht Schlüssel Aus acht Türmen Wenn ich das richtig Verstanden habe Vielleicht auch aus weniger Türmen Und einfach acht Schlüssel Um ein Portal zu öffnen Das uns wieder in die Ja In die Welt der Lebenden Ähm Überführen kann Und dafür müssen wir allerdings glaube ich Vorher noch einen Diktator stürzen Und äh Alles mögliche in der Richtung Und vor allem unglaublich viele Wortwitze überleben Neue Vorwarnung Das funktioniert in manchen Räumen nicht Ich weiß Das ist gerade im vorher Äh im vorherigen Raum passiert Oh Ich dachte das war dieses Zimmer Nein Es war der andere Raum Hm Bist du sicher? Ja Dann habe ich mich geirrt Sie müssen es gemalt haben Ciao Es ist nicht so wichtig Kannst du mir einfach helfen Diese Feinde zu bekämpfen? Welche Feinde? Mir ist eingefallen Dass ich einen Termin habe Das ist schon das zweite Mal Oh schön Was so ein Raider ist jetzt Twix Twix ist tatsächlich sehr lecker Aber wie war Elden Ring? Was habt ihr gemacht? Habt ihr irgendwas besonderes gemacht? Irgendwie einen Special Run Keine Ahnung Irgendwas Außer einfach so durch Oder auch einfach nur so durchs Spiel So Er hat einen Termin Diesen Termin hattest du schon? Nein Einen anderen Ich glaube nicht Dass er wirklich einen Termin hat Ja ich halt auch nicht Ne Au Äh warum 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 spiele ich Twin Stick? Shooter Wenn ich das nicht kann Okay Egal Exzellent Der Boss wartet im nächsten Raum Ich weiß es weil ich hinter der Tür spioniert habe Er hat sich umgezogen Das war peinlich Was? Der Boss hat sich Okay Nun Gut Äh ich würde dann mal eben ganz kurz Genau eine kleine Heilung nutzen Um zu gucken Äh hier auch nochmal kurz die Wände überprüfen Ob hier irgendwo ein Geheimraum ist Irgendetwas Weil uns fehlen noch Buchstaben Zwei glaube ich sogar noch Das sind gar nicht so Wenig Ist das kleine Ding da Der Boss? Offensichtlich Was nicht das für Leute die hier reinkommen Ich hab mich gerade umgezogen Bist du nicht zu klein um ein Boss zu sein? Äh ich bin hier drüben Oh Das ist nur ein Souvenir Damit du dich an diesen Kampf erinnern kannst Das ist wirklich sehr nett von euch Jetzt werde ich dich vernichten Das ist nicht so nett Okay Was So Nein Unterlasse das Laser sind doof Oh Der Laser ist schnell Oh mein Gott Ich hätte dashen sollen Ja Das ist toll Achso Gut Du hast gewonnen Yay Wir können ihn behalten Den Schlüssel? Nein Das kleine Souvenir Es ist so süß Also Ja Souvenirs sind immer toll Deswegen funktionieren Souvenir Shops Niemand braucht das Zeug was da drin ist Aber es ist niedlich So Du hast den zweiten Schlüssel gefunden Du bist unübertroffen Außer vielleicht Dr. Kroll Er hat noch sieben weitere Schlüssel Er hat dir sogar einen abgenommen Weißt du noch? Ja ja Kein Grund das wieder zu erwähnen Herzlichen Glückwunsch zu deinem ersten Schlüssel Nochmal Errungenschaft freigeschaltet Wasserfallturm So Jetzt gucke ich aber hier auch nochmal Ne Da ist nix Da ist nix Okay Wir brauchen halt noch zwei Du schon wieder Ich muss Dr. Kroll sagen Dass du den zweiten Schlüssel Hast Aber dieses Mal Jagst du mich nicht durch alle Räume Ich habe ein Teleportgerät gekauft Ich werde mich direkt in sein Schloss Teleportieren Mal sehen wie das Ding funktioniert Okay Praktisch Also tatsächlich praktisch Hätte ich auch ganz gerne im Real Life Manchmal Oh mein Gott Ich habe ja vorhin gesagt Ich bin heute müde Das hat nicht wie erwartet funktioniert Ich sollte aufhören Billige Fälschungen zu kaufen Versuchen wir es noch einmal Ich wette dass wir sehen ihn gleich wieder Im vorherigen Raum So Da Natürlich Vielleicht solltest du die Gebrauchsanweisung lesen Keine Sorge Ich habe das im Griff Das war aufsicht Natürlich war es das Okay Wir springen nie wieder hier ins Wasser Du bist auch mal raus von heute Auch wenn du so gerne weiter zusehen würdest Leider musst du morgen auch wieder früh raus Ja stimmt es ist Sonntag Es ist ja Sonntag Und nicht jeder hat das Glück noch Urlaub zu haben Ja 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 Es ist ja Verstehe ich total Verstehe ich total So da ist er noch mal Lass mich dir dabei helfen Schauen wir mal Aber schlaf gut Amy Und Lilith solltest du einschlafen Auch dir gute Nacht Hat er sich selbst teleportiert Ich glaube ja Hm Du schuldest mir ein Gerät Okay Cool Ich will ihm kein Gerät schulden Aber offensichtlich schulden wir ihm ein Gerät Naja Macht er sich weniger lächerlich ne Das ist doch auch schon mal was Das ist doch auch schon mal viel wert Du hast ein Teleportgerät gefunden Du kannst dich jetzt mit deinem Handy Teleportieren Schnell reise zu jedem Ort Den du schon besucht hast Versuchen wir es mal Wo Wuf Eingehender Anruf Hey Ich wollte dir nur sagen Dass der Weg zur Darktown jetzt frei ist Du gehst besser zur Skull Cave Wo hast du diese Nummer? Ich hab sie einfach erraten Beeindruckend Kann ich sie anrufen wenn ich Nee Kann ich sie anrufen wenn ich in Schwierigkeiten bin? Ich denke es ist am besten wenn ich sie kontaktiere Okay Also Wuf kann uns anrufen Wir Wuf nicht Das ist natürlich doof Aber wir können jetzt lustig teleportieren Ja das ist praktisch Das ist sehr praktisch sogar Wir brauchen aber immer noch zwei Buchstaben Nee einen Buchstaben brauchen wir noch So Leute wo würdet ihr euch verstecken Wenn ihr ein I wärt? Ein einfaches I Also quasi ein Strich in der Landschaft Wo wäre das korrekte Oder das beste Versteck für euch? So jetzt kommen wir hier rein Das ist schön Roadie ist nicht mehr da Straße zur Schädelhöhle Da 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 Ja nee das haben wir schon gelesen Hinter einem Zaun Ja Hatten wir hier irgendwo einen Zaun? Ich kann mich nicht an einen Zaun erinnern Ich guck nochmal überall rein Das hatten wir Komme ich hinter den Charakteren hier vorbei? Du wärst ein I in Bibliothek Ja in der Bibliothek waren wir schon Ich würde ja spontan vermuten Dass es die Privatbibliothek da hinten ist An die wir aber nicht rankommen Das ist das Problem gerade Genau hier ist die Tür verschlossen Weil der Arzt nicht da ist Der Arzt ist krankgeschrieben Der spricht zwar mit uns Aber Das war es auch schon Und ich hatte vorhin ja geguckt Ob es hier irgendwo einen Weg raus gibt Aber den gibt es ja auch nicht Hier ist jetzt nicht irgendwie so ein versteckter Weg Genau das hatten wir hier Das ist unser Sofa Koch Warte mal kann ich mit dir noch was sprechen Haben sie irgendwelche Bücher Über die Flucht aus dem Nachleben? Wir haben dieses hier Das heißt Flucht aus dem Nachleben für Dummies Ne das hatten wir schon Ja ja ne 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 Warum gibt es kein Horror-Teil? Ich habe Angst vor Gespenstern Was? Haben sie irgendwelche Bücher Über die Flucht? Okay Ne Ne Äh Nope 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 Wir kommen hier nicht weiter Nicht so wirklich So Hey Easy Hallöchen Also Mikaras gerade 4 Stunden in Valheim verbracht Ja das kommt so circa hin Machst du jetzt noch Nudeln? Au ja Morgen erster Praktikumstag in der Computerwerkstatt Oh nice Nice Ja sehr cool Ich wünsche dir ganz viel Spaß Dabei Nicht zu spät kommen Das äh Wäre ein ganz ganz schlechter Eindruck So Hier ist halt nix Hier ist halt nix Da ist halt nix Und Nudeln um die Zeit gehen auch immer Definitiv Also Das geht locker Das geht locker Hmm Komme ich hier Ne Es gibt keinen Weg dahinter Diese Privatbibliothek Das ist halt wirklich so der einzige Anhaltspunkt Den ich gerade habe Du bist aufgeregt wie so ein Tag aussieht Acht Uhr geht's los Und erstmal nur vier bis sechs Stunden pro Tag Weil der Besitzer quasi allein arbeitet Und den letzten Rest vom Tag Kundenbesuche macht Und dich jetzt Praktikantin ungern auf Kundenbesuche mitnehmen will Die auch mal bis 20 Uhr dauern können Ja 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 das ist verständlich Das ist verständlich Wichtig ist eigentlich nur Dass du nicht versuchst Den 24 Pin an der Grafikkarte oder so anzuschließen Weil das wird nicht funktionieren So Und wenn dein Mainboard ein 8 Pin extra Power Connector hat Und dein Netzteil das unterstützt Dann auch das gerne anschließen Ist nicht immer notwendig Aber Das ist nicht immer notwendig Aber es ist Es kann Vorteile bieten So Hi Karas Warum habe ich jetzt damit gerechnet Dass du auch gleich auftauchst? Wie kommt das? Wie kommt das? Ach so Warte mal Wenn ich schon in die Wohnungen hier reingehe Oder in die Häuschen Dann könnte ich auch Einfach gucken Ob da irgendwo Texturen sind Die möglicherweise keinen Sinn ergeben Ja das haben wir schon Das haben wir schon Das kennen wir Ne Hellseherfähigkeiten Ja Ich glaube auch Ich will da nicht noch einmal reingehen Oh Gut Kann ich verstehen Kann ich verstehen Warum würde man das versuchen wollen? Weiß ich nicht Warum man das versuchen wollen würde Das würde auch Nicht mal ansatzweise passen Aber es ist Gibt bestimmt Leute Die das schon mal probiert haben Bestimmt Garant Also Ja doch Garantiert Es wäre merkwürdig Wenn nicht Deswegen Ne So Du bist bald mit deiner letzten Szene fertig Und dann müssen die anderen Von deinem Projekt arbeiten Und du kannst dich zurücklehnen Ja nice Zurücklehnen ist immer gut Also Ja Zurücklehnen ist Grundlegend das Beste Oh In der Zwischenzeit In Dr. Carlis Schloss Äh Das Schloss ist noch nicht fertig Bitte komm später wieder Ich möchte Dass du es baust M- Mie Ja Hast du damit ein Problem? N-n-n-nein Gut Es muss neun Schlafzimmer Zwölf Bäder Einen Tennisplatz Einen Heimkinoraum Und einen Swimmingpool haben Diese Zahlen ergeben keinen Sinn Du hast recht Es sind zwei Swimmingpools Oh Und ne Waschküche Ich hab das Gefühl Dass wir seit Beginn des Spiels Die gleichen Klamotten tragen Wir Wir haben Okay Ich muss noch nachdauen Wir haben vielleicht Einen weiteren Schlüssel gefunden Ich muss diesen Bereich sichern Ich komme später wieder Um deine Fortschritte Zu Überprüfen Ja Viel Spaß Mit Was waren das? Zwölf Schlafzimmer? Nein, keine Ahnung Schließlich Den bösen Jungszahn Sagten sie Das wird ein Spaß Sagten sie Ist das nicht immer so? Willst du ein paar lustige Fakten Über Skull Cave hören? Na klar Ich auch Ich auch Das wäre toll Es gibt so Momente In diesem Spiel Die machen mich fertig Ne Es gibt so ein paar Momente Die sind wirklich so dämlich Wow Gut So Wir suchen immer noch Einen scheiß I Wo Wo finden wir denn ein I? Neun Schlafzimmer Zwölf Bäder Ein Kiem Neun Schlafzimmer Zwölf Bäder Ein Heimkino Zwei Pools Das kannst du nachvollziehen Ja prinzipiell ja Ich würde vielleicht Eher neun Bäder machen Weil Ne Analog zu Dings Und drei Gästeklos Andererseits Warum sollte ein Gästeklo Nicht ein vollwertiges Bad sein? Wenn es so groß wird Ist halt auch schon egal Ja das kennen wir halt auch schon Hoppala Gut Es kommt keine Küche ins Schloss Naja Er ist quasi ein Diktator Also Ich glaube Der kann sich einfach Kostenlos liefern lassen Also warum sollte man dann noch Selbst eine Küche bauen? Also das Das kann ich nachvollziehen Das wäre der Punkt Den ich auch so machen würde Warum noch in irgendeiner Art und Weise Selbst kochen Oder in den eigenen vier Wänden kochen Wenn man halt einfach Nun ja Seinen hauseigenen Lieferdienst einrichten kann Einrichten lassen kann So hier waren wir jetzt nicht nochmal drin Ich hätte gerne noch ein I von dir Wenn das geht Hinter dir kann ich nicht rumgeistern Ne? Nein Was jetzt? Verkaufst du Tipps? Ich will kein Geld mit deinen Problemen verdienen Außerdem Solltest du auf den offiziellen Restless Soul Guide TM Warten Das ist jetzt nicht hilfreich Das ist Ich will doch nur noch ein I finden Das ist Hm Privatkoch wäre doch fein und ist frischer Ja Ja aber die achten dann auch noch auf sowas Wie dass es gesund ist Oder sowas in der Richtung Das macht ein Lieferdienst halt nicht Ich mein Wenn es so weit ist Dann Ist halt wirklich egal Dann Ja dann Dann juckt es halt nicht mehr Ne? Ist genauso wie Ja ich glaube ich habe Probleme mit meinem RAM Warum der passt nicht? Drehe ihn um Ah jetzt geht es Zum Glück habe ich nicht feste gedrückt Haha Ja und RAM ist eigentlich echt nicht schwierig einzusetzen Gut aber Ich habe auch schon mehrere Rechner gebaut Also von dem her Ich habe da halt wirklich gar kein Problem damit Ich habe auch keine Berührungsängste Aber Ja Lieferdienste würden dir mit der Zeit zu blöd werden Dafür kochst du ja dann doch zu gern Weiß ich nicht Aber wir haben ja keine Küche Ist ja offensichtlich bewusst nicht eingebaut Ne das hatten wir halt auch schon Das gepixelte Wasser kennen wir schon Oh Mann Ich habe das Gefühl Dass das dieses I Oder dass das I Im Turm war Wartet mal Ich gehe nochmal in den Turm rein Ich gehe nochmal in den Turm Dass das da bei diesem Wasserdings war Da wo wir runterspringen hätten können Theoretisch Ähm Ich vermute mal Das ist da drin Such den Typen aus der Sesamstraße Die haben doch heute Geburtstag Haben sie ja Weiß ich jetzt gar nicht Habe ich da irgendwas dazu gelesen Keine Ahnung Du hast bei dem ersten Rechner da gesessen Du hast es früher wirklich nicht gern gemacht Weil Angst war es kaputt zu machen Und hast trotzdem direkt gesehen Dass da eine Kerbe ist Da kommt dein Handwerker-Brain raus Ah Kerben Das ist verdumme Ja Dein Rechner zusammenbaut es halt wirklich nicht schwer Du kannst nichts falsch stecken Du kannst wirklich nichts falsch stecken So gesehen Außer du machst es mit Gewalt Dann geht es sehr wohl falsch Dann äh Ist äh Ja Scheiße Ich wette das I ist hier drin Mit genug Gewalt kann man alles falsch zusammenstecken Ja aber ob die Kontakte dann auch zusammenpassen Das ist nochmal eine ganz Ja doch ganz andere Geschichte Also ja am Ende steckt es zwar irgendwie zusammen Aber ob das dann auch halbwegs Also ob das dann funktioniert Hm Nee Das mit dem Funktionieren war jetzt nicht die Anforderung Ja doch prinzipiell schon Da steht es nicht Ja nee In der Zusammenfassung der Sesamstraße wird glaube ich Nee das hätte mich jetzt gewundert Wenn da drin stehen würde Wann Also direkt Im ersten Absatz Wenn da direkt stehen würde Okay Gibt es seit X Wenn man es falsch zusammensteckt Sollte es nicht funktionieren Egal ob es passt oder nicht Ja die Sache ist Wobei Inzwischen kann man Ähm Beim Rechner zusammenbauen Möglicherweise doch Dinge falsch machen Weil Ähm Es gibt inzwischen für die Dim Slots Sprich RAM Slots Zumindest von der Form her Von der Funktion her Von der Größe her Von den Kontakten her Ähm Die kann ich mal mitnehmen So Gibt es nämlich inzwischen Äh Andere Erweiterungskarten Auf die man beispielsweise Eine SSD setzen kann Das gibt es mittlerweile Das sind Auf den besseren Mainboards Leicht versetzte Pins Nicht direkt bei den Arbeitsspeicher Pins Ähm Ähm Aber die sind mechanisch gleich Und da Könnte man Mit Mit Dings Schon was falsches Zusammensetzen Also das 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 ginge Das will ich jetzt nicht abstreiten Aber dann fährt der Rechner nicht hoch Ne Weil dann Sind wir wieder bei dem Fall Dann passt es zwar Aber es funktioniert nicht Und wer jetzt sein 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 Achtpin Motherboard Stecker In seine Achtpin Grafikkarten Dings Die es reinsteckt Das geht halt auch nicht Weil da sind die Pins anders Ähm Die Einkerbungen Und dementsprechend Ja Also Wer das macht Da sind wir halt dann genau Bei dem Fall Entschuldigung Aber das ist Das muss mit Gewalt Gehen So Und dann geht es halt nicht Bei Google Stand es direkt Ja weil Google Andere Sachen anzeigt Als den ersten Paragrafen Als aus Dingens Hahahaha Mein Mann sagt auch Du kannst sehr viel Falsch machen Wenn du Ohne Gewalt Arbeitest Nein Nein Ne 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 Finde ich nicht Ein Rechner Zusammenstecken Ist nicht so schwer Es ist im Grunde genommen Nichts anderes Als Klemmbausteine Du hast eine Anleitung Du steckst das Zeug Dahin wo es hingehört Fertig Wenn es nicht passt Steckst du es nicht rein Du hast die Opfer Nicht gesehen Die ihm vor die Nase Gestellt wurden Die Ausnahmen Bestätigen die Regel Vielleicht muss ich hinter Was hinter dem Haus Wo man jetzt Zur Schädelhülle kann Mal das Selfie Vom Handy rausholen Und gucken Weiß ich nicht Mir wäre jetzt auch Keine Kameraperspektive bekannt Mit der wir Hinter das Haus Gucken könnten Ne Das sieht nicht so gut aus Das sieht nicht so gut aus Ja ok Lassen wir das mal Lassen wir das I mal I sein Wir gucken mal hier weiter Ab in die Schädelhülle Da drüben ist ein Buchstabe Das ist ein E Oder ein F Das letztens mal Das Vorbereitung Verrückte PC Bauten angeschaut Aber nicht verrückt Im Sinne von cool Sondern verrückt Im Sinne von Bitte geh nie wieder In die Nähe Von elektronischen Luxusgütern Was Menschen alles Anstellen ist Unglaublich Ja Das stimmt schon Aber trotzdem Da ist eine Anleitung Dabei Wer eine Anleitung Lesen kann Wer ein Ikea Regal aufgebaut Bekommt Kriegt auch Einen Rechner hin Weil es ist rein Die Anleitung Die muss man halt Halbwegs lesen können Das ist das Hilfreichste An der Sache Wenn du das Das erste Mal machst Wir suchen wieder Die Buchstaben Afterlife Da ist unser I Nur leider Für das falsche Gebiet Das ist leider Das falsche Gebiet Schade Was ist das Ein Gürtel Großer Stärke Aber du hast Keine Hose Soll das ein Scherz sein Erzähler Luxen Wow Schön Menschen Anleitungen Lesen Ist halt auch So das erste Problem Was gerne auftritt Weil die Menschen Sie nicht lesen Ja Aber die Welt Wäre ein besserer Ort Wenn wir mal Anleitungen lesen Würden Achso wir werden angerufen Sehr vorsichtig In dieser Höhle Woher weißt du wo ich bin I know everything Es ist wie der sexy Sinn Er verfolgt uns halt einfach Woof Verfolgt uns Natürlich Was auch sonst Da ist jemand Da ist ein Buchstabe Das ist sehr schön Du liebst das Video Von Henry Cavill Der liest im Video Die Anleitung Das hätte er rausschneiden können Und der Punkt Dass er das drin gelassen hat Macht ihn dir 100 mal sympathischer Ja weil er auch recht hat Absolut So Die Höhle ist groß Oh Hey Chad Kann ich dich etwas fragen Glaubst du Dass ich einen Weg Finden werde Ins Leben zurückzukehren Können wir es schaffen Das sind eure Antwortmöglichkeiten Eins Zwei Drei Oder vier Wie schaut es aus Lille Willst du sofort Cheaten What Was Drei Okay Nochmal drei Ich weiß nicht Ich bin wegen der Witze Hier Die Eins Nochmal die Eins Okay Das ist doch nicht Eindeutig Irgendjemand Muss entweder Für eine Eindeutigkeit Für eins oder Zwei Für eins oder Drei Sorgen Oder Irgendjemand Muss deine Meinung Ändern Es gibt nicht Umsatz die Dau Seite Wo man sehen kann Was Menschen hinbekommen Mit Elektronik Und falsch machen Ja so Solche Seiten Schau ich nicht an Es ist besser Für mein Gemüt Ähm Du hast Ehrlicherweise Sogar Ehrlicherweise Viel gesagt Ja dann haben wir Den Favoriten Dann haben wir Die Eins So Wartet Das war unser Ziel Oh man No Es hat dir unseren Geist Traurig gemacht Habt ihr die Enttäuschung In seinem Ohr gehört Hm Mann 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 Wenn man sich auf euch Verlässt Ne Hi Wer bist du eigentlich Ah Du schon wieder Entspann dich Ich bin einfach Ein großartiger Imitator So sehe ich Wirklich aus Oh Was für eine Erleichterung Ha Du hattest dein Gesicht Sehen sollen Es war in etwa so Für eine Sekunde Hab ich dich Total verstanden Du hattest auch viel gesagt Aber dann dachtest du Das Spiel Nimmt sich nicht ernst Warum solltest du Das ernst antworten Ja Stimmt schon Stimmt schon Das O klang Ist ja enttäuscht Ja ich kann Schlecht mit Enttäuschung Umgehen Deswegen kann ich halt auch Nur ein enttäuschendes O von mir geben Das halt nicht nach Enttäuschung klingt Du verstehst Sieht aus wie ein Lüftungsschacht Weg da Es wird kühl Wo sind wir eigentlich Reingekommen Ich frage für einen Freund Da Okay Gut Mit dir haben wir noch nicht Geredet Ich bin aufgewacht Und hab ihr gesagt Sei der Grund Warum heute Jemand lächelt Das ist ja nett von ihnen Zu helfen Ohne eine Gegenleistung Zu erwarten Naja Sie machen das doch Umsonst Oder Hey Auch wenn wir tot sind Müssen wir davon leben Verstehst du Ich schätze sie haben recht Du hast gelacht Das macht dann 50 Dollar Wow Okay Ja Kann ich respektieren Ist in Ordnung Ist nur die Sache Ob die Masche funktioniert Ist nur die Frage Ob diese Masche auch funktioniert Okay Schön 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 Wunderbar Dann haben wir jetzt Einige Wege Weiter nach unten Hier zum Beispiel Ich bin sehr froh Dass hier keine Gegner kommen Also so Zufallskämpfe Wären hier halt einfach Der Horror So was haben wir hier Haben wir wieder Einen tollen Gürtel gefunden Oder was ist das Du hast ein Armband Der dunklen Magie gefunden Aber du hast keine Arme Wird jeder Gegenstand In dieser Höhle so sein Ich glaube schon Ja Gut dass der Erzähler Wenigsten Spaß hat Was ein Arsch Leute Vertraut niemals Einem Erzähler In einem Videospiel Niemals Das Das sind Ersche Aber sowas von Warte mal Was ist hier Hallo Das war so offensichtlich Dass nicht mal ich dran vorbeilaufe Okay Wir haben den Buchstaben A gefunden Nice Sechs von neun Ähm Was haben wir hier Du hast ein paar Laufschuhe gefunden Aber du hast keine Füße Haha Das ist übrigens mein sarkastisches Lachen Schön Verweist dothaft auf Ich hab Habe ich nicht erst Botthaft Achso Okay So was ist hier Ich glaube hier wohnt Wuf Kann das sein Warum hast du so viele Betten Handy Autokorrektur Ist fies I know Okay Äh Ich geh mal davon aus Dass wir alles fragen können Deswegen Welche Nummer ist das LXX14 Das ist 20 24 Ich bin nicht mehr sicher Was das L war Könnte 1,2,4,4,5 War das Okay 74 Wow Kennst du alle Zahlen Nein Nur diese Okay L war 50 Was für ein beknacktes Zahlensystem So Wie kommt es Dass sie dir ein Haus gegeben haben Ich kann sehr überzeugend sein Und nervig Besonders nervig Klassischer Hundemove Ja Verstehe ich Ja Bin dabei Und äh Wo soll ich jetzt hingehen Ich versuche mich an die Zeit zu erinnern Als ich das Notebook des Entwicklers ausspionierte Ah Ja Du solltest zu Darktown gehen Danke Gut Ja das ist Das Das Da 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 gehen wir hin Das ist Gut Das war jetzt sowieso der Plan Also von dem her Das hat jetzt nicht so wahnsinnig viel gebracht Diese Info Aber Naja Haustier Move Ach du Ob Hund oder Katze Ist doch eigentlich Am vier Beine Fressen Schlafen Furzen Das passt schon Wie lautet das Passwort Ich probiere es mal mit 1 2 3 4 Nein Aber das war eine PIN für meine Tippet Karte Warte Vergiss dass ich das gesagt habe Ich hoffe sehr Ich hoffe sehr für euch Dass ihr nicht so eine PIN für eure EC Karte habt oder so Oder Kreditkarte oder was auch immer Hoffentlich nein Das ist nämlich nicht gut So Noch einmal Keller Hier haben wir gleich wieder ein Item Hier haben wir gleich wieder ein Item Wo uns der Erzähler wieder Äh Einen vom Pferd erzählen wird Du hast einen Mantel der Unsichtbarkeit gefunden Leider passt Leider passt er dir nicht Er ist XS Kann ich es trotzdem behalten? Nein Noo Aber Was für eine Größe haben wir denn Wenn XS offensichtlich zu klein ist Also Jetzt mal So Ganz doof Wer bist du? Moment Wer ist das da hinten? Vor allem sieht er Ne sieht nicht anders aus Ich habe was anderes Gott Okay Hat Skull Cave wirklich die Form eines Totenkopfes? Ich habe eine Karte ge Äh Doch Ich habe eine Karte gezeichnet Und die sieht so aus Hm Ja Ich glaube dir Okay Es würde halt auch Sinn machen Du hast Unverwundbarkeitshose gefunden Aber du hast keine Beine Ernsthaft? Nicht lustig Ich frag mich ja Ein bisschen Diese ganzen tollen Items Die wir jetzt finden Und offensichtlich nicht wirklich nutzen können Weil Ne ist es Ja Läuft halt nicht Ja Der geiste Streamer Easy andersrum Denk mal drüber nach Als hätten Streamer noch ein Leben Ich glaube wir sind eine Etage höher Kann das sein? Müsste Äh Next Du hast Du hast Grundletten der unendlichen Kraft gefunden Leider brauchst du Finger um sie zu benutzen Genug von diesen Witzen Entspann dich Es macht Spaß Für mich Unglaublich 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 So Uns fehlt noch ein Buchstabe Ein einziger Und dann bekommen wir noch mal Ein Ein Gesundheits Äh Boost Wenn ich mich richtig erinnere Und hier passiert irgendwas anderes Neben diesem Item Oh nein Darauf falle ich nicht rein Wow Du bist also eine Hexe Ein Rocket Launcher Heute muss mein Glückstag sein Das war so klar Dass das Letzte Item Dass da wirklich was drin ist Ne Es war so klar So Absolut Klar Und da ist unser letzter Buchstabe Nice Da ist er Äh Errungenschaft freigeschaltet Briefe in der Höhle Du hast den Buchstaben F gefunden Afterlife 9 von 9 Buchstaben In Skull Cave gefunden Glückwunsch Du hast alle Buchstaben gesammelt Das müssen wir feiern Zeit mit dem Feiern aufzuhören Du hast ein Stück zusätzliche Gesundheit erhalten Nice Ja wunderbar Streamer ist Ghost Die Nachfolge von Baba is You Ich hab dieses Baba is You nie verstanden Dieses Spiel Howdy shit Das war mir irgendwie immer zu komplex Willkommen bei Silverpond Darktown Ah ja Es ist so ein kleiner Zwischenort hier Wie es ausschaut Echter Bürgermeister Tom Oh cool Ist das nicht schön Losgelöst von der Arbeit Weit weg von allem und jedem Entspannend ohne Schuldgefühle Hey Bist du nicht der Bürgermeister von AlphaTown? Ich glaube man sucht nach dir Hör zu Ich brauche mehr Zeit Da ist jemand Der sich für dich ausgibt Oh nein Nein Warte Was ist wenn er einen guten Job macht? Das bedeutet Dass ich noch ein bisschen länger hier bleiben kann Okay Wirf eine Münze und wünsch dir was Ich wünschte ich hätte eine Münze Hör auf damit Du machst das System kaputt Okay Wir können mit dem Mit dem kleinen Teich hier sprechen What? Wir können angeln Ich glaube ich habe etwas gefangen Es ist wirklich schwer Ups Das war der Stecker Ähm Nun Die Mutter aller Teichwitze Ja ne Jetzt eben nicht mehr Okay Meine kleinen Brüder wurden von Dr. Kroll gefangen genommen Bitte hilf mir sie zu finden Ich konnte entkommen Aber ich weiß nicht wo sie sein könnten Chad wir sollten ihnen helfen Wir müssen noch mehr Äh Noch noch mehr fünf retten Fünf mehr retten Wir müssen überhaupt erst mal fünf retten Erst mal überhaupt einen Danke dass ihr mich freigelassen habt Ich hoffe meinen Brüdern geht's gut Ach so Das ist Ich Toll Ich dachte halt jetzt wirklich ich laufe da rüber und da ist der erste und so Das ist Tutorial mäßig Damit ich weiß wie die ausschauen Oh Nope Leider nein Okay So Ich habe den Job in Darktown angenommen Nur um festzustellen Dass ich Angst vor der Dunkelheit habe Wem sagen sie das? Ich habe Angst vor dem Tod Und sie haben mich zur Hauptfigur dieses Spiels gemacht Ja gut Wenn es soweit ist Es ist halt auch schon vorbei So sind wir in Darktown? Ja wir sind in Darktown Wenn es wirklich dunkel wäre Würden sie dies nicht lesen? Wenn man so drüber nachdenkt Ja Okay direkt mal das A eingesammelt Das ist sehr schön Du hast den Buchstaben A gefunden Einen von neun Buchstaben Bla 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 Kennen wir Kennen wir gut So Es gibt ein Rathaus Da ist eine Person davor Und Sie verlassen dunkle Stadt Und lesen dieses Schild Und die Übersetzung ist teilweise schon echt ein bisschen fies Kontrollpunkt Okay da hinten geht es also offensichtlich raus Damit müssen wir nach rechts in Richtung Rathaus Oh das ist doch dünn oder? Das müsste dünn sein So Du machst nur ein Äuglein zu Ja ich glaube ich mache an der Stelle jetzt auch Schluss Ähm Ich glaube das passt jetzt gerade auch sehr sehr gut einfach Weil Aus mehreren Gründen Wir haben zwei Äh Zwei Sag schon Zwei Ortschaften erledigt Und zweitens Es ist jetzt elf Ihr müsst morgen alle raus Ne Ich nicht Ich kann schlafen Ich rate euch jetzt gleich zu zu Games Done Quick Und dann werde ich mir das auch Äh Angucken Sehr wahrscheinlich Mal gucken was da gerade für ein Für ein Run läuft Du musst nicht raus Ja Aber die meisten anderen Und das Das passt auch Ne Das passt jetzt auch Doch doch Das ist in Ordnung Dann haben wir noch ein bisschen was Äh Noch ein bisschen länger was Vorm Spiel So Deswegen Ab ins Outro Einmal kurz das Spiel verlassen Dann einmal kurz Musik starten Mein Desktop leise machen Wir haben erst 36 Achievements Also Wir haben da doch schon Wir haben da schon noch ein bisschen was vor uns Ne Das muss man jetzt dazu sagen Ein bisschen was ist da noch Ein bisschen was So Das sind auf jeden Fall eure Credits Vielen 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 Dank fürs Ne Fürs 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 Dasein Ähm Wir sehen uns am Donnerstag wieder Und ich Äh Bin sehr Sehr Zuversichtlich Ähm Dass wir Am Donnerstag Tatsächlich So richtig Wirklich Und überhaupt Wieder in die News haben Und dass wir nicht irgendwie Spontan Irgendwas anderes tun Ich bin zuversichtlich Ob die Zuversicht funktioniert Weiß ich noch nicht Aber Wir gucken mal Ähm Ja Für Freitag haben wir auf jeden Fall Äh Bestimmt ein hübsches Thema Habe ich mir das schon rausgesucht? Ja Natürlich habe ich mir das schon rausgesucht Ja Das perfekte Thema für nächsten Freitag Das absolut perfekte Thema Gut Leute Wie gesagt Ich schicke euch jetzt zu Äh Zu 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 Gamestern Quick Ähm Ist ein cooles Event Äh Jeder der Speedruns mag Auch wenn ihr Speedruns nicht mögt Ist das super spannend Ähm Schaut einfach rein Schreiben könnt ihr eh nicht Vermutlich Weil Chat nur für Abonnenten Holy shit Das habe ich noch nirgendwo gesehen Außer es war aus Versehen Äh Ja Sehr sehr cooles Charity Event Sehr sehr spannendes Event Und ähm Genau Wir sehen uns dann am Donnerstag Wieder Ne Haut rein Viel Spaß da drüben Und äh Wartet Ich muss meinen Ende Knopf noch vorbereiten Jetzt So Tschüssi Bye bye Schlaf gut Kommt gut durch die Woche Sowieso ne Und äh Mein Beile dann alle die arbeiten müssen Tschüssi